Leopold von Sacha Masoch, Venus im Pelz Ich hatte liebenswürdige Gesellschaft. Mir gegenüber, an dem massiven Renaissance-Kamin, saß Venus. Aber nicht etwa eine Dame der Halbwelt, die unter diesem Namen Krieg führte gegen das feindliche Geschlecht, gleich Mademoiselle Cleopatra, sondern die wahrhafte Liebesgöttin. Sie saß im Fauteu und hatte ein prasselndes Feuer angefacht, dessen Widerschein in roten Flammen ihr bleiches Antlitz mit den weißen Augen leckte und von Zeit zu Zeit ihre Füße, wenn sie dieselben zu wärmen suchte. Ihr Kopf war wunderbar, trotz der toten Steinaugen, aber das war auch alles, was ich von ihr sah. Die Heere hatte ihren Marmorleib in einen großen Pelz gewickelt und sich zitternd wie eine Katze zusammengerollt. Ich begreife nicht, gnädige Frau, rief ich. Es ist doch wahrhaftig nicht mehr kalt. Wir haben seit zwei Wochen das herrlichste Frühjahr. Sie sind offenbar nervös. Ich danke für euer Frühjahr, sprach sie mit tiefer, steinerner Stimme und nieste gleich danach himmlisch und zwar zweimal rasch nacheinander. Da kann ich es wahrhaftig nicht aushalten. Und ich fange an zu verstehen, was, meine Gnädige? Ich fange an, das Unglaubliche zu glauben, das Unbegreifliche zu begreifen. Ich verstehe auf einmal die germanische Frauentugend und die deutsche Philosophie. Und ich erstaune auch nicht mehr, dass ihr im Norden nicht lieben könnt, ja nicht einmal eine Ahnung davon habt, was Liebe ist. Erlauben Sie, Madame, erwiderte ich aufbrausend. Ich habe Ihnen wahrhaftig keine Ursache gegeben. Nun Sie, die göttliche nieste zum dritten Male und zuckte mit unnachahmlicher Grazie die Achseln. Dafür bin ich auch immer gnädig gegen Sie gewesen und besuche Sie sogar von Zeit zu Zeit, obwohl ich mich jedes Mal trotz meines vielen Pelzwerks rasch erkälte. Erinnern Sie sich noch, wie wir uns das erste Mal trafen? Wie könnte ich es vergessen, sagte ich. Sie hatten damals reiche braune Locken und braune Augen und einen roten Mund. Aber ich erkannte sie doch sogleich an dem Schnitt ihres Gesichtes und an dieser Marmorblässe. Sie trugen stets eine feilchenblaue Samtjacke mit silbergrauem Feepels besetzt. Ja, sie waren ganz verliebt in diese Toilette. Und wie gelehrig sie waren. Sie haben mich gelehrt, was Liebe ist. Ihr heiterer Gottesdienst ließ mich zweiertausende vergessen. Und wie beispiellos treu ich ihnen war. Nun, was die Treue betrifft, undankbarer. Ich will Ihnen keine Vorwürfe machen. Sie sind zwar ein göttliches Weib, aber doch ein Weib. Und in der Liebe grausam wie jedes Weib. Sie nennen grausam, entgegnete die Liebesgöttin lebhaft, was eben das Element der Sinnlichkeit, der heiteren Liebe, die Natur des Weibes ist, sich hinzugeben, wo es liebt und alles zu lieben, was ihm gefällt. Gibt es für den Liebenden etwa eine größere Grausamkeit als die Treulosigkeit der Geliebten? Aha, entgegnete sie. Wir sind treu, solange wir lieben. Ihr aber verlangt vom Weibe Treue ohne Liebe und Hingebung ohne Genuss. Wer ist da grausam? Das Weib oder der Mann? Ihr nehmt im Norden die Liebe überhaupt zu wichtig und zu ernst. Ihr sprecht von Pflichten, wo nur vom Vergnügen die Rede sein sollte. Ja, Madame, wir haben dafür auch sehr achtbare und tugendhafte Gefühle und dauerhafte Verhältnisse. Und doch diese ewig rege, ewig ungesättigte Sehnsucht nach dem nackten Heidentum fiel Madame ein. Aber jene Liebe, welche die höchste Freude, die göttliche Heiterkeit selbst ist, taugt nicht für euch Modernen, euch Kinder der Reflexion. Sie bringt euch Unheil. Sobald ihr natürlich sein wollt, werdet ihr gemein. Euch erscheint die Natur als etwas Feindseliges. Ihr habt aus uns lachenden Göttern Griechenlands Dämonen aus mir eine Teufelin gemacht. Ihr könnt mich nur bannen und verfluchen oder euch selbst in bachantischem Wahnsinn vor meinem Altar als Opfer schlachten. Und hat einmal einer von euch den Mut gehabt, meinen roten Mund zu küssen, so bilgert er dafür barfuß im Büserhemd nach Rom und erwartet Blüten von dem dürren Stock, während unter meinem Fuße zu jeder Stunde Rosen, Pfeilchen und Myrten empor schießen. Aber euch bekommt ihr Duft nicht. Bleibt nur in eurem nordischen Nebel und christlichem Weihrauch. Lasst uns Heiden unter dem Schutt, unter der Lava ruhen. Grabt uns nicht aus. Für euch wurde Pompej. Für euch wurden unsere Villen, unsere Bäder, unsere Tempel nicht gebaut. Ihr braucht keine Götter. Uns friert in eurer Welt. Die schöne Marmordame hustete und zog die dunklen Zobelfälle um ihre Schultern noch fester zusammen. Wir danken für die klassische Lektion, erwiderte ich. Aber sie können doch nicht leugnen, dass Mann und Weib in ihrer heiteren, sonnigen Welt ebenso gut wie in unserer Nebel liegen, von Natur Feinde sind. Dass die Liebe für die kurze Zeit zu einem einzigen Wesen vereint, das nur eines Gedankens, einer Empfindung eines Willens fähig ist, um sie dann noch mehr zu entzweien und, Nun, sie wissen es besser als ich, wer dann nicht zu unterjochen versteht, wird nur zu rasch den Fuß des anderen auf seinem Nacken füllen. Und zwar in der Regel der Mann den Fuß des Weibes, rief Frau Venus mit übermütigem Hohne, was sie wieder besser wissen als ich. Gewiss, und eben deshalb mache ich mir keine Illusionen. Das heißt, sie sind jetzt mein Sklave ohne Illusionen und ich werde sie dafür auch ohne Erbarmen mit Füßen treten. Madame, kennen Sie mich noch nicht? Ja, ich bin grausam. Weil Sie denn schon an dem Wort es so viel Vergnügen finden. Und habe ich nicht Recht, es zu sein? Der Mann ist der Begehrende, das Weib das Begehrte. Dies ist sein ganzer, aber entscheidender Vorteil. Die Natur hat ihm, den Mann, durch seine Leidenschaft preisgegeben und das Weib, das aus ihm nicht seinen Untertanen, seinen Sklaven, ja sein Spielzeug zu machen und ihn zuletzt lachend zu verraten versteht, ist nicht klug. Ihre Grundsätze, meine Gnädige, warf ich entrüstet ein. Beruhen auf tausendjähriger Erfahrung, entgegnete Madame Spöttisch, während ihre weißen Finger in dem dunklen Pelz spielten. Je hingebender das Weib sich zeigt, umso schneller wird der Mann nüchtern und herrisch werden. Je grausamer und treuloser es aber ist, je mehr es ihn misshandelt, je frevelhafter es mit ihm spielt. Je weniger Erbarmen es zeigt, umso mehr wird es die Wollust des Mannes erregen, von ihm geliebt, angebetet werden. So war es zu allen Seiten, seit Helena und Delila bis zur zweiten Katharina und Lola Montess herauf. Ich kann es nicht leugnen, sagte ich. Es gibt für den Mann nichts, das ihn mehr reizen könnte, als das Bild einer schönen, wollüstigen und grausamen Despotin, welche ihre Günstlinge übermütig und rücksichtslos nach Laune wechselt und noch dazu einen Pelz trägt, rief die Göttin. Wie kommen Sie darauf? Ich kenne ja Ihre Vorliebe. Aber wissen Sie, fiel ich ein, dass Sie, seitdem wir uns nicht gesehen haben, sehr kokett geworden sind? Inwieferne, wenn ich bitten darf? Insofern es keine herrlichere Folie für Ihren weißen Leib geben könnte, als diese dunklen Fälle und es Ihnen, die Göttin lachte. Sie träumen, rief sie, wachen Sie auf, und sie fasste mich mit ihrer Marmorhand am Arme. Wachen Sie doch auf, dröhnte ihre Stimme nochmals in tiefstem Brustton. Ich schlug mühsam die Augen auf. Ich sah die Hand, die mich rüttelte, aber diese Hand war auf einmal braun wie Bronze, und die Stimme war die schwere Schnapsstimme meines Kosacken, der in seiner vollen Größe von nahe sechs Fuß vor mir stand. Stehen Sie doch auf, fuhr der Wackere fort. Es ist eine wahrhafte Schande. Und weshalb eine Schande? Eine Schande, in Kleidern einzuschlafen und noch dazu bei einem Buche. Er putzte die heruntergebrannten Kerzen und hob den Band auf, der meiner Hand entzunken war. Bei einem Buche von, er schlug den Deckel auf, von Hegel. Dabei ist es die höchste Zeit, zu Herrn Severin zu fahren, der uns zum Tee erwartet. Ein seltsamer Traum, sprach Severin, als ich zu Ende war, stützte die Arme auf die Knie, das Gesicht in die feinen, zart geederten Hände und versank ihn Nachdenken. Ich wusste, dass er sich nun lange Zeit nicht regen, ja kaum atmen würde, und so war es in der Tat. Für mich hatte indes sein Benehmen nichts Auffallendes, denn ich verkehrte seit beinahe drei Jahren in guter Freundschaft mit ihm und hatte mich an alle seine Sonderbarkeiten gewöhnt. Denn sonderbar war er, das ließ sich nicht leugnen. Wenn auch lange nicht der gefährliche Narr, für den ihn nicht allein seine Nachbarschaft, sondern der ganze Kreis von Kolomea hielt. Mir war sein Wesen nicht bloß interessant, sondern, und deshalb basierte ich auch bei vielen als ein wenig vernarrt, in hohem Grade sympathisch. Er zeigte für einen galizischen Edelmann und Gutsbesitzer, wie für sein Alter, er war kaum über 30, eine auffallende Nüchternheit des Wesens, einen gewissen Ernst, ja sogar Pedanterie. Er lebte nach einem minutiös ausgeführten, halbphilosophischen, halbpraktischen Systeme, gleichsam nach der Uhr und nicht das allein, zur gleichen Zeit nach dem Thermometer, Barometer, Aerometer, Hydrometer, Hippokrates, Hufeland, Plato, Kant, Knicke und Lord Chesterfield. Dabei bekam er aber zu jeder Zeit heftige Anfälle von Leidenschaftlichkeit, wo er Miene machte, mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, und ihm ein jeder gerne aus dem Wege ging. Während er also stumm blieb, sang dafür das Feuer im Kamin, sang der große, ehrwürdige Samovar und der Anherrnstuhl, in dem ich mich schaukelnd meine Zigarre rauchte, und das Heimchen im alten Gemäuer sang auch. Und ich ließ meinen Blick über das absonderliche Geräte, die Tiergerippe, ausgestopften Vögel, Globen, Gipsabgüsse, Schweifen, welche in seinem Zimmer angehäuft waren, bis er zufällig auf einem Bilde haften blieb, das ich oft genug gesehen hatte, dass mir aber gerade heute im roten Widerschein des Kaminfeuers einen unbeschreiblichen Eindruck machte. Es war ein großes Ölgemälde in der kräftigen farbensatten Manier der belgischen Schule gemalt, sein Gegenstand seltsam genug. Ein schönes Weib, ein sonniges Lachen auf einem feinen Antlitz, mit reichem, in einen antiken Knoten geschlungenem, goldrotem Haare, ruhte auf den linken Arm gestützt in einem dunklen Pelz, auf einer Ottomane. Ihre rechte Hand spielte mit einer Peitsche, während ihr bloßer Fuß sich nachlässig auf den Mann stützte, der vor ihr lag wie ein Sklave, und dieser Mann, mit den scharfen, aber wohlgebildeten Zügen, auf denen brütende Schwermut und hingebende Leidenschaft lag, welcher mit dem schwärmerischen, brennenden Augen eines Märtyrers zu ihr empor sah, dieser Mann, der den Schemel ihrer Füße bildete, war Severin, aber ohne Bart, wie es schien, um zehn Jahre jünger. »Venus im Pelz«, rief ich auf das Bild deutend, »so habe ich sie im Traume gesehen.« »Ich auch«, sagte Severin, »nur habe ich meinen Traum mit offenen Augen geträumt.« »Wie?« »Ah, das ist eine dumme Geschichte.« »Dein Bild hat offenbar Anlass zu meinem Traum gegeben«, fuhr ich fort, »aber sage mir endlich einmal, was damit ist, dass es eine Rolle gespielt hat in deinem Leben und vielleicht eine sehr entscheidende, kann ich mir denken, aber das Weitere erwarte ich von dir.« »Zieh dir einmal das Gegenstück an«, entgegnete mein seltsamer Freund, ohne auf meine Frage einzugehen. Das Gegenstück bildete eine treffliche Kopie der bekannten »Venus mit dem Spiegel« von Tizian in der Dresdner Galerie. »Nun, was willst du damit?« Severin stand auf und wies mit dem Finger auf den Pelz, mit dem Tizian seine Liebesgöttin bekleidet hat. »Auch hier, Venus im Pelz«, sprach er fein lächelnd. »Ich glaube nicht, dass der alte Venezianer damit eine Absicht verbunden hat. Er hat einfach das Porträt irgendeiner vornehmen Messerline gemacht und die Artigkeit gehabt, ihr den Spiegel, in welchem sie ihre majestätischen Reize mit kaltem Behagen prüft, durch Amor halten zu lassen, dem die Arbeit sauer genug zu werden scheint. Das Bild ist eine gemalte Schmeichelei. Später hat irgendein Kenner der Rokoko-Zeit die Dame auf den Namen Venus getauft und der Pelz der Despotin, in den sich Tizians schönes Modell wohl mehr ausfurcht vor dem Schnupfen als der Keuschheit gehüllt hat, ist zu einem Symbol der Tyrannei und Grausamkeit geworden, welche im Weibe und seiner Schönheit liegt. Aber genug, so wie das Bild jetzt ist, erscheint es uns als die bekannteste Satire auf unsere Liebe. Venus, die im abstrakten Norden in der eisigen christlichen Welt in einen großen, schweren Pelz schlüpfen muss, um sich nicht zu erkälten. Severin lachte und zündete eine neue Zigarette an. Eben ging die Türe auf und eine hübsche, volle Blondine mit klugen, freundlichen Augen in einer schwarzen Seidenrobe kam er rein und brachte uns kaltes Fleisch und Eier zum Tee. Severin nahm eines der Letzteren und schlug es mit dem Messer auf. »Habe ich dir nicht gesagt, dass ich sie weichgekocht haben will?« rief er mit einer Heftigkeit, welche die junge Frau zittern machte. »Aber lieber Sevcu!« sprach sie ängstlich. »Was Sevcu?« schrie er. »Gehorchen sollst du! Gehorchen, verstehst du?« und er riss den Kantschuk, welcher neben seinen Waffen hing vom Nagel. Die hübsche Frau floh wie ein Reh rasch und furchtsam aus dem Gemache. »Warte nur, ich erwische dich noch!« rief er ihr nach. »Aber Severin«, sagte ich, meine Hand auf seinen Arm legend, »wie kannst du die hübsche kleine Frau so traktieren?« »Zieh dir das Weib nur an«, erwiderte er, indem er humoristisch mit den Augen zwinkerte, »hätte ich ihr geschmeichelt.« So hätte sie mir die Schlinge um den Hals geworfen. So aber, weil ich sie mit dem Kantschuk erziehe, betet sie mich an. »Geh mir!« »Geh du mir!« »So muss man die Weiber dressieren!« »Leb meinetwegen wie ein Pascher in deinem Harem, aber stelle mir nicht Theorien auf.« »Warum nicht?« rief er lebhaft. »Nirgends passt Goethes »Du musst Hammer oder Amboss sein«, so vortrefflich hin wie auf das Verhältnis von Mann und Weib. Das hat dir beiläufig Frau Venus im Traume auch eingeräumt. In der Leidenschaft des Mannes ruht die Macht des Weibes und es versteht, sie zu benutzen, wenn der Mann sich nicht vorsieht. Er hat nur die Wahl, der Tyrann oder der Sklave des Weibes zu sein. Wie er sich hingibt, hat er auch schon den Kopf im Joche und wird die Peitsche füllen. Seltsame Maximen. »Keine Maximen, sondern Erfahrungen«, erwiderte er mit dem Kopf vernickend. »Ich bin im Ernste gepeitscht worden. Ich bin kuriert. Willst du lesen, wie?« Er erhob sich und holte aus seinem massiven Schreibtisch eine kleine Handschrift, welche er vor mich auf den Tisch legte. »Du hast früher nach jenem Bilde gefragt. Ich bin dir schon lange eine Erklärung schuldig. Da, lies.« Severin setzte sich zum Kamin, den Rücken gegen mich und schien mit offenen Augen zu träumen. Wieder war es still geworden. Und wieder sang das Feuer im Kamin und der Samovar und das Heimchen im alten Gemäuer und ich schlug die Handschrift auf und las. »Das folgende habe ich aus meinem damaligen Tagebuch zusammengestellt, weil man seine Vergangenheit nie unbefangen darstellen kann. So aber hat alles seine frischen Farben, die Farben der Gegenwart.« Gogol, der russische Molière, sagt »Ja, wo?« »Nun, irgendwo.« »Die echte komische Muse ist die jene, welche unter der lachenden Larve die Tränen herabrinnen.« Ein wunderbarer Ausspruch. So ist es mir recht seltsam zumute, während ich dies niederschreibe. Die Luft scheint mir mit einem aufregenden Blumenduft gefüllt, der mich betäubt und mir Kopfweh macht, der Rauch des Kamins kräuselt und ballt sich mir zu gestalten, kleinen graubärtigen Kobolden zusammen, die spöttisch mit den Fingern auf mich deuten, bausbäckige Amoretten reiten auf den Lehnen meines Stuhles und auf meinen Knien und ich muss unwillkürlich lächeln, ja laut lachen, indem ich meine Abenteuer niederschreibe und doch schreibe ich nicht mit gewöhnlicher Tinte, sondern mit dem roten Blute, das aus meinem Herzen träufelt. Denn alle seine längst vernarbten Wunden haben sich geöffnet und es zuckt und schmerzt und hier und da fällt eine Träne auf das Papier. Träge schleichen die Tage in dem kleinen Karpatenbade dahin. Man sieht niemand und wird von niemandem gesehen. Es ist langweilig zu Medüllen schreiben. Ich hätte hier Muße, eine Galerie von Gemälden zu liefern, ein Theater für eine ganze Saison mit neuen Stücken, ein Dutzend Virtuosen mit Konzerten, Trios und Duos zu versorgen, aber, was spreche ich da, ich tue am Ende doch nicht viel mehr als die Leinwand aufspannen, die Bogen zurecht glätten, die Notenblätter linieren, denn ich bin, ja, nur keine falsche Scham, Freund Severin. Lüge andere an, aber es gelingt dir nicht mehr recht, dich selbst anzulügen. Also, ich bin nichts weiter als ein Dilettant. Ein Dilettant in der Malerei, in der Poesie, der Musik und noch in einigen anderen jener sogenannten brotlosen Künste, welche ihren Meistern heutzutage das Einkommen eines Ministers, ja eines kleinen Potentaten sichern und vor allem bin ich ein Dilettant im Leben. Ich habe bis jetzt gelebt, wie ich gemalt und gedichtet habe, das heißt, ich bin nie weit über die Grundierung, den Plan, den ersten Akt, die erste Strophe gekommen. Es gibt einmal solche Menschen, die alles anfangen und doch nie mit etwas zu Ende kommen. Und ein solcher Mensch bin ich. Aber was schwatze ich da? Zur Sache. Ich liege in meinem Fenster und finde das Nest, in dem ich verzweifle, eigentlich unendlich poetisch. Welcher Blick auf die blaue, von goldenem Sonnenduft umwobene hohe Wand des Gebirges, durch welche sich Sturzbäche wie Silberbänder schlingen und wie klar und blau der Himmel, in den die beschneiten Kuppen ragen und wie grün und frisch die waldigen Abhänge, die Wiesen, auf denen kleine Herden weiden, bis zu den gelben Wogen des Getreides hinab, in denen die Schnitter stehen und sich bücken und wieder empor tauchen. Das Haus, in dem ich wohne, steht in einer Art Park oder Wald oder Wildnis, wie man es nennen will. Es ist sehr einsam. Es wohnt niemand darin als ich, eine Fürstin von Lemberg, welche, wie ich glaube, Witwe ist, mit ihrer Kammerfrau, die Hausfrau Madame Dardakowska, eine kleine alte Frau, die täglich älter und kleiner wird, ein alter Hund, der auf einem Bein hinkt und eine junge Katze, welche stets mit einem Zwirnknäudel spielt und der Zwirnknäudel gehört, glaube ich, der schönen Witwe. Sie soll wirklich schön sein, die Fürstin, und noch sehr jung, höchstens 24 und sehr reich. Sie wohnt im ersten Stock und ich wohne ebener Erde. Sie hat immer die grünen Jalousien geschlossen und hat einen Balkon, der ganz mit grünen Schlingpflanzen überwachsen ist. Ich aber habe dafür unten meine liebe, trauliche Geißblattlaube, in der ich lese und schreibe und male und singe wie ein Vogel in den Zweigen. Ich kann auf dem Balkon hinaufsehen. Manchmal sehe ich auch wirklich hinauf und dann schimmert von Zeit zu Zeit ein weißes Gewand zwischen dem dichten grünen Netz. Eigentlich interessiert mich die schöne Frau dort oben sehr wenig, denn ich bin in eine andere verliebt und zwar höchst unglücklich verliebt. Noch weit unglücklicher als Ritter Dockenburg und der Chevalier in Manon-Liscot, denn meine Geliebte ist von Stein. Im Garten in der kleinen Wildnis befindet sich eine graziöse kleine Wiese, auf der friedlich ein paar zahme Rehe weiden. Auf dieser Wiese steht ein Venusbild von Stein. Das Original, glaube ich, ist in Florenz. Diese Venus ist das schönste Weib, das ich in meinem Leben gesehen habe. Das will freilich nicht viel sagen, denn ich habe wenig schöne Frauen, ja überhaupt wenig Frauen gesehen und bin auch in der Liebe nur ein Dilettant, der nie über die Grundierung, über den ersten Akt hinausgekommen ist, wozu auch in Superlativen sprechen, als wenn etwas, was schön ist, noch übertroffen werden könnte. Genug, diese Venus ist schön und ich liebe sie, so leidenschaftlich, so krankhaft innig, so wahnsinnig, wie man nur ein Weib lieben kann, das unsere Liebe mit einem ewig gleichen, ewig ruhigen, steinernen Lächeln erwidert. Ja, ich bete sie förmlich an. Oft liege ich, wenn die Sonne vom Gehölze brütet, unter dem Laubdach einer jungen Buche und lese. Oft besuche ich meine kalte, grausame Geliebte auch bei Nacht und liege dann vorher auf den Knien, das Antlitz gegen die kalten Steine gepresst, auf denen ihre Füße ruhen und bete zu ihr. Es ist unbeschreiblich, wenn dann der Mond heraufsteigt, er ist eben im Zunehmen und zwischen den Bäumen schwimmt und die Wiese in silbernen Glanz taucht und die Göttin steht dann wie verklärt und scheint sich in seinem weichen Lichte zu baden. Einmal, wie ich von meiner Andacht zurückkehrte, durch eine der Alleen, die zum Hause führen, sah ich plötzlich, nur durch die grüne Galerie von mir getrennt, eine weibliche Gestalt, weiß wie Stein, vom Mondlicht beglänzt. Da war mir es, als hätte sich das schöne Marmorweib meiner erbarmt und sei lebendig geworden und mir gefolgt. Mich aber fasste eine namenlose Angst, das Herz drohte mir zu springen und statt, nun, ich bin ja ein Dilettant. Ich blieb wie immer beim zweiten Verse stecken, nein, im Gegenteil, ich blieb nicht stecken, ich lief, so rasch ich laufen konnte. Welcher Zufall, ein Jude, der mit Fotografien handelt, spielt mir das Bild meines Ideals in die Hände. Es ist ein kleines Blatt, die Venus mit dem Spiegel von Tizian. Welch ein Weib. Ich will ein Gedicht machen. Nein, ich nehme das Blatt und schreibe darauf Venus im Pelz. Du frierst, während du selbst Flammen erregst. Hülle dich nur ein in deinen Despotenpelz. Wem gebührt er, wenn ich dir, grausame Göttin der Schönheit und Liebe? Und nach einer Weile füge ich einige Verse von Goethe hinzu, die ich vor kurzem in seinen Paralipomena zum Faust gefunden hatte. An Amor. Erlogen ist das Flügelpaar, die Pfeile, die sind Krallen, die Hörnerchen verbirgt der Kranz. Er ist ohne allen Zweifel wie alle Götter Griechenlands auch ein verkappter Teufel. Dann stellte ich das Bild vor mich auf den Tisch, indem ich es mit einem Buche stützte und betrachtete es. Die kalte Koketterie, mit der das herrliche Weib seine Reize mit den dunklen Zobelfellen trappiert, die strenge Härte, welche in dem Marmorantlitz liegt, entzücken mich und flößen mir zugleich Grauen ein. Ich nehme noch einmal die Feder. Da steht es nun. Lieben, geliebt werden, welchen Glück. Und doch wie verblasst der Glanz desselben gegen die qualvolle Seligkeit, ein Weib anzubeten, das uns zu seinem Spielzeug macht, der Sklave einer schönen Tyrannin zu sein, die uns unbarmherzig mit Füßen tritt. Auch Simson, der Held, der Riese, gab sich Delilah, die ihn verraten hatte, noch einmal in die Hand und sie verriet ihn noch einmal und die Philister banden ihn vor ihr und stachen ihm die Augen aus, die er bis zum letzten Augenblicke von Wut und Liebe trunken auf die schöne Verräterin heftete. Ich nahm das Frühstück in meiner Geißblattlaube und las im Buche Judit und beneidete den grimmigen Heiden Holofernes um das königliche Weib, das ihm den Kopf herunterhieb und um sein blutig schönes Ende. Gott hat ihn gestraft und hat ihn in eines Weibes Hände gegeben. Der Satz frappierte mich. Wie ungerlandt diese Juden sind, dachte ich, und ihr Gott, er könnte auch anständigere Ausdrücke wählen, wenn er von dem schönen Geschlechte spricht. Gott hat ihn gestraft und hat ihn in eines Weibes Hände gegeben, wiederholte ich für mich. Nun, was soll ich etwa anstellen, damit er mich straft? Um Gottes Willen, da kommt unsere Hausfrau, sie ist über Nacht wieder etwas kleiner geworden und dort oben zwischen den grünen Ranken und Ketten wieder das weiße Gewand. Ist es Venus oder die Fürstin? Diesmal ist es die Fürstin, denn Madame D'Artakowska knickst und ersucht mich in ihrem Namen um Lektüre. Ich eile in mein Zimmer und raffe ein paar Bände zusammen. Zu spät erinnere ich mich, dass mein Venusbild in einem derselben liegt. Nun hat es die weiße Frau dort oben, samt meinen Ergüssen. Was wird sie dazu sagen? Ich höre sie lachen. Lacht sie über mich? Vollmond. Da blickt er schon über die Wipfel der niederen Tannen, welche den Park einsäumen und silberner Duft erfüllt die Terrasse, die Baumgruppen, die ganze Landschaft, soweit das Auge reicht, in der Ferne, sanft verschwimmend, gleichzitternden Gewässern. Ich kann nicht widerstehen. Es mahnt und ruft mich so seltsam. Ich kleide mich wieder an und trete in den Garten. Es zieht mich hin zur Wiese, zu ihr, meiner Göttin, meiner Geliebten. Die Nacht ist kühl, mich fröstelt. Die Luft ist schwer von Blumen und Waldgeruch. Sie berauscht. Welche Feier, welche Musik ringsum. Eine Nachtigall schluchzt, die Sterne zucken nur leise in blassblauem Schimmer. Die Wiese scheint glatt wie ein Spiegel, wie die Eisdecke eines Teiches. Her und leuchtend ragt das Venusbild. Doch was ist das? Von den marmonen Schultern der Göttin fließt bis zu ihren Sohlen ein großer dunkler Belz herab. Ich stehe starr und staune sie an und wieder fasst mich jenes unbeschreibliche Bangen und ich ergreife die Flucht. Ich beschleunige meine Schritte. Da sehe ich, dass ich die Allee verfehlt habe und wie ich seitwärts in einen der grünen Gänge einbiegen will, sitzt Venus, das schöne steinerne Weib, nein, die wirkliche Liebesgöttin mit warmen Blute und bochenden Pulsen vor mir auf einer steinernen Bank. Ja, sie ist mir lebendig geworden, wie jene Statue, die für ihren Meister zu atmen begann. Zwar ist das Wunder erst halb vollbracht, ihr weißes Haar scheint noch von Stein und ihr weißes Gewand schimmert wie Mondlicht oder ist es Atlas und von ihren Schultern fließt der dunkle Pelz. Aber ihre Lippen sind schon rot und ihre Wangen färben sich und aus ihren Augen treffen mich zwei diabolische grüne Strahlen und jetzt lacht sie. Ihr Lachen ist so seltsam, so es ist unbeschreiblich, es benimmt mir den Atem, ich flüchte weiter und muss immer wieder nach wenigen Schritten Atem holen und dieses spöttische Lachen verfolgt mich durch die düsteren Laubgänge über die hellen Rasenplätze in das Dickicht, durch das nur einzelne Mondstrahlen brechen, ich finde den Weg nicht mehr, ich irre umher, kalte Tropfen Berlen mir auf der Stirne. Endlich bleibe ich stehen und halte einen kurzen Monolog. Er lautet Nun, man ist ja immer sich selbst gegenüber entweder sehr artig oder sehr grob. Ich sage also zu mir Esel. Dieses Wort übt eine großartige Wirkung, gleich einer Zauberformel, die mich erlöst und zu mir bringt. Ich bin im Augenblick hier ruhig. Vergnügt wiederhole ich Esel. Ich sehe nun wieder alles klar und deutlich. Da ist der Springbrunnen, dort die Allee von Buchsbaum, dort das Haus, auf das ich jetzt langsam zugehe. Da, plötzlich noch einmal, hinter der grünen, vom Mondlicht durchleuchteten, gleichsam in Silber gestickten Wand, die weiße Gestalt, das schöne Weib von Stein, das ich anbete, das ich fürchte, vor dem ich fliehe. Mit ein paar Sätzen bin ich im Hause und hole Atem und denke nach. Nun, was bin ich jetzt eigentlich? Ein kleiner Dilettant oder ein großer Esel? Ein schwüler Morgen, die Luft ist matt, stark gewürzt, aufregend. Ich sitze wieder in meiner Geißblattlaube und lese in der Odyssee von der reizenden Hexe, die ihre Anbeter in Bestien verwandelt. Köstliches Bild der antiken Liebe. In den Zweigen und Halmen rauscht es leise und die Blätter meines Buches rauschen und auf der Terrasse rauscht es auch. Ein Frauengewand. Da ist Venus, aber ohne Pelz. Nein, diesmal ist es die Fürstin und doch, Venus. Oh, welch ein Weib. Wie sie dasteht im leichten weißen Morgengewande und auf mich blickt, wie poetisch und anmutig zugleich erscheint ihre feine Gestalt. Sie ist nicht groß, aber auch nicht klein und der Kopf mehr reizend, bekannt im Sinne der französischen Markisenzeit als streng schön, aber doch wie bezaubernd. Welche Weichheit, welcher holde Mutwille umspielen diesen vollen nicht so kleinen Mund. Die Haut ist so unendlich zart, dass überall die blauen Adern durchschimmern, auch durch den Muselin, welcher Arm und Busen bedeckt. Wie üppig ringelt sich das rote Haar. Ja, es ist rot, nicht blond oder goldig. Wie dämonisch und doch lieblich spielt es um ihren Nacken und jetzt treffen mich ihre Augen wie grüne Blitze. Ja, sie sind grün, diese Augen, deren sanfte Gewalt unbeschreiblich ist. Grün, aber so wie es Edelsteine, wie es tiefe, unergründliche Bergseen sind. Sie bemerkt meine Verwirrung, die mich sogar unartig macht, denn ich bin sitzen geblieben und habe noch meine Mütze auf dem Kopfe. Sie lächelt schelmisch. Ich erhebe mich endlich und grüße sie. Sie nähert sich und bricht in ein lautes, beinahe kindliches Lachen aus. Ich stottere, wie nur ein kleiner Dilettant oder großer Esel in einem solchen Augenblick gestottern kann. So machen wir unsere Bekanntschaft. Die Göttin fragt um meinen Namen und nennt mir den Iren. Sie heißt Wanderfürstin Dunaev und sie ist wirklich meine Venus. Aber Madame, wie kamen sie auf den Einfall? Durch das kleine Bild, das in einem ihrer Bücher lag. Ich habe es vergessen. Die seltsamen Bemerkungen auf der Rückseite. Warum seltsam? Sie sah mich an. Ich habe immer den Wunsch gehabt, einmal einen ordentlichen Phantasten kennenzulernen, der Abwechslung wegen. Nun, sie scheinen mir nach allem einer der tollsten. Prinzessin, in der Tat, wieder das fatale, eselhafte Stottern und noch dazu ein Erröten, wie es für einen jungen Menschen von 16 Jahren wohl passen mag, aber für mich, der beinahe volle zehn Jahre älter, sie haben sich heute Nacht vor mir gefürchtet. Eigentlich, allerdings, aber wollen sie sich nicht setzen? Sie nahm Platz und weidete sich an meiner Angst, denn ich fürchtete mich jetzt bei heilem Tageslichten noch mehr vor ihr. Ein reizender Hohn zuckte um ihre Oberlippe. Sie sehen die Liebe und vor allem das Vibe begann sie als etwas Feindseliges an, etwas wogegen sie sich, wenn auch vergebens, wehren, dessen Gewalt sie aber als eine süße Qual, eine prickelnde Grausamkeit fühlen, eine echt moderne Anschauung. Sie teilen sie nicht? Ja und nein, sprach sie rasch und entschieden und schüttelte den Kopf, dass ihre Locken wie rote Flammen empor schlugen. Mir ist die heitere Sinnlichkeit der hellenen Freude ohne Schmerz ein Ideal, das ich in meinem Leben zu verwirklichen strebe, denn an jene Liebe, welche das Christentum, welche die Modernen, die Ritter vom Geiste predigen, glaube ich nicht. Ja, sehen Sie mich nur an, ich bin weit schlimmer als eine Ketzerin, ich bin eine Heidin. Glaubst du, es habe sich lange die Göttin der Liebe besonnen, als im ideischen Hain einst ihr an Hieses gefiel? Diese Vese aus Götis römischer Elegie haben mich stets sehr entzückt. In der Natur liegt nur jene Liebe der heroischen Zeit, da Götter und Göttinnen liebten. Damals folgte Begierde dem Blick, folgte Genuss der Begier. Alles andere ist gemacht, affektiert, erlogen. Durch das Christentum, dessen grausames Emblem, das Kreuz, etwas Entsetzliches für mich hat, wurde erst etwas Fremdes, Feindliches in die Natur und ihre unschuldigen Triebe hineingetragen. Ist die Natur jetzt grausam gegen euch, so rächt sie sich nur dafür, dass ihr sie so grausam behandelt. Der Kampf des Geistes mit der sinnlichen Welt ist das Evangelium der Modernen. Ich will keinen Teil daran. Ja, ihr Platz wäre im Olymp, Fürstin, entgegnete ich. Aber wir Modernen ertragen einmal die antike Heiterkeit nicht, am wenigsten in der Liebe, die Idee ein Weib und wäre es auch eine Aspasia mit anderen zu teilen, empört uns. Wir sind eifersüchtig wie unser Gott. So ist der Name der herrlichen Früne bei uns zu einem Schimpfworte geworden. Wir ziehen eine dürftige, blasse, hohlbeinsche Jungfrau, welche uns allein gehört, einer antiken Venus vor, wenn sie noch so göttlich schön ist, aber heute den Anchises, morgen den Paris und übermorgen den Adonis liebt und wenn die Natur in uns triumphiert, wenn wir uns in glühender Leidenschaft einem solchen Weibe hingeben, erscheint uns dessen heitere Lebenslust als Dämonie, als Grausamkeit und wir sehen in unserer Seligkeit eine Sünde, die wir büßen müssen. Also auch sie schwärmen für die moderne Frau, für jene armen, hysterischen Weiblein, welche im Somnambulen jagen, nach einem erträumten männlichen Ideal den besten Mann nicht zu schätzen verstehen und unter Tränen und Krämpfen täglich ihre christlichen Pflichten verletzen, betrügend und betrogen immer wieder suchen und wählen und verwerfen, nie glücklich sind, nie glücklich machen und das Schicksal anklagen, statt ruhig zu gestehen, ich will lieben und leben, wie Helena und Aspasia gelebt haben. Die Natur kennt keine Dauer in dem Verhältnis von Mann und Weib. Fürstin, lassen Sie mich ausreden, es ist nur der Egoismus des Mannes, der das Weib wie einen Schatz vergraben will. Alle Versuche durch heilige Zeremonien, Eide und Verträge, Dauer in das Wandelbarste im wandelbaren menschlichen Dasein in die Liebe hineinzutragen, sind gescheitert. Können Sie leugnen, dass unsere christliche Welt in Fäulnis übergegangen ist? Aber der Einzelne, der sich gegen die Einrichtung der Gesellschaft empört, wird ausgestoßen, gebranntmarkt, gesteinigt, wollen Sie sagen. Nun gut, ich wage es, meine Grundsätze sind recht heidnisch, ich will mein Dasein ausleben, ich verzichte auf euren heuchlerischen Respekt, ich ziehe es vor, glücklich zu sein. Die Erfinder der christlichen Ehe haben gut daran getan, auch gleich dazu die Unsterblichkeit zu erfinden, ich denke jedoch nicht daran, ewig zu leben. Und wenn mit dem letzten Atemzuge hier für mich als Wander Dunaev alles zu Ende ist, was habe ich davon, ob mein reiner Geist in den Chören der Engel mitsingt oder ob mein Staub zu neuen Wesen zusammenquillt? Sobald ich aber so wie ich bin nicht fortlebe, aus welcher Rücksicht soll ich dann entsagen? Einem Manne angehören, den ich nicht liebe, bloß deshalb, weil ich ihn einmal geliebt habe? Nein, ich entsage nicht, ich liebe jeden, der mir gefällt und mache jeden glücklich, der mich liebt. Ist das hässlich? Nein, es ist mindestens weit schöner, als wenn ich mich grausam der Qualen freue, die meine Reize erregen und mich tugendhaft von dem Armen abkehre, der um mich verschmachtet. Ich bin jung, reich und schön und so wie ich bin, lebe ich heiter dem Vergnügen, dem Genuss. Ich hatte, während sie sprach und ihre Augen schelmisch funkelten, ihre Hände ergriffen, ohne Recht zu wissen, was ich mit ihnen anfangen wollte, aber als echter Dilettant ließ ich sie jetzt wieder eilig los. Ihre Ehrlichkeit, sagte ich, entzückt mich und nicht diese allein. Wieder der verdammte Dilettantismus, der mir den Hals mit einem Hemmseil zuschnürt. Was wollten Sie doch sagen? Was ich sagen wollte, ja, ich wollte... Vergeben Sie, Prinzessin, ich habe Sie unterbrochen. Wie? Eine lange Pause. Sie hält gewiss einen Monolog, der in meine Sprache übersetzt, sich in das einzige Wort Esel zusammenfassen lässt. Wenn Sie erlauben, Fürstin begann ich endlich, wie sind Sie zu diesen Ideen gekommen? Sehr einfach, mein Vater war ein vernünftiger Mann. Ich war von der Wiege an mit Abgüssen antiker Bildwerke umgeben. Ich las mit zehn Jahren den Schilbla, mit zwölf den Püsel. Wie andere in ihrer Kindheit den Däumling, Blaubart, Aschenbrödel nannte ich Venus und Apollo, Herkules und Laokon, meine Freunde. Auch mein Gatte war eine heitere, sonnige Natur. Nicht einmal das unheilbare Leiden, das ihn nicht lange nach unserer Vermählung ergriff, konnte seine Stirne jemals für die Dauer umwölken. Noch die Nacht vor dem Tode küsste er mich wie in der Hochzeitsnacht. Während der vielen Monate, wo er sterbend in seinem Rollsessel lag, sagte er öfter scherzend zu mir, Nun, hast du schon einen Anbeter? Es ist wohl nicht nötig, Ihnen zu sagen, dass ich, solange er lebte, keinen hatte. Aber genug, er erzog mich zu dem, was ich bin, zu einer Griechin. Zu einer Göttin fiel ich ein. Sie lächelte. Zu welcher etwa? Zu einer Venus. Sie drohte mit dem Finger und zog die Brauen zusammen. Am Ende gar zu einer Venus im Pelz. Warten Sie nur, ich habe einen großen, großen Pelz, mit dem ich sie ganz zudecken kann. Ich will sie darin fangen, wie in einem Netz. Glauben Sie auch, sagte ich rasch, denn mir kam etwas in den Sinn, was ich, so gewöhnlich und abgeschmacktes war, für einen sehr guten Gedanken hielt. Glauben Sie, dass Ihre Ideen sich in unserer Zeit durchführen lassen, dass Venus ungestraft in ihrer unverhüllten Schönheit und Heiterkeit unter Eisenbahnen und Telegrafen wandeln dürfte? Unverhüllt gewiss nicht, aber in Pelz, rief sie lachend. Und dann? Was dann? Schöne, freie, heitere und glückliche Menschen, wie es die Griechen waren, sind nur dann möglich, wenn sie Sklaven haben, welche für sie die unpoetischen Geschäfte des täglichen Lebens verrichten und vor allem für sie arbeiten. Gewiss, erwiderte sie mutwillig, vor allem braucht aber eine olympische Göttin wie ich ein ganzes Heer von Sklaven. Hüten Sie sich also vor mir. Warum? Ich erschrak selbst über die Kühnheit, mit der ich dieses Warum herausgebracht hatte. Sie indes erschrak durchaus nicht. Sie zog die Lippen etwas empor, sodass die kleinen weißen Zähne sichtbar wurden und sprach dann leicht hin, als handel es sich um etwas, was nicht der Rede wert sei. Wollen Sie mein Sklave sein? In der Liebe gibt es kein Nebeneinander, erwiderte ich. Sobald ich aber die Wahl habe, zu herrschen oder unterjocht zu werden, scheint es mir weit reizender der Sklave eines schönen Weibes zu sein. Aber wo finde ich das Weib, das nicht mit kleinlicher Zanksucht Einfluss zu erringen, sondern ruhig und selbstbewusst ja streng zu herrschen versteht? Nun, das wäre am Ende nicht so schwer. Sie glauben? Ich zum Beispiel. Sie lachte und bog sich dabei weit zurück. Ich habe Talent zur Despotin. Die nötigen Pelze besitze ich auch, aber Sie haben sich heute Nacht in allem Ernste vor mir gefürchtet? In allem Ernste? Und jetzt? Jetzt? Jetzt fürchte ich mich erst recht vor Ihnen. Wir sind täglich beisammen, ich und Venus, viel beisammen. Wir nehmen das Frühstück in meiner Geißblattlaube und den Tee in ihrem kleinen Salon und ich habe Gelegenheit, alle meine kleinen, sehr kleinen Talente zu entfalten. Wozu hätte ich mich in allen Wissenschaften unterrichtet, in allen Künsten versucht, wenn ich nicht imstande wäre, ein kleines, hübsches Weib? Aber dieses Weib ist durchaus nicht so klein und imponiert mir ganz ungeheuer. Heute zeichnete ich sie und da fühlte ich erst so recht deutlich, wie wenig unsere moderne Toilette für diesen Kameenkopf passt. Sie hat wenig römisches, aber viel griechisches in der Bildung ihrer Züge. Bald möchte ich sie als Psyche, bald als Astarte malen, je nachdem ihre Augen den schwärmerisch-seelischen oder jenen halb verschmachtenden, halb versengenden, müd-wollüstigen Ausdruck haben, aber sie wünscht, dass es ein Porträt werden soll. Nun, ich werde ihr einen Pelz geben. Ach, wie konnte ich nur zweifeln. Wem gebührt ein fürstlicher Pelz, wenn nicht ihr? Ich war gestern Abend bei ihr und las ihr die römischen Elegien. Dann legte ich das Buch weg und sprach einiges aus dem Kopfe. Sie schien zufrieden, ja noch mehr, sie hing förmlich an meinen Lippen und ihr Busen flog. Oder habe ich mich getäuscht? Der Regen pochte melancholisch an die Scheiben, das Feuer am Kamin prasselte winterlich traulich. Mir wurde so heimatlich bei ihr, ich habe einen Augenblick allen Respekt vor dem schönen Weibe verloren und küsste ihre Hand und sie ließ es geschehen. Dann saß ich zu ihren Füßen und las ihr ein kleines Gedicht, das ich für sie gemacht habe. Venus im Pelz Setz den Fuß auf deinen Sklaven, teuflisch, holdes, mythenweib, unter Myrten und Agaven hingestreckt den Marmorleib. Ja, nun weiter. Diesmal bin ich wirklich über die erste Strophe hinausgekommen, aber ich habe ihr an jenem Abend das Gedicht auf ihren Befehl gegeben und habe keine Abschrift und heute, wo ich dies aus meinem Tagebuche herausschreibe, fällt mir nur die erste Strophe ein. Es ist eine merkwürdige Empfindung, die ich habe. Ich glaube nicht, dass ich in die Fürstin verliebt bin. Wenigstens habe ich bei unserer ersten Begegnung nichts von jenem blitzartigen Zünden der Leidenschaft gefühlt. Aber ich empfinde, wie ihre außerordentliche, wahrhaft göttliche Schönheit allmählich magische Schlingen um mich legt. Es ist auch keine Neigung des Gemütes, die in mir entsteht. Es ist eine physische Unterwerfung, langsam, aber umso vollständiger. Ich leide täglich mehr und sie? Sie lächelt nur dazu. Heute sagte sie mir plötzlich ohne jede Veranlassung, sie interessieren mich. Die meisten Männer sind so gewöhnlich, ohne Schwung, ohne Poesie. In ihnen ist eine gewisse Tiefe und Begeisterung, vor allem ein Ernst, der mir wohl tut. Ich könnte sie lieb gewinnen. Nach einem kurzen, aber heftigen Gewitterregen besuchen wir zusammen die Wiese und das Venusbild. Die Erde dampft ringsum, Nebel steigen wie Opferdünste gegen den Himmel, ein zerstückter Regenbogen schwebt in der Luft, noch tropfen die Bäume, aber Sperlinge und Finkchen springen schon von Zweig zu Zweig und zwitschern lebhaft, wie wenn sie über etwas hoch erfreut wären. Und alles ist mit frischem Wohlgeruch erfüllt. Wir können die Wiese nicht überschreiten, denn sie ist noch ganz nass und erscheint von der Sonne beglänzt wie ein kleiner Teich, aus dessen bewegt im Spiegel die Liebesgöttin emporsteigt, um deren Haupt ein Mückenschwarm tanzt, welcher von der Sonne beschienen wie eine Aureole über ihr schwebt. Fürstin Wander freut sich des lieblichen Anblicks und da auf den Bänken in der Allee noch das Wasser steht, stützt sie sich, um etwas auszuruhen, auf meinen Arm. Eine süße Müdigkeit liegt in ihrem ganzen Wesen, ihre Augen sind halb geschlossen, ihr Atem streift meine Wange. Ich ergreife ihre Hand und, wie es mir gelingt, weiß ich wahrhaftig nicht. Ich frage sie, könnten sie mich lieben? Warum nicht, erwidert sie und lässt ihren ruhigen, sonnigen Blick auf mir ruhen, aber nicht lange. Im nächsten Augenblicke kniee ich vor ihr und berge mein flammendes Antlitz in dem duftigen Muselin ihrer Robe. Aber Severin, das ist ja unanständig. Ich ergreife ihren kleinen Fuß und presse meine Lippen darauf. Sie werden immer unanständiger, ruft sie, macht sich los und flieht in raschen Sätzen gegen das Haus, während ihr allerliebster Pantoffel in meiner Hand zurückbleibt. Soll das ein Omen sein? Ich wagte mich den ganzen Tag über nicht in ihre Nähe. Gegen Abend, ich saß in meiner Laube, blickte plötzlich ihr pikantes, rotes Köpfchen durch die grünen Gewinde ihres Balkons. Warum kommen sie denn nicht, rief sie ungeduldig herab. Ich lief die Treppe empor, oben verlor ich wieder den Mut und klopfte ganz leise an. Sie sagte nicht herein, sondern öffnete und trat auf die Schwelle. Wo ist mein Pantoffel? Er ist... Ich habe... Ich will... stotterte ich. Holen Sie ihn und dann nehmen wir den Tee zusammen und plaudern. Als ich zurückkehrte, war sie mit der Teemaschine beschäftigt. Ich legte den Pantoffel feierlich auf den Tisch und stand im Winkel, wie ein Kind, das seine Strafe erwartet. Ich bemerkte, dass sie die Stirne etwas zusammengezogen hatte und um ihren Mund etwas Strenges, Herrisches lag, das mich entzückte. Auf einmal brach sie in Lachen aus. Also, Sie sind wirklich verliebt? In mich? Ja, und ich leide dabei mehr als Sie glauben. Sie leiden! Sie lachte wieder. Das macht mir Vergnügen. Ich war empört, beschämt, vernichtet, aber alles ganz unnötig. Sie sind ein Kind, fuhr sie fort. Ich bin Ihnen ja gut. Sie gab mir die Hand und blickte mich überaus freundlich an. Und Sie wollen meine Frau werden? Fürstin Wanda sah mich... Ja, wie sah sie mich an? Ich glaube vor allem erstaunt. Und dann ein wenig spöttisch. Woher haben Sie auf einmal so viel Mut? sagte sie. Mut? Ja, den Mut überhaupt, eine Frau zu nehmen und insbesondere mich. Sie hob den Pantoffel in die Höhe. Haben Sie sich so schnell mit diesem da befreundet? Aber Scherz beiseite. Wollen Sie mich wirklich heiraten? Ja. Nun, Severin, das ist eine ernste Geschichte. Ich glaube, dass Sie mich lieb haben und auch ich habe sie lieb. Und was noch besser ist, wir interessieren uns füreinander. Es ist keine Gefahr vorhanden, dass wir uns so bald langweilen. Aber Sie wissen, ich bin eine leichtsinnige Frau und eben deshalb nehme ich die Ehe sehr ernst. Und wenn ich Pflichten übernehme, so will ich sie auch erfüllen können. Ich fürchte aber, nein, es muss Ihnen wehe tun. Ich bitte Sie, seien Sie ehrlich gegen mich, entgegnete ich. Also ehrlich gesprochen, ich glaube nicht, dass ich einen Mann länger lieben kann als... Sie neigte ihr Köpfchen und anmutig zur Seite und sah nach. Ein Jahr? Wo denken Sie hin? Einen Monat vielleicht? Auch mich nicht? Nun Sie, Sie vielleicht zwei. Zwei Monate, schrie ich auf. Zwei Monate, das ist sehr lange. Fürstin, das ist mehr als antik. Sehen Sie, Sie ertragen die Wahrheit nicht. Wanda ging durch das Zimmer, lehnte sich dann gegen den Kamin zurück und betrachtete mich mit dem Arme auf dem Sims ruhend. Was soll ich also mit Ihnen anfangen? begann sie wieder. Was Sie wollen, antwortete ich resigniert. Was Ihnen Vergnügen macht. Wie inkonsequent, rief sie. Erst wollen Sie mich zur Frau und dann geben Sie sich mir zum Spielzeug. Wanda, ich liebe Sie. Da wären wir wieder dort, wo wir angefangen haben. Sie lieben mich und wollen mich zur Frau. Ich aber will keine neue Ehe schließen, weil ich an der Dauer meiner und ihrer Gefühle zweifle. Wenn ich es aber mit Ihnen wagen will, erwiderte ich, dann kommt es noch darauf an, ob ich es mit Ihnen wagen will, sprach sie ruhig. Ich will ehrlich sein, vollkommen ehrlich. Wenn ich Ihnen meine Hand reiche, so geschieht es in der Überzeugung, dass ich Sie weder ewig noch überhaupt lange Zeit lieben werde. Was dann? Sie kennen mich, ich bin unchristlich genug, mir dann einen Liebhaber zu nehmen. Sie könnten so grausam sein? Grausam? Wanda zuckte die Achseln. Ich habe Ihnen niemals Illusionen gemacht. Ich kenne keine andere Liebe als jene, die mir Freude macht. Ich will genießen, ich will nicht gegen mein Herz, ja nicht einmal gegen meine Sinne kämpfen. Dies erscheint Ihnen grausam, aber Sie sind es selbst, indem Sie an die Stelle der Liebe die Pflicht setzen wollen. Ich will nichts als Sie besitzen, murmelte ich vernichtet. Oh, ich weiß, und nötigenfalls auch, wenn ich darunter leide. Das ist die männliche Selbstsucht, die sich mit Moral trapiert, aber ich bin nicht das Weib, mich aufzuopfern. Niemandem, auch Ihnen nicht, ja Ihnen am wenigsten. Wanda, Sie sind kein Mann, Sie sind ein Fantast, ein reizender Anbeter und werden gewiss ein unbezahlbarer Sklave, aber als Gatten kann ich Sie mir nicht denken. Wenn ich Ihr Weib werde, so muss früher oder später eines von uns das Opfer dieser Ehe werden und dessen seien Sie gewiss, mein Freund, nicht ich werde es sein, sondern Sie werden es werden. Sie kennen mich nicht, ich bin nicht gut. Ich lasse mich nicht unterjochen und ich lasse mir mein Leben nicht verbittern, ja nicht einmal eine Stunde meines Lebens. Solange ich Sie liebe, gehöre ich Ihnen, auch ohne den Segen des Priesters und liebe ich Sie nicht, dann werde ich kein Erbarmen mit Ihnen haben, nicht als Ihre Geliebte, nicht als Ihre Frau. Ich erschrak. Was haben Sie? Sie zittern. Ich bebe bei dem Gedanken, wie leicht ich Sie verlieren kann, erwiderte ich. Nun, sind Sie deshalb jetzt weniger glücklich, entgegnete sie. Raubt es Ihnen etwas von Ihren Freuden, dass ich vor Ihnen anderen gehört habe? Dass mich andere nach Ihnen besitzen werden? Und würden Sie weniger genießen, wenn ein anderer mit Ihnen zugleich glücklich wäre? Wanda! Sehen Sie, fuhr sie fort, das wäre ein Ausweg. Sie wollen mich nie verlieren? Gut, mir sagen Sie geistig in solchem Maße zu, dass ich immer mit Ihnen leben könnte, wenn ich also neben Ihnen. Welch ein Gedanke, schrie ich auf, ich empfinde eine Art Grauen vor Ihnen. Wanda hatte sich auf ihren linken Arm aufgerichtet. Ich glaube überhaupt, sprach sie, dass man um einen Mann für immer zu fesseln, ihm vor allem nicht treu sein darf. Welche brave Frau ist je so angebetet worden wie eine Hetere? In der Tat liegt in der Treulosigkeit eines geliebten Weibes ein schmerzhafter Reiz, die höchste Wollust. Auch für Sie, fragte Wanda rasch, auch für mich. Wenn ich Ihnen also dies Vergnügen mache, rief Wanda spöttisch, und noch dazu als Ihre Frau, ja Severin, auf diese Bedingung hin, will ich Ihnen meine Hand reichen. Ich werde Ihnen treu sein, solange ich Sie liebe, und wenn ich Sie nicht mehr liebe, werde ich Anbeter haben, und Sie werden es ruhig dulden. Nein, Fürstin, erwiderte ich kalt, obwohl ich vor Empörung fieberte und zitterte, das werde ich nicht. Ich sehe, Sie wollen betrogen werden, wie alle Männer, sagte Wanda rasch, mir aber widerstrebt der Betrug, und deshalb, Severin, werde ich niemals Ihre Frau werden. Sie kehrte mir stolz den Rücken. Ist dies Ihr letztes Wort? fragte ich. Die Stimme drohte mir zu versagen. Die Fürstin trat mit verschränkten Armen vor mich hin. Sie sind komisch, sprach sie, und ein Lächeln spielte um ihre Lippen, das mir das Herz zerschnitt. Ich verneigte mich stumm und verließ rasch das Zimmer, und sie rief mich nicht zurück. Sie lässt sich nicht blicken, einen Tag, zwei Tage. Ich gehe, solange die Sonne scheint, umher wie ein Nachtwandler und liege nachts auf meinem Lager wie auf der Folter. Den dritten Tag ist meine Kraft gebrochen. Ich will zu ihr, will mich ihr zu Füßen werfen, auf der Treppe begegne ich Frau Datakowska. Ist die Fürstin daheim? frage ich. Die Alte wird plötzlich so klein wie ein boshafter Zwerg und blinzelt mich so unverschämt spöttisch an. Die Fürstin ist vorgestern Nachts abgereist, sagt sie endlich. Ich dachte, sie wissen es. Abgereist? Wohin? Nach Lemberg, glaube ich. Eine Stunde später sitze ich im Postwagen. Ich kam in Lemberg spätabends an, nahm einen Wagen und fuhr von Hotel zu Hotel, bis ich jenes entdeckt hatte, in welchem die Fürstin abgestiegen war. Mein Herz pochte freudig, doch sollte ich noch länger gefoltert werden. Die Fürstin war im Theater. Ich ließ mir also ein Zimmer geben, machte Toilett und erwartete sie dann vor ihrer Türe. Als sie endlich die Treppe heraufkam, warf ich mich, ohne ein Wort zu sprechen, zu ihren Füßen nieder. Wanda sah mich an, so über die Achsel, wie einen zudringlichen Bettler. Dann winkte sie mir, ihr zu folgen, schritt voran in das Zimmer, warf ihren weißen Theatermantel ab und ließ sich in einem der kleinen Futeus nieder. Ich kniete für ihr und bat um Gnade und sie, sie begann zu lachen. Also, da sind sie wieder und obwohl ich so grausam bin. Triumphieren sie nur. Worüber, entgegnete sie gelassen, ich habe ja keinen Augenblick daran gezweifelt, dass sie sich ergeben werden. Ein jeder ist mir verfallen, sobald ich nur will. Und sie wollen also, dass ich sie liebe, Fürstin? fragte ich entzückt. Ich will, dass sie mich anbeten, dass sie nach mir verschmachten und ich will, dass sie mein Sklave sind und sie werden es sein. Ihr Sklave und ihr Gatte, sobald sie es wollen. Nein, Severin, nur mein Sklave, erwiderte sie ruhig. Geben sie Acht, die Sachlage ist jetzt eine ganz andere als vor drei Tagen. Ich werde mit ihnen irgendwo hingehen, allenfalls auf mein Schloss Darhof und dort sehr gnädig sein, gnädiger als sie es verdienen, solange es mir Vergnügen macht. Sobald ich sie aber nicht mehr liebe, gebe ich ihnen den Abschied. Wanda, sie wissen, dass ich ohne sie nicht mehr leben kann. Gut, dann lasse ich ihnen die Wahl, sobald ich sie nicht mehr liebe, mich zu verlassen oder es ruhig zu dulden. Niemals, niemals werde ich es ertragen, sie in den Armen eines anderen zu sehen. Bilden sie sich das nicht ein, sagte die Fürstin. Sie sind mir nicht nach Lemberg nachgefahren, obwohl, sondern vielmehr, weil ich grausam bin. Es hat für sie einen unwiderstehlichen Reiz, ja mehr als das, es entzückt sie, von mir misshandelt zu werden. Gestehen sie es nur. Ja, denn versetzte ich noch immer vor ihr auf den Knien und mehr als sie glauben. Die Fürstin begann zu lachen. Ich weiß es ja, sie lassen sich alles von mir gefallen und nun erst gar, wenn ich einen Pelz anziehe. Ich kann nur lieben, was über mir steht, fuhr ich fort. Ein Weib, das mich durch Schönheit, Temperament, Geist, Willenskraft unterwirft, das meine Despotin wird. Ich wusste es, das, was andere abstößt, zieht sie an. So ist es. Es ist eben meine Seltsamkeit. Nun, am Ende ist an allen ihren Passionen nicht so apartes oder seltsames, denn wem gefällt nicht ein schöner Pelz und jeder weiß und fühlt, wie nahe Wollust und Grausamkeit verwandt sind. Bei mir ist dies alles aber auf das Höchste gesteigert, erwiderte ich. Das heißt, die Vernunft hat wenig Gewalt über sie und sie sind eine weiche, hingebende, sinnliche Natur. Waren die Märtyrer auch weiche, sinnliche Naturen? Die Märtyrer? Im Gegenteil, es waren übersinnliche Menschen, welche im Leiden einen Genuss fanden, welche die furchtbarsten Qualen ja den Tod suchten wie andere die Freude und so ein übersinnlicher bin ich, Fürstin. Leben ist Leiden, der Genuss ein momentanes Aufhören des Leidens, das aber stets nur zu neuen Qualen führt. Warum also nicht lieber gleich im Leiden den Genuss suchen wie die Fakirer Indiens und auf diese Weise das Leben überwinden und den Tod? Das ist mir zu philosophisch, spottete die schöne Frau. Warum sagen sie nicht lieber einfach, wie jeden Mann reizt auch mich ein Weib, das meine Liebe nicht rührt, das meine Eifersucht spottet, das mich ohne Erbarmen misshandelt? Indessen nennen sie ihre Sehnsucht wie sie wollen. Geben sie nur Acht, dass sie dabei nicht auch zum Märtyrer und zwar zum Märtyrer eines Weibes werden. Aber stehen sie doch auf, fuhr sie mit einem liebenswürdigen Lächeln fort. Ich will es mir bequem machen. Wir wollen zusammen Tee nehmen und weiter über ihre Eigenheiten plaudern. Sie küsste mich auf die Stirne und verließ das Zimmer. Die Kammerfrau deckte den Tisch und stellte den Samovar auf. Kaum hatte sie sich wieder entfernt, erschien Wanda in einem weißen Schlafrock, der wie aus Zucker gesponnen war, mit offenem, flutendem Haar und setzte sich zu mir auf den Diwan. Und seit wann werden sie von dieser Idee, diesen Wünschen beherrscht, fragte sie, nachdem sie die Tassen gefüllt und sich eine Zigarette gedreht und angezündet hatte. Ich erinnere mich keiner Zeit, sagte ich, da ich dieselben nicht hatte. Schon als kleiner Knabe zeigte ich eine rätselhafte Scheu vor Frauen, in welcher sich eigentlich nur ein unheimliches Interesse für dieselben ausdrückte. Das graue Gewölbe, das Halbdunkel einer Kirche beängstigten mich und vor den glitzernden Altären und heiligen Bildern fasste mich eine förmliche Angst. Dagegen schlich ich heimlich, wie zu einer verbotenen Freude, zu einer Venus aus Gips, welche in dem kleinen Bibliothekszimmer meines Vaters stand, kniete nieder und sprach zu ihr die Gebete, die man mir eingelernt. Das Vaterunser, das gegrüßet seist du Maria und das Credo. Einmal verließ ich nachts mein Bett, um sie zu besuchen. Die Mondsichel leuchtete mir und ließ die Göttin in einem fahlblauen, kalten Licht erscheinen. Ich warf mich vor ihr nieder, küßte ihre kalten Füße, wie ich es bei unseren Landsleuten gesehen hatte, wenn sie die Füße des toten Heilands küßten. Eine unbezwingliche Sehnsucht ergriff mich. Ich stieg empor und umschlang den schönen, kalten Leib und küßte die kalten Lippen. Da sank ein tiefer Schauer auf mich herab und ich entfloh. Und im Traume war es mir, als stünde die Göttin vor meinem Lager und drohte mir mit erhobenem Arm. Man schickte mich frühzeitig in die Schule und so kam ich bald in das Gymnasium und ergriff alles mit Leidenschaft, was mir die antike Welt zu erschließen versprach. Ich war bald mit den Göttern Griechenlands vertrauter als mit der Religion Jesu. Ich gab mit Paris Venus den verhängnisvollen Apfel, ich sah treuer Brennen und ich folgte Odysseus auf seinen Irrfahrten. Die Urbilder alles Schönen senkten sich tief in meine Seele und so zeigte ich zu jener Zeit, wo andere Knaben sich roh und unflätig gebärden, einen unüberwindlichen Abscheu gegen alles Niedere, Gemeine, Unschöne. Als etwas ganz besonders Niederes und Unschönes erschien jedoch dem reifenden Jüngling die Liebe zum Weibe, so wie sie sich ihm zuerst in ihrer vollen Gewöhnlichkeit zeigte. Meine Mutter bekam, ich war damals etwa 14 Jahre alt, ein reizendes Stubenmädchen, jung, hübsch, mit schwellenden Formen. Eines Morgens, ich studierte meinen Tacitus und begeisterte mich an den Tugenden der alten Germanen, kehrte die Kleine bei mir aus. Plötzlich hielt sie inne, neigte sich den Besen in der Hand zu mir und zwei volle, frische, köstliche Lippen berührten die meinen, aber ich erhob meine Germania wie ein Schild gegen die Verführerin und verließ entrüstetes Zimmer. Wanda brach in lautes Lachen aus. Sie sind in der Tat ein Mann, der seinesgleichen sucht, aber fahren Sie fort. Eine andere Szene aus jener Zeit bleibt mir unvergesslich, erzählte ich weiter. Gräfin Sobol, eine entfernte Tante von mir, kam zu meinen Eltern auf Besuch. Eine majestätische, schöne Frau mit einem reizenden Lächeln. Ich aber hasste sie, denn sie galt in der Familie als Messerline und ich benahm mich so unartig und boshaft wie nur möglich gegen sie. Eines Tages fuhren meine Eltern in die Kreisstadt. Meine Tante beschloss, ihre Abwesenheit zu benutzen und Gericht über mich zu halten. Unerwartet trat sie in ihrer Pelz gefütterten Katzer Baika herein, gefolgt von den Dienstmädchen. Ohne viel zu fragen, ergriffen mich diese und banden mich, trotz meiner heftigen Gegenwehr, an Händen und Füßen, dann schürzte meine Tante mit einem bösen, lächelnden, weiten, pelzgefütterten Ärmel empor und begann mich mit einer großen Rute zu hauen und sie hieb so erbarmungslos das Blut floss und ich zuletzt, trotz meinem Heldenmut, weinte und um Gnade bat. Sie ließ mich hierauf losbinden, aber ich musste vor ihr niederknien und ihr die Hand küssen. Nun sehen sie den übersinnlichen Torn. Unter der Rute der schönen, üppigen Frau, welche mir in ihrer Pelzjacke wie eine zürnende Monarchin erschien, erwachte in mir zuerst der Sinn für das Weib und meine Tante erschien mir fortan als die reizendste Frau auf Gottes Erdboden. Meine kartonische Strenge, meine Scheu vor dem Weiber war eben nichts als ein auf das höchste getriebener Schönheitssinn. Die Sinnlichkeit wurde jetzt in meiner Fantasie zu einer Art Kultus und ich schwur mir, ihre heiligen Empfindungen ja nicht an ein gewöhnliches Wesen zu verschwenden. Ich kam sehr jung an die Universität und in die Hauptstadt, in welcher meine schöne Tante, Gräfin Sobol, wohnte. Meine Stube glich damals jener des Dr. Faust. Alle stand in derselben Wirr und Kraus durcheinander, hohe Schränke mit Büchern vollgepfropft, welche ich um Spottpreise bei einem jüdischen Antiquar in der Servanica erhandelte. Globen, Atlanten, Violen, Himmelskarten, Tiergerippe, Totenköpfe, Wüsten großer Geister. Hinter dem großen grünen Ofen konnte jeden Augenblick Mephistopheles als fahrender Scholast hervortreten. Ich studierte alles durcheinander, ohne System, ohne Wahl. Chemie, Alchemie, Geschichte, Astronomie, Philosophie, die Rechtswissenschaften, Anatomie und Literatur. Lars Homer, Virgil, Ossian, Schiller, Goethe, Shakespeare, Cervantes, Voltaire, Moliere, den Koran, den Kosmos, Casanovas Memoiren. Ich wurde jeden Tag wirrer, fantastischer und immer hatte ich ein schönes, ideales Vibe im Kopf, das mir von Zeit zu Zeit gleich einer Vision auf Rosen gebettet, von Amoretten umringt, zwischen meinen Lederbänden und toten Beinen erschien. Bald in olympischer Toilett, mit dem strengen weißen Antlitz der gipsenen Venus, bald mit den üppigen braunen Flechten, den lachenden blauen Augen und in der rotsamtenen Hermelin besetzten Katarbeika meiner schönen Tante. Eines Morgens, nachdem sie mir wieder in vollem lachenden Liebreiz aus dem goldenen Nebel meiner Fantasie aufgetaucht war, ging ich zur Gräfin Sobol, welche mich sehr gnädig empfing und mir zum Willkommen einen Kuss gab, der alle meine Sinne verwirrte. Sie war jetzt nahe an die 40 Jahre, aber wie die meisten jener unverwüstlichen Lebefrauen noch immer sehr begehrenswert. Sie trug auch jetzt eine pelzbesetzte Jacke und zwar diesmal von grünem Samt mit braunem Edelmarder, aber von jener grausamen Strenge, die mich damals an ihr entzückt hatte, war nichts zu entdecken. Sie hatte meine übersinnliche Torheit und Unschuld nur zu bald entdeckt und es machte ihr Vergnügen, mich glücklich zu machen. Und ich, ich war in der Tat selig wie ein junger Gott. Welcher Genuss war es für mich, wenn ich vor ihr auf den Knien liegen, ihr die Hände küssen durfte, mit denen sie mich damals gezüchtigt hatte. Ach, was für wunderbare Hände, von so schöner Bildung, so fein und voll und weiß und mit welch allerliebsten Grübchen. Ich war eigentlich nur in diese Hände verliebt. Ich trieb mein Spiel mit ihnen, ließ sie in dem dunklen Pelz auf- und abtauchen, ich hielt sie gegen die Flamme und konnte mich nicht satt sehen an ihnen. Nicht geringeren Einfluss übte auf mich später eine Frau, welche die unnahbare Tugend spielte, um mich schließlich an einen reichen Juden zu verraten. Sehen Sie, weil ich von einer Frau, welche die strengsten Grundsätze, die idealsten Empfindungen heuchelte, betrogen, verkauft wurde, deshalb hasse ich diese Sorte poetischer, sentimentaler Tugenden so sehr. Geben Sie mir ein Vibe, das ehrlich genug ist, mir zu sagen, ich bin eine Pompadour, eine Lucrezia Borgia und ich will sie anbeten. Wanda stand auf und öffnete das Fenster. Sie haben eine eigentümliche Manier, die Fantasie zu erhitzen, einem alle Nerven aufzuregen, alle Pulse höher schlagen zu machen. Sie geben dem Laster eine Aureole, wenn es nur ehrlich ist. Ihr Ideal ist eine kühne, geniale Kurtisane, aber fahren Sie nur fort. Sie kehrte langsam zu mir zurück und ließ jetzt ihre schöne Hand auf der Meinen ruhen, während ihre Augen seltsam neugierig an den Meinen hingen. Sagen Sie mir nun vor allem, woher Sie diese Vorliebe für den Pelz haben. Sie ist mir angeboren, erwiderte ich. Übrigens übt Pelzwerk auf alle nervösen Naturen eine aufregende Wirkung. Es ist ein elektrischer Reiz, welcher wenigstens ebenso seltsam als prickelnd ist, daher der hexenhaft wohltätige Einfluss, welchen die Gesellschaft von Katzen auf reizbare geistige Menschen übt und diese lang geschwänzten Grazien der Tierwelt zu den Lieblingen eines Mohamed, Kardinal Richelieu, Grébillon, Rousseau, Wieland gemacht hat. Eine Frau, die also einen Pelz trägt, rief Wanda, ist also nichts anderes als eine große Katze? Gewiss, erwiderte ich, und aus der physischen Wirkung des Pelzes erkläre ich mir auch die symbolische Bedeutung, welche derselbe als Attribut der Macht und Schönheit bekam. Aber Sie haben mir nicht alles gesagt, sprach Wanda, Sie verbinden noch etwas ganz Apartes damit. Ich habe Ihnen gesagt, dass im Leiden ein seltsamer Reiz für mich liegt, fuhr ich fort, dass nichts so sehr imstande ist, meine Fantasie aufzuregen als die Tyrannei, die Grausamkeit und vor allem die Treulosigkeit eines schönen Weibes. Und dieses Vibe, dieses seltsame Ideal aus der Ästhetik des Hässlichen, die Seele eines Nero im Leib einer Frühne, kann ich mir nicht ohne Pelz denken. Ich begreife, warf Wanda ein, es gibt einer Frau etwas Herrisches, Imponierendes. Es ist nicht das allein, fuhr ich fort. Ich war zehn Jahre alt, als ich die Legenden der Märtyrer in die Hand bekam. Ich erinnere mich, dass ich mit einem Grauen, das eigentlich Entzücken war, las, wie sie im Kerker schmachteten, auf den Rost gelegt, mit Pfeilen durchschossen, in Pech gesotten, wilden Tieren vorgeworfen, an das Kreuz geschlagen wurden und das Entsetzlichste mit einer Art Freude litten. Leiden, grausame Qualen erdulden, erschien mir fortan als ein Genuss und ganz besonders durch ein schönes Weib. Ich sah in der Sinnlichkeit etwas Heiliges, in dem Weibe und seiner Schönheit etwas Göttliches, in dem die wichtigste Aufgabe des Daseins, die Fortpflanzung der Gattung, vor allem ihr Beruf ist. Ich sah im Weibe die Isis und in dem Manne ihren Priester, ihren Sklaven und sah sie ihm gegenüber grausam wie die Natur, welche, was ihr gedient hat, von sich stößt, sobald sie seiner nicht mehr bedarf, während ihm noch ihre Misshandlungen, ja der Tod durch sie zur wollüstigen Seligkeit werden. Ich beneidete König Gunther, den die gewaltige Brunnhilde in der Brautnacht band, den armen Troubadour, den seine launische Herrin in Wolfsfälle nähen ließ, um ihn dann gleich einem Wild zu jagen. Ich beneidete den Ritter Stierrad, den die kühne Amazone Scharker durch List im Walde bei Prag gefangen nahm, auf die Burg Divin schleppte und nachdem sie sich einige Zeit mit ihm die Zeit vertrieben hatte, auf das Rad flechten ließ. Unglaublich, rief Wander, ich würde Ihnen wünschen, dass Sie einem Weibe dieser wilden Rasse in die Hände fielen, im Wolfsfell, unter den Zähnen der Rüden oder auf dem Rade würde Ihnen schon die Poesie vergehen. Glauben Sie? Ich glaube nicht. Sie sind wirklich nicht ganz gescheit. Möglich, aber hören Sie weiter. Ich las fortan mit einer wahren Gier Geschichten, in denen die furchtbarsten Grausamkeiten geschildert und sah mit besonderer Lust Bilder, auf denen sie dargestellt werden und sah alle großen Tyrannen und Henker, Sultane und Paschas, alle jene Frauen, welche in den Blättern der Weltgeschichte als wollüstig, schön und gewalttätig verzeichnet sind, in köstliches Pelzwerk, in königlichen Hermelin gehüllt. Ich brauche also nur einen Pelz anzuziehen, um sie ganz zu bezaubern und zu unterjochen, rief Wanda. Ihre grünen, durchdringenden Augen ruhten mit einem seltsamen, höhnischen Behagen auf mir. Wenn ich sie nicht mehr liebe, werde ich in eine Hermelinjacke schlüpfen und sie werden sich alles von mir gefallen lassen, sogar einen Anbeter, sie begann zu lachen, während ich mich von Leidenschaften übermannt vor ihr niederwarf und die Arme um sie schlang. Die Fürstin legte die Hand sanft auf meinen Nacken und mich ergriff unter dieser kleinen, warmen Hand, unter ihrem Blick, der zärtlich forschend durch die halbgeschlossenen Lieder auf mich fiel, eine süße Trunkenheit. Von jeher war es mein heißester Wunsch, rief ich, der Sklave eines schönen Weibes zu sein, das ich liebe, das ich anbete. Und dass sie dafür misshandelt, unterbrach mich Wanda lachend. Ja, dass mich peitscht, dass mir Fußtritte gibt, während es einem anderen gehört. Und dass, wenn sie durch Eifersucht wahnsinnig gemacht, den beglückten Nebenbuhler bedrohen, in seinem Übermute so weit geht, sie an denselben zu verschenken. Warum nicht? Gefällt ihnen das Schluss-Tablo weniger? Ich sah Wanda erschreckt an. Sie übertreffen meine Träume. Ja, wir Frauen sind erfinderisch, sprach sie. Geben sie Acht, wenn sie ihr Ideal finden, kann es leicht geschehen, dass es sie weit furchtbarer behandelt, als ihnen lieb ist. Ich fürchte, ich habe mein Ideal bereits gefunden, rief ich, und presste mein glühendes Antlitz in ihren Schoß. Wenn sie nicht mein sein können, ganz mein, und für immer, so will ich ihr Sklave sein. Ihnen dienen, alles von Ihnen dulden, nur stoßen Sie mich nicht von sich. Fassen Sie sich doch, sagte sie mit stolzer Ruhe. Ich will ja alles, alles tun, was Sie wollen, nur Sie nie verlieren, rief ich. Nur das nicht, denn Gedanken kann ich nicht mehr fassen. Stehen Sie doch auf. Ich gehorchte. Sie erhob sich zur gleichen Zeit und schritt durch das Zimmer. Sie sind wirklich ein seltsamer Mensch, fuhr sie fort. Sie wollen mich also besitzen, um jeden Preis? Ja, um jeden Preis. Aber welchen Wert hätte zum Beispiel mein Besitz für Sie? Sie sah mich an, lauernd, unheimlich. Wenn ich Sie nicht mehr lieben, wenn ich einem anderen gehören würde? Es überlief mich. Sie stand so fest und selbstbewusst vor mir und ihre Augen zeigten einen kalten Glanz. Sehen Sie, fuhr sie fort, Sie erschrecken schon bei dem Gedanken. Ja, mich fasst ein Grauen, wenn ich mir lebhaft vorstelle, dass ein Weib, das ich liebe, das meine Liebe erwidert hat, sich ohne Erbarmen für mich einem anderen hingibt. Aber habe ich dann noch eine Wahl? Wenn ich dieses Weib liebe, wahnsinnig liebe, soll ich ihm stolz den Rücken kehren und an meiner prahlerischen Kraft zugrunde gehen? Soll ich mir eine Kugel durch den Kopf jagen? Ich habe zwei Frauenideale. Kann ich das eine, die edle Frau, welche treu und gütig mein Schicksal teilt, nicht finden? Dann will ich lieber einem Weibe ohne Tugend, ohne Treue, ohne Erbarmen hingegeben sein. Ein solches Weib in seiner selbstsüchtigen Größe ist auch ein Ideal. Kann ich nicht das Glück der Liebe voll und ganz genießen? Dann will ich ihre Schmerzen, ihre Qualen auskosten bis zur Neige. Dann will ich von dem Weibe, das sich Liebe misshandelt, verraten werden und je grausamer, umso besser. Auch das ist ein Genuss. Sind Sie bei Sinnen? rief Wander. Ich liebe Sie so mit ganzer Seele, fuhr ich fort, so mit allen meinen Sinnen, dass Ihre Nähe mir unentbehrlich ist, wenn ich noch weiterleben soll. Wählen Sie also zwischen meinen Idealen. Machen Sie aus mir, was Sie wollen. Gut denn, sprach Wander, die kleinen, aber energisch geschwungenen Brauen zusammenziehend. Ich denke mir das sehr amüsant, einen Mann, der mich liebt, ganz in meiner Hand zu haben. Es wird mir mindestens nicht an Zeitvertreib fehlen. Sie waren so unvorsichtig, mir die Wahl zu lassen. Ich wähle also. Ich will, dass Sie mein Sklave sind. Ich werde mein Spielzeug aus Ihnen machen. Oh, tun Sie das, rief ich halb schauernd, halb entzückt. Wenn eine Ehe nur auf Gleichheit, auf Übereinstimmung gegründet sein kann, so entstehen dagegen die größten Leidenschaften durch Gegensätze. Wir sind solche Gegensätze, die sich beinahe feindlich gegenüberstehen, daher diese Liebe bei mir, die zum Teil Hass, zum Teil Furcht ist. In einem solchen Verhältnis aber kann nur eines Hammer, das andere Amboss sein. Ich will Amboss sein. Ich kann nicht glücklich sein, wenn ich auf die Geliebte herabsehe. Ich will ein Weib anbeten können und das kann ich nur dann, wenn es meine Gebieterin, meine Tyrannin ist. Wander schien einen Augenblick nachzudenken. Vergessen Sie nicht, was Sie mir heute gesagt haben, versetzte sie dann. Ich habe ein gutes Gedächtnis und nun leben Sie wohl. Bis morgen. Wir nahmen am nächsten Morgen das Frühstück zusammen. Die Fürstin schien sehr aufgeräumt und ihr Blick ruhte freundlich, fast gütig auf mir. Plötzlich warf sie ihre Zigarette fort und rief, ich liebe es, nicht lange Vorbereitungen zu machen, wie ich in einem Buche stets das Vorwort überschlage, so soll auch unser Roman gleich damit beginnen, wo er uns beide zu amüsieren verspricht. Packen Sie auf der Stelle ihre Koffer, wir fahren in einer Stunde nach Darauf. Ich presse die Hand der Fürstin mit leidenschaftlicher Freude an meine Lippen. Sie sind also zufrieden? Ich bin im Himmel. Noch nicht, spottete Wander, aber auf meinem Schlosse, wo ich unumschränkt gebiete, da sollen Sie etwas dergleichen finden. Aber für wie lange? Wer wird so unartig sein, jetzt danach zu fragen? Eine langweilige Fahrt durch Hügelland und eine ziemlich gut bebaute Fläche. Die Fürstin ist wortkarg. Es hat den Anschein, dass Sie über etwas nach sind. Sie beantwortet meine Fragen nur halb und hört kaum zu, wenn ich erzähle. Fünf Stunden schleichen Träger vorüber, dann stehen mit einem Male die runden, ungefügen Türme des alten Schlosses von Darauf vor uns, mitten in den Stoppelfeldern. Rote Dächer schimmern matt wie frisch vergossenes Blut, Raben sitzen auf den großen Pappeln und scheinen uns aufmerksam zu betrachten. Leichte Nebel steigen auf, eine Hirtenflöte ertönt in der Ferne. Ein alter Kastellan, dessen weißes Haar im herbstlichen Winde flattert, empfängt uns an dem Fuße der breiten steinernen Treppe. Diener stürzen herbei. Der weite Hof, die hohen Mauern, die steinernen Wappenschilder, die Gemälde in den Korridoren, die Waffen an den Wänden, die weiten Seele mit den verblassten Tapeten, alles macht den Eindruck fürstlicher Pracht, aber auch einer gewissen Verfallenheit. Es ist, als hätte ein Zauberwort ein Stück altpolnischer Herrlichkeit aus Schutt und Moder plötzlich wieder an das Sonnenlicht berufen. Nachdem der Kastellan mir meine Zimmer angewiesen hat und ich Toilette gemacht habe, erwarte ich, dass die Fürstin mich rufen lässt. Eine Stunde verstreicht, eine zweite. Sie sendet nicht um mich, sie lässt sich nicht blicken, man serviert mir das Soupé auf meinem Zimmer. Ich rauche eine Zigarre nach der anderen und ich gehe in meinem Zimmer auf und ab wie eine Schildwache bis Mitternacht. Mit der Sonne, die alles im Schlosse und die weite Fläche, die sich ringsum ergießt, mit Gold überzieht, erscheint auch die Fürstin. Schön, heiter, wie verjüngt und überaus gnädig. Sie verlangt meinen Arm und ich führe sie auf ihren Befehl in den alten, halbwilden Garten hinab. Oh, wie reizend sie plaudern kann, wie gut sie ist, wie einfach. Wer könnte diese Frau ergründen? Ich am wenigsten. Seit drei Tagen war ich keine Stunde ohne sie. Ich durfte immerfort in ihre Augen sehen, ihre Hände halten, ihren Reden lauschen, sie überall hin begleiten. Meine Liebe kommt mir wie ein tiefer, bodenloser Abgrund vor, in dem ich immer mehr versinke, aus dem ich jetzt schon nichts mehr retten kann. Wir hatten heute Nachmittag im Garten die letzten Blumen gepflückt, Astern und Geroginen, und saßen dann in dem kleinen Saal mit den großen Bogenfenstern, dessen Wände mit Gemälden geschmückt sind und dessen Mitte eine Venus aus Gips auf hohem Piedestal einnimmt. Ich wählte einzelne Astern aus dem farbigen Blumenhaufen, der zu unseren Füßen lag, und warf sie der Fürstin in den Schoß und sie band sie zu Kränzen, mit denen wir unsere Göttin schmückten. Plötzlich sah mich Wanda so eigentümlich, so sinnverwirrend an, dass meine Leidenschaft gleich Flammen über mir zusammenschlug. Meiner nicht mehr mächtig schlang ich meine Arme um sie und hing an ihren Lippen und sie, sie presste mich an ihre wogende Brust. Sind sie böse? fragte ich dann. Ich werde nie über etwas böse, was natürlich ist, antwortete sie. Ich fürchte nur, sie leiden. Oh, ich leide furchtbar. Armer Freund, sie strich mir die wirren Haare aus der Stirne. Ich hoffe aber nicht durch meine Schuld. Nein, antwortete ich. Und doch, meine Liebe zu ihnen ist zu einer Art Wahnsinn geworden. Der Gedanke, dass ich sie verlieren kann, ja vielleicht in der Tat verlieren soll, quält mich Tag und Nacht. Aber sie besitzen mich ja noch gar nicht, sagte Wanda und sah mich wieder an mit jenem fibrierenden, feuchten, verzehrenden Blicke, der mich schon einmal hingerissen hatte. Dann erhob sie sich und legte mit ihren kleinen, durchsichtigen Händen einen Kranz von weißen und roten Astern auf das weiße Lockenhaupt der Venus. Halb gegen meinen Willen schlang ich den Arm um ihren Leib. Ich kann nicht mehr sein ohne dich, du schönes Weib, sprach ich. Glaube mir. Dies eine Mal nur glaube mir. Es ist keine Phrase, keine Fantasie. Ich fühle tief im Innersten, wie mein Leben mit dem deinen zusammenhängt. Wenn du dich von mir trennst, werde ich vergehen, zugrunde gehen. Fantast, erwiderte sie. Liebe ich dich denn nicht? Aber du willst nur mein sein unter Bedingungen, während ich dir bedingungslos gehöre. Die Fürstin lächelte stolz und um ihre offenen Lippen spielte es fast verächtlich. So muss es auch sein, sagte sie. Ich will sehen, wie du vor mir zitterst, wie du zu meinen Füßen vergehst. Ich bin ja nicht die Heldin eines deutschen Romans, sondern dein Ideal, Venus im Pelz. Abends in ihrem Schlafgemach, während sie in ihren großen, dunklen Pelz gehüllt auf dem türkischen Divan lag und ich zu ihren Füßen den Kopf an ihre Knie gelehnt, begann Wanda. Wie genügsam sie sind, Severin. Sie sind in der Tat zum Märtyrer geschaffen. Wie lange lieben wir uns? Ein Monat? Nicht? Und sie haben nichts erlangt als einen Kuss und sind zufrieden damit. Ich habe nicht den Mut, stammelte ich. Ich würde ihnen auch nicht raten, nur im Mindesten kühn zu werden, gab sie zur Antwort. Ich lasse mich nicht erobern. Ich bin gnädig, sobald ich will, aber niemals schwach, niemals hingebend. Vergessen Sie das nicht und ich will sie jetzt noch leiden sehen. Es macht mir Vergnügen. Sie sah mich an und ließ den Pelz langsam von ihren herrlichen Schultern gleiten. Es erfasste mich wie Wahnsinn. Ich warf mich vor ihr nieder und setzte ihren Fuß auf meinen Nacken. Ich küßte ihre Füße, ich erhob mich auf die Knie, um endlich ganz von Sinnen meine Arme um die stolze Frau zu schlingen, aber in diesem Augenblick stieß sie mich mit dem Fuße von sich. Wanda! schrie ich auf. Sie blieb ruhig und stumm. Wie behandelst du mich? murmelte ich. Ich behandle sie so, wie sie behandelt werden müssen, antwortete die Fürstin, und wie sie es selbst wünschen, wenn sie es auch in diesem Augenblick nicht gestehen werden. Sehen Sie mich nicht so drohend an. Da, küssen Sie mir den Fuß, mit dem ich sie getreten habe, auf der Stelle. In mir fieberte alles, aber eine dämonische Gewalt zwang mich, ihr zu gehorchen. Ich presste meine glühenden Lippen auf ihren kleinen Fuß und sie lachte mich aus. Manchmal wird es mir doch etwas unheimlich, mich so ganz, so bedingungslos in die Hand eines Weibes zu geben, wenn sie meine Leidenschaft, ihre Macht missbraucht. Nun, dann erlebe ich, was seit Kindesbeinen meine Fantasie beschäftigte, mich stets mit süßem Grauen erfüllte. Törichte Besorgnis. Es ist ein mutwilliges Spiel, das sie mit mir treibt, mehr nicht. Sie liebt mich ja, und sie ist so gut, eine noble, großmütige Natur, aber es liegt dann in ihrer Hand. Sie kann, wenn sie will. Welcher Reiz ist in diesem Zweifel, dieser Furcht? Jetzt verstehe ich die Manulesco und den armen Chevalier, der sie auch noch als die Mätresse eines anderen ja auf dem Pranger anbetet. Die Liebe kennt keine Tugend, kein Verdienst. Sie liebt und vergibt und duldet alles, weil sie muss. Nicht unser Urteil leitet uns, nicht die Vorzüge oder Fehler, welche wir entdecken, reizen uns zur Hingebung oder schrecken uns zurück. Es ist eine süße, wehmütige, geheimnisvolle Gewalt, die uns treibt, und wir hören auf zu denken, zu empfinden, zu wollen, wir lassen uns von ihr treiben und fragen nicht wohin. Das eben ist das Humoristische meiner Lage, dass ich wie der Bär in Lillispark fliehen kann und nicht will, dass ich alles dulde, sobald sie droht, mir die Freiheit zu geben. Diese Liebenswürdigkeit, mit der sie mich behandelt, hat etwas Unheimliches für mich. Ich komme mir wie eine kleine gefangene Maus vor, mit der eine schöne Katze zierlich spielt, jeden Augenblick bereit, sie zu zerreißen, und mein Mausherz droht mir zu zerspringen. Was hat sie vor? Was wird sie mit mir anfangen? Wie gut sie jetzt gegen mich ist, wie zärtlich, wie liebevoll, wir verleben selige Tage. Heute ließ sie mich die Szene zwischen Faust und Mephistopheles lesen, in welcher letzterer als fahrender Scholast erscheint. Wie schön sie war. In dem gepuderten, schneeigen Haar blitzte ein kleines Diamantendiadem, und eine weiße Atlasrobe umrauschte sie in schimmernden Wellen. Ihr Blick hing mit seltsamer Befriedigung an mir. Ich verstehe nicht, sprach sie, als ich geendet hatte, wie ein Mann große und schöne Gedanken im Vortrage so wunderbar klar, so scharf, so vernünftig auseinandersetzen, und dabei ein solcher Fantast sein kann. Warst du zufrieden? sagte ich und küsste ihre Hand. Sie strich mir freundlich über die Stirne. Ich liebe dich, Severin, flüsterte sie. Ich glaube, ich könnte keinen anderen Mann mehr lieben. Ich schloss sie in meine Arme. Ein tiefinniges, wehmütiges Glück erfüllte meine Brust. Meine Augen wurden nass, eine Träne fiel auf ihre Hand herab. Wie kannst du weinen, rief sie, du bist ein Kind. Ich bin ja glücklich, Wander, namenlos glücklich, stammelte ich. Ich will ja nur ihr Sklave sein, nichts weiter. Kein Wort mehr von Sklaverei und Grausamkeit unterbrach mich die Fürstin. Ich passiere ihnen von dem allen nichts mehr als den Pelz. Dort liegt meine Pelzjacke. Kommen Sie und helfen Sie mir hinein. Ich blickte mich um. Auf ihrem Bette, das ein weißer Himmel einer Wolke gleich umwogt, liegt eine Kasabayka von hochrotem Samt mit reichem, üppigem Hermelin-Besatz. Ich eile sie zu holen und Wander schlüpft mit einem koketten Blick auf mich in das duftige Pelzwerk, mit dem dieselbe gefüttert ist. Der Hermelin lässt den Marmor ihrer Brüste nur noch blendender erscheinen und jetzt, nachdem sie die letzte Hafte geschlossen, reicht sie mir die blühenden Lippen. Küsse mich, murmelte sie. Ich will, dass du mich küsst. Küsse dich satt. Die kleine Bronzeur, auf welcher ein Amor steht, der eben seinen Pfeil abgeschossen hat, schlug Mitternacht. Ich stand auf, ich wollte fort. Wander sagte nichts, aber sie umschlang mich und zog mich auf die Ottomane zurück und begann mich von Neuem zu küssen und diese stumme Sprache hatte etwas so Verständliches, so Überzeugendes. Und sie sagte noch mehr, als ich zu verstehen wagte. Eine solche schmachtende Hingebung lag in Wanders ganzem Wesen und welch wollüstige Weichheit in ihren halbgeschlossenen, dämmernden Augen, in der unter dem weißen Puder leicht schimmernden, roten Flut ihres Haares, in den weißen Atlaswellen, welche bei jeder Bewegung um sie knisterten, dem schwellenden Hermelin der Kasabayka, in den sie sich nachlässig schmiegte. Ich bitte dich, stammelte ich, aber du wirst böse sein. Mache mit mir, was du willst, flüsterte sie, ich gehöre ja dir. Nun, so tritt mich mit Füßen, ich bitte dich, ich werde sonst verrückt. Habe ich dir nicht verboten, sprach Wander Strenge, aber du bist unverbesserlich. Ach, ich bin so entsetzlich verliebt. Ich war in die Knie gesunken und presste mein glühendes Gesicht in ihren Schoß. Ich glaube wahrhaftig, sagte Wander nachsinnend, dein ganzer Wahnsinn ist nur eine dämonische, ungesättigte Sinnlichkeit. Wärst du weniger tugendhaft, so wärst du vollkommen vernünftig. Nun, so mache mich gescheit, murmelte ich. Meine Hände wühlten in ihrem Haare und in dem schimmernden Pelz, welcher sich wie eine vom Mondlicht beglänzte Welle alle Sinne verwirrend auf ihrer wogenden Brust hob und senkte. Und ich küsste sie. Nein, sie küsste mich, so wild, so unbarmherzig, als wenn sie mich mit ihren Küssen morden wollte. Ich war wie im Delirium. Ich suchte mich loszumachen. Was ist dir? fragte Wander. Ich leide entsetzlich. Du leides! Sie brach in ein lautes, mutwilliges Lachen aus. Du kannst lachen, stöhnte ich. Ahnst du denn nicht? Sie war auf einmal ernst, richtete meinen Kopf mit ihren Händen auf und zog mich dann mit einer heftigen Bewegung an ihre Brust. Wander, stammelte ich. Richtig. Es macht dir ja Vergnügen zu leiden, sprach sie und begann von Neuem zu lachen. Aber warte nur, ich will dich schon vernünftig machen. Nein, ich will nicht weiter fragen, rief ich, ob du mir für immer oder nur für einen seligen Augenblick gehören willst. Ich will mein Glück genießen. Jetzt bist du mein und besser dich verlieren als dich nie besitzen. So bist du nun vernünftig, sagte sie und küsste mich wieder mit ihren mörderischen Lippen und ich riss den Hermelin, die Spitzenhüllen auseinander. Dann vergingen mir die Sinne. Selige Tage, Nächte wie arabische Märchen. Ich gehe umher wie im Traum. Ich frage mich, ob dies alles möglich ist, ob es ein Weib geben könne, so schön, so voll Liebe und Poesie und ein Glück wie das meine in dieser Welt, die ein so garstiges, lächerliches Flickwerk ist. Ob ich nicht plötzlich erwachen werde? Und dann, wenn meine Hand wieder über das schwellende Pelzwerk ihrer Casa Baika streicht und ihr warmer Atem wie Rosenduft mich anweht, dann weiß ich, dass ich nichts träume. Dann frage ich mich, bist du dieses Glück wert? Und ich sage mir, dass es keinen Mann gibt, der verdienen würde, dieses Weib zu besitzen. Dass Wonnen wie diese überhaupt nicht verdient werden können, nur geschenkt und empfangen wie eine Gnade des Himmels. Es ist doch merkwürdig, wie jedes Verhältnis des Lebens ein anderes Gesicht bekommt, sobald eine neue Person hinzutritt. Wir haben herrliche Tage zusammen verlebt. Wir besuchten die malerische Ruine eines Klosters, das die Tartan zerstört haben. Wir ritten zusammen durch die Wälder und weit hinaus in die Steppe. Die Fürstin ist eine vollendete Amazone. Sie ist wunderbar, wenn sie zu Pferde sitzt. Jedes Mal, wenn sie in meine Hand statt in den Steigbügel trat und sich auf den Rücken ihres Eisenschimmels schwang, wenn sie mir voransprengte und der Marderpelz, mit dem die Jacke ihres blauen Reitkleides besetzt ist, anmutig auf dem Sattel schaukelte, entdeckte ich neue Reize an ihr. Wir saßen auch oft auf dem Balkon ihres Schlosses, die schwermütige Landschaft zu unseren Füßen, wir lasen zusammen und ich vollendete Wanders Bild. Und wie liebten wir uns, wie lachend war ihr reizendes Antlitz. Da kommt eine Freundin, eine galante Frau, die den Winter über in Paris und nur im Sommer in Galizien lebt, etwas älter, etwas erfahrener und etwas weniger ehrlich als Wanda und schon macht sich ihr Einfluss in jeder Richtung geltend. Wanda runzelt die Stirne und zeigt mir gegenüber eine gewisse Ungeduld. Liebt sie mich nicht mehr? Seit beinahe 14 Tagen dieser unerträgliche Zwang. Die Freundin wohnt bei ihr in ihrem Flügel, sie schläft sogar mit ihr in einem Zimmer, wir sind nie allein. Ein Kreis von Herrn, der aus der Nachbarschaft geflattert kommt, wie Mücken zum Licht, umgibt die beiden jungen Frauen. Ich spiele als Liebender mit meinem Ernste, meiner Schwermut eine alberne Rolle. Wanda behandelt mich wie einen Fremden. Heute bei einem Spaziergang blieb sie mit mir zurück. Ich sah, dass es mit Absicht geschah und jubelte. Was sagte sie mir aber? Meine Freundin begreift nicht, wie ich sie lieben kann. Sie findet sie weder schön noch sonst besonders anziehend und dazu unterhält sie mich vom Morgen bis in die Nacht hinein mit dem glänzenden, frivolen Leben in der Hauptstadt, mit den Ansprüchen, welche ich machen könnte, den großen Partien, welche ich finden, den vornehmen, schönen Anbetern, welche ich fesseln müsste. Aber was hilft dies alles? Ich liebe sie einmal. Mir verging einen Augenblick schickte Atem, dann sagte ich, ich wünsche bei Gott nicht ihrem Glück im Wege zu sein, Wanda, nehmen sie auf mich keine Rücksicht mehr. Dabei zog ich meinen Hut ab und ließ sie vorangehen. Sie sah mich erstaunt an, erwiderte jedoch keine Silbe. Als ich auf dem Rückwege wieder zufällig in ihre Nähe kam, drückte sie mir verstohlen die Hand und ihr Blick traf mich so warm, so glückverheißend, dass alle Qualen dieser Tage im Augenblick vergessen, alle Wunden geheilt waren. Jetzt weiß ich wieder so recht, wie ich sie liebe. Meine Freundin hat sich über dich beklagt, sagte mir Wanda heute. Sie mag fühlen, dass ich sie verachte. Weshalb verachtest du sie denn, kleiner Narr, rief Wanda und nahm mich mit beiden Händen bei den Ohren. Weil sie heuchelt, sagte ich. Ich achte nur eine Frau, die tugendhaft ist oder offen dem Genusse lebt. So wie ich, entgegnete Wanda scherzend. Aber siehst du, mein Kind, die Frau kann das nur in den seltensten Fällen. Sie kann weder so heiter sinnlich noch so geistig frei sein wie der Mann. Ihre Liebe ist stets ein aus Sinnlichkeit und geistiger Neigung gemischter Zustand. Ihr Herz verlangt danach, den Mann dauernd zu fesseln, während sie selbst dem Wechsel unterworfen ist. So kommt ein Zwiespalt, kommt Lüge und Trug, meist gegen ihren Willen, in ihr Handeln, in ihr Wesen und verdirbt ihren Charakter. Gewiss ist es so, sagte ich. Der transzendentale Charakter, welchen die Frau der Liebe aufdrücken will, führt sie zum Betrug. Aber die Welt verlangt ihn auch, fiel Mirwanda ins Wort. Sieh diese Frau an, sie hat in Lemberg ihren Mann und ihren Liebhaber, in Paris ein Heer von Anbetern und hier hat sie sofort einen neuen gefunden und sie bedrückt sie alle und ist doch von allen verehrt und von der Welt geachtet. Meinetwegen, rief ich, sie soll dich nur aus dem Spiele lassen, aber sie behandelt dich ja wie eine Ware. Warum nicht? unterbrach mich das schöne Weib lebhaft. Jede Frau hat den Instinkt, die Neigung, aus ihren Reizen Nutzen zu ziehen und es hat viel für sich, sich ohne Liebe, ohne Genuss hinzugeben. Man bleibt hübsch kaltblütig dabei und kann seinen Vorteil wahrnehmen. Wanda, du sagst das? Warum nicht? sprach sie. Merk dir überhaupt, was ich dir jetzt sage. Fühle dich nie sicher bei dem Weibe, das du liebst, denn die Natur des Weibes birgt mehr Gefahren, als du glaubst. Die Frauen sind weder so gut wie ihre Verehrer und Verteidiger noch so schlecht, wie ihre Feinde sie machen. Der Charakter der Frau ist die Charakterlosigkeit. Die beste Frau sinkt momentan in den Schmutz, die schlechteste erhebt sich unerwartet zu großen, guten Handlungen und beschämt ihre Verächter. Kein Weib ist so gut oder so böse, dass es nicht jeden Augenblick sowohl der teuflischsten als der göttlichsten, der schmutzigsten wie der reinsten Gedanken, Gefühle, Handlungen fähig wäre. Das Weib ist eben trotz allen Fortschritten der Zivilisation so geblieben, wie es aus der Hand der Natur hervorgegangen ist. Es hat den Charakter des Wilden, welcher sich treu und treulos, großmütig und grausam zeigt, je nach der Erregung, die ihn gerade beherrscht. Zu allen Zeiten hat nur ernste, tiefe Bildung den sittlichen Charakter geschaffen. So folgt der Mann, auch wenn er selbstsüchtig, wenn er böswillig ist, stets Prinzipien. Das Weib aber folgt immer nur Regungen. Vergesse das nie. Fühle dich nie sicher bei dem Weibe, das du liebst. Die Freundin ist fort, endlich wieder ein Abend mit Wanda allein. Es ist, als hätte sie alle Liebe, welche sie mir entzogen hat, für diesen einen seligen Abend aufgespart. So gütig, so innig, so voll der Gnaden ist sie. Welche Seligkeit, an ihren Lippen zu hängen, in ihren Armen hinzusterben und dann, wenn sie so ganz aufgelöst, so ganz mir hingegeben an meiner Brust ruht und unsere Augen wonnetrunken ineinander tauchen. Ich kann es noch nicht glauben, nicht fassen, dass dieses Weib mein ist, ganz mein. Wir fuhren nach der nahen Kreisstadt. Wanda hatte Einkäufer zu machen. Nach dem Diner gingen wir über die Promenade, auf der eben die schöne Welt, bestehend aus adeligen Damen in zweifelhafter Toilettbracht, einigen ewig lächelnden Beamtenfrauen, einem halben Dutzend mit Schmuck überladenen hübschen Jüdinnen und zwei ganzen jungen Herren mit Spazierstöcken in der Hand versammelt war. Plötzlich erschien der Oberst der Husan, die in der Kreisstadt in Garnison lagen, mit seinen Offizieren. Er erregte allgemeines Aufsehen durch seine athletische Gestalt und seine schöne Gesichtsbildung. Die Damen besonders staunten ihn wie ein wildes Tier an, er aber schritt finster, niemand beachtend durch die Allee. Plötzlich sah er Wanda, heftete seinen kalten, durchdringenden Blick auf sie, ja wendete den Kopf nach ihr und als sie vorüber war, blieb er stehen und sah ihr nach. Und sie? Sie verschlang ihn nur mit ihren funkelnden, grünen Augen und bot alles auf, ihm wieder zu begegnen. Die raffinierte Koketterie, mit der sie ging, sich bewegte, ihn ansah, schnürte mir den Hals zusammen. Als wir nach unserem Gasthof gingen, machte ich eine Bemerkung darüber. Sie runzelte die Stirne. Was willst du denn? sprach sie. Der Oberst ist ein Mann, der mir gefallen könnte, der mich sogar blendet. Und ich bin frei, ich kann tun, was ich will. Liebst du mich denn nicht mehr? stammelte ich erschrocken. Ich liebe dich, entgegnete sie, aber ich werde mir von dem Obersten den Hof machen lassen. Wanda! Bist du nicht mein Sklave? sagte sie ruhig. Bin ich nicht Venus, die grausame nordische Venus im Pelz? Ich schwieg. Ich fühlte mich von ihren Worten förmlich zermalmt. Ihr kalter Blick drang mir wie ein Dolch in das Herz. Du wirst sofort den Namen, die Wohnung, alle Verhältnisse des Obersten erfragen. Verstehst du? fuhr sie fort. Aber keine Einwendung. Gehorche, rief Wanda mit einer Strenge, die ich bei ihr nie für möglich gehalten hätte. Komme mir nicht unter die Augen, ehe du alle meine Fragen beantworten kannst. Als ich nach einer Stunde die gewünschten Auskünfte brachte, nickte mir die Fürstin spöttisch zu. Siehst du, Severin, sprach sie, wie gut du dich in deiner Rolle findest, wie brauchbar du bist. Jetzt gefällst du mir erst recht. Du erniedrigst mich, murmelte ich. Was? Sie sah mich scharf an. Ich mache aus dir, was ich will und was du selbst von ganzem Herzen verlangst, wenn du ehrlich bist. Ich bin darauf gefasst, dass du dich empörst, aber ich werde dich schon abrichten. Warte nur. Und jetzt lass anspannen, wir fahren nach Hause. Wir begegneten vormittags bei einer Spazierfahrt in der Richtung der Kreisstadt, dem obersten zu wagen. Er war offenbar unangenehm überrascht, mich an Wanderseite zu sehen und schien sie mit seinen elektrischen Augen durchbohren zu wollen. Sie aber, ich hätte in diesem Augenblick vor ihr niederknien und ihre Füße küssen mögen, sie schien ihn nicht zu bemerken. Sie ließ ihren Blick gleichgültig über ihn gleiten, wie über einen leblosen Gegenstand, einen Baum etwa, und wendete sich dann mit ihrem liebreizendsten Lächeln zu mir. Ich habe zu früh triumphiert. Kaum sind wir wieder nach Schloss Tarov zurückgekehrt, fährt der Oberst in den Hof herein. Ein Diener meldet seinen Besuch an. Wander schlüpft in ihre Pelzjacke, eilt vor den Spiegel, pudert sich das von dem kalten Herbstwind erhitzte Gesicht und schickt mich fort. Ich komme mir auf meinem Zimmer vor wie Bogatschew in dem Käfig, in dem ihn seine schöne Siegerin, Katharina die Zweite, grausam scherzend gesperrt hat. Und doch sollen meine Qualen erst beginnen. Wander ladet den Obersten ein, mit uns zu speisen. Und zum Überfluss kommt noch eine verschimmelte Edelfrau aus der Nachbarschaft mit zwei Töchtern, die immerfort lachen, aber dafür kein Wort sprechen und sie bleiben gleichfalls da. Und mir wird die angenehme Aufgabe zuteil, die drei Damen zu unterhalten, während der Oberst der Fürst in den Hof macht und sie nur noch für ihn Augen zu haben scheint. Mit was für einem Blick er ihr zuletzt zum Abschied die Hand küsst. Und sie ist nicht im Mindesten beleidigt von diesem Blick, der mich zum Mörder machen könnte. Ja, wie erst alle fort sind, schickt sie mich mit einem kalten Kusse fort und doch brennt noch durch mehr als zwei Stunden Licht in ihrem Zimmer. Wanda ist allein nach der Kreisstadt gefahren, in aller Frühe, ohne etwas zu sagen. Diese Nacht hat unerwartet den Winter gebracht und die weite Ebene, die Bäume, das Schloss in Schnee eingehüllt. In den riesigen kalten Kaminen heult und boltert der Wind und der Frost dringt durch alle Läden und Ritzen. In mir aber ist eine Glut, die mich zu verzehren droht. Ich schmachte wie ein Verdurstender, der Kopf brennt mir und das Herz zuckt wie in der glühenden Zange des Henkers. Sie ist bei ihm. Liebt sie mich nicht mehr? Und wenn sie mich noch liebt, wird sie dies hindern, ihm Gehör zu schenken? Sie weiß nichts von Entsagung. Sie lebt der Freude dem Genuss wie eine olympische Göttin. Sie ist bei ihm. Für sie sind es ein paar Stunden heiteren Genusses, nichts weiter. Für mich aber ist es eine Ewigkeit übermenschlicher Qual. Ich will nichts daran denken. Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Und doch muss ich daran denken. Und ich sehe sie vor mir, sie und ihn. Wenn sie mich auf einen glühenden Rost gelegt hätte, sie wäre gnädiger gegen mich gewesen als so. Und doch, diese Qual ist ebenso süß als entsetzlich. Ich leide im Genuss und genieße im Leiden. Sollte es noch eine größere Wollust geben als die, ein geliebtes Weib zu besitzen? Die Wollust, ein geliebtes Weib zu verlieren? Es ist Abend, als die Fürstin zurückkehrt und heiter lachend in mein Zimmer tritt, so frisch, so köstlich mit ihrem großen, schweren Pelz die Wangen gerötet, wie eine Rose, die der Frost überzogen hat. Sie küsst mich mit ihren kalten Lippen und plaudert so lebhaft und führt mich in ihren kleinen Salon, in dessen Kamin ein großes Feuer brennt, das denselben behaglich erwärmt hat, wirft ihren Pelz ab und die Kapuze mit dem Schleier, trillert ein französisches Liedchen und verschwindet dann, um sich umzukleiden. Ich werfe mich in einen Stuhl und starre in das Feuer. Mir stehen die Gedanken still. Da ist sie wieder. Die weiße Atlas-Schleppe rauscht hinter ihr, die Diamanten funkeln in ihrem Haare und sie schminkt sich fröstelnd in das weiche Pelzwerk ihrer Hermelinjacke und wie sie sich setzt, werden ihre kleinen Füße in den kleinen rotsamtenen Hermelinpantoffeln sichtbar. Ich vergesse, was ich gelitten habe, werfe mich vor ihr nieder und küsse ihre Füße. Warst du mir untreu? fragte ich mit bebender Stimme. Sie sieht mich an, sehr ruhig, fast ernst. Kein Wort mehr, Severin, spricht sie mit strengem Ton. Ich werde dir nicht Rede stehen. Ich verbiete dir, mich in dieser Weise ins Verhör zu nehmen. Du vergisst deine Stellung. Bist du mein Gatter? Als ich einige Zeit mein glühendes Antlitz in den kalten, glänzenden Wellen ihrer Atlasrobe bergen schwieg, fuhr sie fort. Ich habe dir gesagt, unter welchen Bedingungen ich die deine bin, Severin. Füge dich. Reize mich nicht. Ich warne dich, mich zu reizen. Du bist eifersüchtig? Sie begann zu lachen. Köstlich. Hast du sehr gelitten? Deine Eifersucht macht mir Vergnügen, aber wage es nicht, mir böse zu sein, mir Gesetze vorzuschreiben. Ich lebe dem Genuss, der Freude. Ich will kein Gesicht um mich sehen, das mich anklagt. Ich ertrage keine Fessel. Ich kenne keine Pflicht, am wenigsten in der Liebe. Ich liebe dich, Wanda, schrie ich auf. Wie soll ich lachen, wenn du einem anderen gehörst? Ich gehöre dir, erwiderte sie, keinem anderen. Indes habe ich nichts dagegen, wenn du eifersüchtig bist, solange mich deine Qualen belustigen, aber wehe dir, wenn deine Eifersucht mich zu langweilen beginnt. Als ich ihr Gute Nacht sagte, schien sie mir plötzlich ohne jeden Anlass zerstreut und verstimmt. Was sie wohl beschäftigen mochte? Mir ist leid, dass du gehst, sagte sie, als ich schon auf der Schwelle stand. Ich sehe, du bist nicht mehr so glücklich in meiner Nähe wie sonst. Es liegt ja nur bei dir. Gib es auf, mich zu quälen, flehte ich sie umschlingend. Werde mein Weib. Nie, Severin, sprach sie sanft, aber mit großer Festigkeit. Was ist das? Ich war bis in das Innerste meiner Seele erschrocken. Du bist kein Mann für mich. Ich sah sie an, zog meinen Arm, welcher noch immer um ihre Taille lag, langsam zurück und verließ das Gemach und sie, sie rief mich nicht zurück. Und wieder er. Er kommt so früh, als es der Anstand erlaubt und bleibt bis zum Anbruch der Nacht. Wie sie sich ansehen, wie ihre Hand fast zärtlich auf der Seinen ruht und sie gibt sich gar keine Mühe mehr zu verbergen, dass sie mit ihm allein sein will. Sie hat jeden Augenblick einen neuen Auftrag für mich, der mich für einige Zeit entfernt. Ja, sie behandelt mich ganz wie ihren Bedienten. Und er lächelt und zieht mich an, in einer Weise, ich könnte ihn morden für diesen Blick. Indes, was würde es mir nützen? Aber ich soll noch mehr erniedrigt werden. Der Oberst verlässt das Zimmer, um seinen Zigarrenetuit zu holen, das er in seinem Mantel vergessen hat und Wanda ruft mich mit einem stolzen Wink ihres schönen Kopfes zu sich. Fühlst du denn nicht, dass du überflüssig bist? Sagt sie rasch und mit einem Tone, der hart und hässlich klingt. Merkst du noch immer nicht, dass wir allein sein wollen? Geh augenblicklich auf dein Zimmer und warte, bis ich dich rufe. Fürstin, erwiderte ich am ganzen Leibe bebend, es scheint, dass sie mich in der Tat für ihren Bedienten halten. Das nicht, gab sie zur Antwort, aber für meinen Sklaven. Wollten sie nicht mein Sklave sein? Jetzt gehorchen sie, Marsch! Eine schlaflose Nacht. Ich habe so und so viele Entschlüsse gefasst und wieder verworfen. Am Morgen schrieb ich endlich einen Brief, worin ich unser Verhältnis für gelöst erklärte. Mir zitterte die Hand dabei und wie ich ihn siegelte, verbrannte ich mir die Finger. Als ich in den Flügel der Fürstin hinüberging, um ihn dem Stubenmädchen zu übergeben, drohten mir die Knie zu brechen. Da öffnete sich die Türe und Wander steckte den Kopf voll Papilotten heraus. Ich bin noch nicht frisiert, sprach sie lächelnd. Was haben Sie da? Einen Brief. An mich? Ich nickte. Ah, Sie wollen mit mir brechen, rief sie spöttisch. Haben Sie nicht erklärt, dass ich kein Mann für Sie bin? Ich wiederhole es Ihnen, sprach sie. Haben Sie mich nicht gestern fortgeschickt wie Ihren Bedienten? Gewiss. Um mit dem Obersten allein zu sein? Ohne Zweifel. Also, ich zittete am ganzen Leibe, die Stimme versagte mir, ich reichte ihr den Brief. Behalten Sie ihn, sagte sie mich kalt betrachtend. Sie vergessen, was wir ausgemacht haben. Wir sind jetzt auf jenen Punkte angelangt, wo gar nicht mehr die Rede davon ist, ob Sie mir als Mann genügen oder nicht. Zum Sklaven sind Sie jedenfalls gut genug. Gnädige Frau, rief ich empört. Ja, so haben Sie mich in Zukunft zu nennen, erwiderte Wander, den Kopf mit unsäglicher Geringschätzung emporwerfend. Ordnen Sie Ihre Angelegenheiten, ich reise in acht Tagen nach Italien und Sie begleiten mich als mein Diener. Wander! Ich verbitte mir jede Vertraulichkeit, sagte sie mir scharf das Wort abschneidend, ebenso, dass Sie, ohne dass ich rufe oder klingle, bei mir eintreten und zu mir sprechen, ohne von mir angeredet zu sein. Sie heißen von nun an nicht mehr Severin, sondern Gregor. Ich bebte vor Wut und doch, ich kann es leider nicht leugnen, auch vor Genuss und prickelnder Aufregung. Aber Sie kennen doch meine Verhältnisse, gnädige Frau, begann ich verwirrt. Ich bin doch von meinem Vater abhängig und zweifle, dass er mir eine so große Summe, als ich zu dieser Reise brauche. Umso besser, unterbrach mich Wander vergnügt. Dann bist du vollkommen von mir abhängig und in der Tat mein Sklave. Sie bedenken nicht, versuchte ich einzuwenden, dass ich als Mann von Ehre unmöglich, ich habe wohl bedacht, erwiderte sie fast im Tone des Befehls, dass sie als Mann von Ehre vor allem ihr Wort einzulösen haben. Sie werden mir als Sklave folgen, wohin ich es gebiete und mir in allem gehorchen, was ich auch befehlen mag. Nun können sie gehen. Ich wendete mich zur Türe. Noch nicht, Gregor, du darfst mir vorher die Hand küssen. Damit reichte sie mir dieselbe mit einer gewissen stolzen Nachlässigkeit zum Kusse. Und ich, ich elender Sklave, presste sie mit heftiger Zärtlichkeit an meine von Hitze und Erregung trockenen Lippen. Noch ein gnädiges Kopfnicken, dann war ich entlassen. Wanda ist wieder in der Kreisstadt, ohne Zweifel bei ihm. Sie belustigt sich zugleich an seinem Entzücken und an meiner Qual. Oh, wie ich leide. Sie kommt nicht, auch am zweiten Tag nicht, auch nicht am dritten. Es scheint, dass sie sich sehr gut amüsieren. Und ich? Was tue ich? Was bin ich? Ich habe kein Mitleid mit mir selbst, ich verachte mich. Und doch, könnte ich denn noch leben ohne sie? Wie ich sie liebe, wie ich sie anbete und umso mehr, je mehr sie mich misshandelt. Ich brannte noch spät am Abend Licht und Feuer im großen grünen Ofen, denn ich hatte noch manches an Briefen und Schriften zu ordnen und der Herbst war, wie es bei uns gewöhnlich der Fall ist, auf einmal mit voller Gewalt hereingebrochen. Plötzlich klopfte sie an meine Türe. Ich öffnete und sah sie draußen stehen in ihrer mit Hermelin besetzten Jacke und einer hohen, runden Kosakenmütze von Hermelin in der Art, wie sie die große Katharina zu tragen liebte. Nachdem sie hereingetreten war, fragte sie, die Brauen spöttisch zusammenziehend, Nun, wie gefalle ich dir? Du, wer erlaubt dir? Sie sind wunderbar schön, Fürstin. Wanda lächelte und setzte sich in meinen Lehnstuhl. Knie hier nieder, hier neben meinem Sessel. Ich gehorchte. Küsse mir die Hand. Ich fasste ihre kleine, kalte Hand und küsste sie und den Mund. Ich schlang meine Arme in leidenschaftlicher Aufwallung um die schöne, grausame Frau und bedeckte ihr Antlitz, Mund und Büste mit glühenden Küssen und sie gab sie mir mit gleichem Feuer zurück, die Lieder wie im Traum geschlossen. Plötzlich erhob sie den stolzen Kopf, sah mich an mit einer Art heiterer Neugierde und fragte dann ruhig, Bist du eifersüchtig? Ja. Auf den Obersten? Ja. Sie begann zu lachen. Wie leicht du es mir machst, dich zu peinigen. Ich war in der Kreisstadt, um alles für unsere Reise zu besorgen. Ich habe den Obersten gar nicht gesehen. Ich denke nicht einmal daran, mir von ihm den Hof machen zu lassen. Aber du hast mich schon ein wenig gelangweilt mit deiner ewigen Liebe und da wollte ich... Verstehst du jetzt? Sie begann mich wieder zu küssen, mörderisch, gleich einer Bachantin. Sie hat mich nicht verraten. Sie liebt mich und mich allein. Der Oberst kommt nicht mehr und auch sie fährt nicht mehr nach der Kreisstadt. Was habe ich alles in diesen Tagen gelitten? Um nichts. Die Fürstin ist gnädig mit mir wie noch nie, aber sie scheint mir etwas müde und auch zerstreut. Die Tage sind aber auch in der Tat zum Verzweifeln einförmig, rings um Schnee, hier und da ein paar Raben, die langsam vorübersegeln, diese ewige monotone Melodie des Windes im Schornsteine und des prasselnden Feuers im Kamin. Wanda schmiegt sich fröstelnd in den Hermelin ihrer Kasabajka und wir spielen Schach oder Dame, ja sogar Domino. Man kann sich doch nicht vom Morgen bis zum Abend und vom Abend bis zum Morgen nur lieben. Ja, ich glaube, ich liebe sie zu sehr, zu eintönig und das ermüdet sie. Aber ich wage es nicht, sie zu fragen. Das Feuer sinkt leise im Kamin, eine Katze schnurrt auf dem Sims desselben und der Schnee pocht einförmig an die Fenster. Wanda liegt in den weichen Polstern des türkischen Divans und ich liege zu ihren Füßen und spreche von meiner Liebe zu ihr, von diesem holden Wahnsinn, der mich willenlos in ihre süße Gewalt gibt und sie, sie ist plötzlich eingeschlafen. Ich erschrecke. Mein Herz steht still. Sind wir so weit? Ich sehe sie an, lange Zeit. Ich schwelge in dem Anblick dieser herrlichen Gestalt, die so vollkommen schön ist, von dem feingebildeten Kopf bis zu dem kleinen Fuße herab und werde nicht müde, sie zu betrachten, als sehe ich sie zum ersten Male und endlich küsse ich ihre vollen Lippen, die halb geöffnet sind. Sie regt sich, sie erwacht, sie lächelt. Ich will sie wieder küssen und sie macht sich los, sanft, aber entschieden. Höre mich an, beginnt sie ruhig. Ich will reisen. Wohin? Nach Italien, nach Florenz, wo ich eine schöne Villa besitze. Zu welchem Zwecke? Sind wir hier nicht glücklich? Du vielleicht, entgegnet sie, die Achseln zuckend. Ich aber will Menschen sehen und Zerstreuung haben. Du liebst mich, ja, aber mit deiner Liebe kann ich mir ebenso wenig die Zeit vertreiben, als ich mit derselben meine Casa Biker füttern lassen kann. Mein Pelzwerk hält mich wärmer als deine Liebe und in Florenz werde ich mich ohne dich besser amüsieren als mit dir in Tarof. Du willst ohne mich reisen? Nein, sagt sie rasch, mit dir, Severin, aber ich habe in Florenz viele Freunde, ich lebe dort wie unter einem Sturzglase. Was würde man sagen, wenn ich mit einem Anbeter käme? Deshalb wirst du die Rolle meines Dieners spielen. Keine Widerrede, du wirst, weil ich es so will, weil du dann ohne Gefahr für meinen Ruf in meinem Hause leben kannst und weil mir diese Situation viel Spaß verspricht. Ich werde dich Gregor nennen, du wirst mein Livret tragen, aber Wanda bedenke doch, ich habe alles bedacht, unterbrach sie mich. Du wirst mich Herr nennen, das Wort gefällt mir. Morgen früh um 9 Uhr fahren wir hier fort. Bis zur Kreisstadt bist du mein Begleiter, mein Freund. Von dem Augenblick hier an, wo wir in den Waggon steigen, mein Diener. Und nun, gute Nacht. Pünktlich um 9 Uhr morgens, wie sie es befohlen hatte, war alles zur Abreise bereit und wir verließen in einem bequemen Schlitten das alte Schloss, in dem sich das interessanteste Drama meines Lebens zu einem Knoten geschürzt hatte, dessen Auflösung damals kaum von jemandem geahnt werden konnte. In einem zweiten Schlitten folgte die Dienerschaft der Fürstin. Noch ging alles gut, ich saß an Wanda Seite und sie plauderte auf das liebenswürdigste und geistreichste mit mir, wie mit einem guten Freunde, über Italien, über Bissamskis neuen Roman, über wagnerische Musik. Sie trug auf der Reise eine Art Amazone, ein Kleid von schwarzem Tuche und eine kurze Jacke von gleichem Stoffe mit dunklem Pelzbesatz, welche sich knapp an ihre schlanken Formen schlossen und dieselben prächtig hoben, darüber einen dunklen Reisepelz. Das Haar, in einen antiken Knoten geschlungen, ruhte unter einer kleinen dunklen Pelzmütze, von welcher ein schwarzer Schleier ringsum herabfiel. Wanda war sehr gut aufgelegt, steckte mir Bonbons in den Mund, frisierte mich, löste mein Halsduch und schlang es in eine reizende kleine Masche, deckte ihren Pelz über meine Knie, um dann verstohlen die Finger meiner Hand zusammenzupressen und wenn unser Kutscher einige Zeit konsequent vor sich hin nickte, gab sie mir sogar einen Kuss und ihre kalten Lippen hatten dabei jenen frischen, frostigen Duft einer jungen Rose, welche im Herbst der einsam zwischen kahlen Stauden und gelben Blättern blüht und deren Kelch der erste Reif mit kleinen, eisigen Diamanten behangen hat. Da ist die Kreisstadt. Wir steigen vor dem Bahnhof aus. Wanda wirft ihren Pelz ab und mir mit einem reizenden Lächeln über den Arm, dann geht sie die Karten lösen. Wie sie zurückkehrt, ist sie vollkommen verändert. Hier ist ein Belä, Gregor, spricht sie in dem Tone, in welchem hochmütige Damen zu ihren Lakaien sprechen. Ein Belä dritter Klasse, erwidere ich mit komischem Entsetzen. Natürlich, fährt sie fort. Nun gib aber Acht, du steigst erst dann ein, wenn ich im Coupé bin und deiner nicht mehr bedarf. Auf jeder Station hast du zu meinem Waggon zu eilen und nach meinen Befehlen zu fragen. Versäume dies ja nicht und nun gib mir meinen Pelz. Nachdem ich ihr demütig wie ein Sklave hineingeholfen, suchte sie von mir gefolgt ein leeres Coupé erster Klasse auf, sprang auf meine Schulter gestützt hinein und ließ sich von mir die Füße in Bärenfelle einhüllen und auf die Wärmflasche setzen. Dann nickte sie mir zu und entließ mich. Ich stieg langsam in einen Waggon dritter Klasse, der mit dem niederträchtigsten Tabaksqualm, wie die Vorhölle mit dem Nebel des Acheron gefüllt war und hatte nun Muße über die Rätsel des menschlichen Daseins nachzudenken und über das Größte dieser Rätsel, das Vibe. So oft der Zug hält, springe ich heraus, laufe zu ihrem Waggon und erwarte mit abgezogener Mütze ihre Befehle. Sie wünscht bald einen Kaffee, bald ein Glas Wasser, einmal ein kleines Soupé, ein anderes Mal ein Becken mit warmem Wasser, um sich die Hände zu waschen. So geht es fort. Sie lässt sich von ein paar Kavalieren, die in ihr Copé gestiegen sind, den Hof machen. Ich sterbe vor Eifersucht und muss Sätze machen wie ein Springbock, um jedes Mal das Verlangte rasch zur Stelle zu schaffen und den Zug nicht zu versäumen. So bricht die Nacht herein. Ich kann weder einen Bissen essen noch schlafen, atme dieselbe verzwiebelte Luft mit polnischen Bauern, Handelsjuden und gemeinen Soldaten und sie liegt, wenn ich die Stufe ihres Coupés ersteige, in ihrem behaglichen Pelz auf den Polstern ausgestreckt, mit den Tierfällen bedeckt, eine orientalische Despotin und die Herren sitzen gleich indischen Göttern aufrecht an der Wand und wagen kaum zu atmen. In Wien, wo sie einen Tag bleibt, um Einkäufe zu machen und vor allem eine Reihe luxuriöser Toiletten anzuschaffen, sendet sie ihre Dienerschaft voraus nach Florenz und fährt fort, mich als ihren Bedienten zu behandeln. Ich gehe hinter ihr, respektvoll, zehn Schritte entfernt. Sie reicht mir, ohne mich nur eines freundlichen Blickes zu würdigen, die Pakete und lässt mich zuletzt wie einen Esel beladen nachkeuchen. Vor der Abfahrt nimmt sie alle meine Kleider, um sie an die Kellner des Hotels zu verschenken und befiehlt mir, ihre Livret anzuziehen, ein Krakusen-Kostüm in ihren Farben, hellblau mit rotem Aufschlag und viereckiger roter Mütze mit Pfau und Federn verziert, das mir gar nicht übel steht. Die silbernen Knöpfe tragen ihr Wappen. Ich habe das Gefühl, als wäre ich verkauft oder hätte meine Seele dem Teufel verschrieben. Mein schöner Teufel führt mich in einer Tour von Wien bis Venedig. Statt der leinenden, massuren und fettlockigen Juden leisten mir jetzt krausköpfige Contadini, ein prächtiger Sergeant des ersten italienischen Grenadierregiments und ein armer deutscher Malergesellschaft. Der Tabakdampf riecht jetzt nicht mehr nach Zwiebel, sondern nach Salami und Käse. Es ist wieder Nacht geworden. Ich liege auf meinem hölzernen Ruhebett. Arme und Beine sind mir wie zerbrochen, aber poetisch ist die Geschichte doch. Die Sterne funkeln ringsum, der Sergeant hat ein Gesicht wie Apollo von Belvedere und der deutsche Maler singt ein wunderbares deutsches Lied. Nun, alle Schatten dunkeln und Stern auf Stern erwacht, welchen Hauch der Sehnsucht flutet durch die Nacht. Durch das Meer der Träume steuert ohne Ruhe, steuert meine Seele deiner Seele zu. Und ich denke an die schöne Frau, die königlich ruhig in ihren weichen Pelzen schläft. Venedig, Getümmel, Geschrei, zudringliche Facchini und Gondolieri. Wanda wählt einen Wagen und weist die Träger ab. Wozu hätte ich denn einen Diener, spricht sie. Gregor, hier ist der Schein, hole das Gepäck. Sie wickelt sich in ihren Pelz und sitzt ruhig in der Gondel, während ich die schweren Koffer einen nach dem anderen herbeitrage. Unter dem Letzten breche ich einen Augenblick zusammen. Ein freundlicher Karabiniere mit intelligentem Gesicht steht bei mir. Sie lacht. Der muss schwer sein, sagt sie, denn in dem sind alle meine Pelze. Ich steige ein und wische mir die hellen Tropfen von der Stirne. Sie nennt das Hotel, die Gondoliere setzen ihre Ruder an. In wenigen Minuten halten wir vor der glänzend erleuchteten, wellenbespülten Marmortreppe. Sind Zimmer da? Fragt sie den Garçon. Ja, Madame. Zwei für mich, eines für meinen Diener, alle mit Öfen. Zwei elegante Madame, beide mit Kaminen für sie, entgegnete der Garçon, der herbeigeeilt ist, und eines ohne Heizung für den Bedienten. Zeigen Sie mir die Zimmer. Sie besichtigt sie, dann sagt sie kurz weg, gut, ich bin zufrieden. Machen Sie nur rasch Feuer, der Diener kann im ungeheizten Zimmer schlafen. Ich sehe sie nur an. Bringe die Koffer herauf, Gregor, befiehlt sie, ohne meine Blicke zu beachten. Ich mache in das Toilette und gehe in den Speisesaal hinab. Du kannst dann auch etwas zu Nacht essen. Während sie in das Nebenzimmer geht, schleppe ich die Koffer herauf, helfe dem Garçon, der mich über meine Herrschaft in schlechtem Französisch auszufragen versucht, in ihrem Schlafzimmer Feuer machen und sehe einen Augenblick mit stillem Neide den flackernden Kamin, das duftige weiße Himmelbett, die Teppiche, mit denen der Boden belegt ist. Dann steige ich müde und hungrig eine Treppe hinab und verlange etwas zu essen. Ein gutmütiger Kellner, der österreichischer Soldat war und sich alle Mühe gibt, mich deutsch zu unterhalten, führt mich in den Speisesaal und bedient mich. Eben habe ich nach 36 Stunden den ersten frischen Trunk getan, den ersten warmen Bissen auf der Gabel, als sie hereintritt. Ich erhebe mich. Wie können Sie mich in ein Speisezimmer führen, in dem mein Bedienter ist? Fährt sie den Garçon an, vor Zorn flammend, dreht sich um und geht hinaus. Ich danke indes dem Himmel, dass ich wenigstens ruhig weiter essen kann. Hierauf steige ich vier Treppen zu meinem Zimmer empor, in dem bereits mein kleiner Koffer steht und ein schmutziges Öllämpchen brennt. Es ist ein schmales Zimmer, ohne Kamin, ohne Fenster, mit einem kleinen Luftloch. Es würde mich, wenn es nicht so hundekalt wäre, an die Bleikammern des alten Venedigs erinnern. Ich muss unwillkürlich laut lachen, sodass es wiederholt und ich über mein eigenes Gelächter erschrecke. Plötzlich wird die Türe aufgerissen und der Garçon mit einer theatralischen Geste echt italienisch ruft. Sie sollen zu Madame hinabkommen, augenblicklich. Ich nehme meine Mütze, stolpere einige Stufen hinab, komme endlich glücklich im ersten Stockwerke vor ihrer Türe an und klopfe. Herein! Ich trete ein, schließe und bleibe an der Türe stehen. Wanda hat es sich bequem gemacht. Sie sitzt im Necliché von weißer Musselin und Spitze auf einem kleinen, roten Samtdiwan, die Füße auf einem Polster von gleichem Stoffe und hat ihren Pelzmantel umgeworfen, denselben, in dem sie mir zuerst als Göttin der Liebe erschien. Die gelben Lichter der Armleuchter, die auf dem Trümot stehen, ihre Reflexe in dem großen Spiegel und die roten Flammen des Kaminfeuers spielen herrlich auf dem grünen Samt, dem dunkelbraunen Zobel des Mantels, auf der weißen, glattgespannten Haut und in dem roten, flammenden Haar der schönen Frau, welche mir ihr helles, aber kaltes Antlitz zukehrt und ihre kalten, grünen Augen auf mir ruhen lässt. Ich bin mit dir zufrieden, begann sie. Ich verneigte mich. Komm näher! Ich gehorchte. Noch näher! Sie blickte hinab und strich mit der Hand über den Zobel. Ich sehe, dass sie doch mehr sind als ein gewöhnlicher Fantast. Sie bleiben mindestens hinter ihren Träumen nicht zurück. Sie sind der Mann, was sie sich auch einbilden mögen und wäre es das Tollste, auszuführen. Ich gestehe, das gefällt mir, das imponiert mir. Es liegt Stärke darin und nur die Stärke achtet man. Ich glaube sogar, sie würden in ungewöhnlichen Verhältnissen in einer großen Zeit das, was ihre Schwäche scheint, als eine wunderbare Kraft offenbaren. Unter den ersten Kaisern wären sie ein Märtyrer, zur Zeit der Reformation, ein Anabaptist. In der französischen Revolution einer jener begeisterten Girondisten geworden, die mit der Marseillaise auf den Lippen die Guillotine bestiegen. So aber sind sie mein Sklave. Sie sprang plötzlich auf, sodass der Pelz herabsank und schlang die Arme mit sanfter Gewalt um meinen Hals. Mein Severin, oh, wie ich dich liebe! Wie schmuck du in dem Krakauer Kostüm aussiehst, aber du wirst heute Nacht frieren in dem elenden Zimmer da oben, ohne Kamin. Und wieder begann sie mich zu streicheln, zu küssen und zog mich endlich auf den kleinen Samt-Divan nieder. Ich legte den Pelz um sie und Wanda schlüpfte mit dem rechten Arme in den Ärmel. So ist es auf dem Bilde von Tizian, sprach die Fürstin. Nun aber genug des Scherzes. Sieh doch nicht immer so unglücklich drein, das macht mich traurig. Du bist ja vorläufig nur für die Welt, mein Diener. Mein Sklave bist du noch nicht, du bist noch frei, kannst mich jeden Augenblick verlassen. Du hast deine Rolle herrlich gespielt, ich war entzückt. Aber hast du es nicht schon satt? Findest du mich nicht abscheulich? Nun, so sprich doch. Ich befehle es dir. Muss ich es dir gestehen, Wanda? Begann ich. Ja, du musst. Und wenn du es dann auch missbrauchst, fuhr ich fort. Ich bin verliebter als je in dich. Ich werde dich immer mehr, immer fantastischer verehren, anbeten, je mehr du mich misshandelst. Ich presste sie an mich und hing einige Augenblicke an ihren feuchten Lippen. Du schönes Weib, rief ich dann, sie betrachtend und riss in meinem Enthusiasmus den Zobelbelz von ihren Schultern und presste meinen Mund auf ihren Nacken. Du liebst mich also, wenn ich grausam bin, sprach Wanda. Geh jetzt, weißt mich. Hörst du nicht? Hilf mir in meinen Pelz. Ich half so gut ich konnte. Wie ungeschickt, rief sie und kaum hatte sie ihn an, schlug sie mich ins Gesicht. Ich fühlte es, wie ich mich entfärbte. Habe ich dir wehgetan? fragte sie und legte die Hand sanft auf mich. Nein, nein, rief ich. Du darfst dich allerdings nicht beklagen, du willst es ja so. Nun, gib mir noch einen Kuss. Ich schlang die Arme um sie und ihre Lippen sogen sich an den Meinen fest und wie sie in dem großen, schweren Pelz an meiner Brust lag, hatte ich ein seltsames, beklemmendes Gefühl, wie wenn mich ein wildes Tier eine Bärin umarmen würde und mir war es, als müsste ich jetzt und jetzt ihre Krallen in meinem Fleische füllen. Die Brust von lachenden Hoffnungen erfüllt, stieg ich in mein elendes Bedientenzimmer und warf mich auf mein hartes Bett. Das Leben ist doch eigentlich urkomisch, dachte ich mir. Vor kurzem hat noch das schönste Weib Venus selbst an deiner Brust geruht und jetzt hast du Gelegenheit, die Hölle der Chinesen zu studieren, welche die Verdammten nicht gleich uns in die Flammen werfen, sondern durch die Teufel auf Eisfelder treiben lassen. Wahrscheinlich haben ihre Religionsstifter auch in ungeheizten Zimmern geschlafen. Ich bin heute Nacht mit einem Schrei aus dem Schlafe aufgeschreckt. Ich habe von einem Eisfelde geträumt, auf dem ich mich verirrt hatte und vergebens den Ausweg suchte. Plötzlich kam ein Eskimo in einem mit Rentieren bespannten Schlitten und hatte das Gesicht des Garçons, der mir das ungeheizte Zimmer angewiesen. Was suchen Sie hier, Monsieur, rief er. Hier ist der Nordpol. Im nächsten Augenblick hier war er verschwunden und Wander flog auf kleinen Schlittschonen über die Eisfläche heran. Ihr weißer Atlas-Rock flatterte und knisterte, der Hermelin ihrer Jacke und Mütze, vor allem aber ihr Antlitz schimmerte weißer als der weiße Schnee. Sie schoss auf mich zu, schloss mich in ihre Arme und begann mich zu küssen und plötzlich fühlte ich mein Blut warm an mir herabrieseln. Was tust du? fragte ich entsetzt. Sie lachte und wie ich sie jetzt ansah, war es nicht mehr Wander, sondern eine große Bärin, welche ihre Tatzen in meinen Leib bohrte. Ich schrie verzweifelt auf und hörte ihr teuflisches Gelächter noch, als ich erwacht war und erstaunt im Zimmer herum sah. Früh am Morgen stand ich bereits vor Wanders Türe und als der Garçon den Kaffee brachte, nahm ich ihm denselben und servierte ihn meiner schönen Herrin. Sie hatte bereits Toilette gemacht und sah prächtig aus. Frisch und rosig, lächelte mir freundlich zu und gab mir einen Kuss. Nimm auch rasch dein Frühstück, Gregor sprach sie. Wir gehen dann sofort Wohnungen suchen. Ich will so kurz als möglich im Hotel bleiben. Hier sind wir furchtbar geniert und wenn ich etwas länger mit dir plaudere, heißt es gleich, die Russin hat mit ihrem Bedienten ein Liebesverhältnis. Man sieht, die Rasse der Katharina stirbt nicht aus. Eine halbe Stunde später gingen wir aus, wandern in ihrem Tuchkleide, ihrer russischen Mütze, ich in meinem Krakauer Kostüm. Wir erregten Aufsehen. Ich ging etwa zehn Schritte entfernt hinter ihr und machte ein finsteres Gesicht, während ich jede Sekunde in lautes Lachen auszubrechen fürchtete. Es gab kaum eine Straße, in der nicht an einem der alten Häuser eine kleine Tafel mit dem Camere Amobiliate prangte. Wanda sendete mich jedes Mal die Treppe hinauf und nur wenn ich die Meldung machte, dass die Wohnung ihren Absichten zu entsprechen scheine, stieg sie selbst empor. So war ich um Mittag herum bereits so müde wie ein Jagdhund nach einer Parforsjagd. Wieder traten wir in ein Haus und wieder verließen wir es, ohne eine passende Wohnung gefunden zu haben. Wanda war bereits etwas ärgerlich. Plötzlich sagte sie zu mir, Severin, der Ernst, mit dem du deine Rolle spielst, ist reizend und der Zwang, den wir uns auferlegt haben, regt mich geradezu auf. Ich halte es nicht mehr aus, du bist so lieb, ich muss dir einen Kuss geben. Komm in ein Haus hinein. Aber gnädige Frau wendete ich ein. Gregor, sie trat in die nächste offene Flur, ging einige Stufen der dunklen Stiege hinauf, schlang dann mit heißer Zärtlichkeit die Arme um mich und küsste mich. Ah, Severin, du warst sehr klug, du bist als Sklave weit gefährlicher, als ich dachte. Ja, ich finde dich unwiderstehlich. Ich fürchte, ich werde mich noch einmal in dich verlieben. Liebst du mich denn nicht mehr? fragte ich von einem jähn Schrecken ergriffen. Sie schüttelte ernsthaft den Kopf, küßte mich aber wieder mit ihren schwellenden, köstlichen Lippen. Wir kehrten in das Hotel zurück. Wanda nahm das Gabelfrühstück und gebot mir ebenfalls rasch etwas zu essen. Ich wurde aber selbstverständlich nicht so rasch bedient wie sie und so geschah es, dass ich eben den zweiten Bissen meines Beefsteaks zum Munde führte, als der Garson eintrat und mit seiner theatralischen Geste rief, augenblicklich zu Madame. Ich nahm einen raschen und schmerzlichen Abschied von meinem Frühstück und eilte müde und hungrig Wanda nach, welche bereits in der Straße stand. Für so grausam habe ich sie doch nicht gehalten, Herrin, sagte ich vorwurfsvoll, dass sie mich nach allen diesen Fatigen nicht einmal ruhig essen lassen. Wanda lachte herzlich. Ich dachte, du bist fertig, sprach sie. Aber es ist auch gut so. Der Mensch ist zum Leiden geboren und du ganz besonders. Die Märtyrer haben auch keine Beefsteaks gegessen. Ich folgte ihr grollend in meinen Hunger verbissen. Ich habe die Idee, hier eine Wohnung zu nehmen, aufgegeben, fuhr Wanda fort. Man findet schwer ein ganzes Stockwerk, in dem man abgeschlossen ist und tun kann, was man will. Auch muss bei einem so fantastischen Verhältnisse wie es das unsere ist alles zusammen stimmen. Wir reisen noch diesen Abend weiter nach Florenz, wo ich meine schöne Villa ganz für mich habe. Warte nur, du wirst staunen. Ich erlaube dir jetzt, dich satt zu essen und dich dann etwas in Venedig umzusehen. Vor dem Abend komme ich nicht nach Hause. Wenn ich dich dann brauche, werde ich dich rufen lassen. Wir sind in Florenz. Ich habe den Dom gesehen, den Palazzo Vecchio, die Loggia de Lanzi und bin dann lange am Arno gestanden. Immer wieder ließ ich meinen Blick auf der herrlichen, altertümlichen Stadt ruhen, deren runde Kuppeln und Türme sich weich in den blauen, wolkenlosen Himmel zeichneten, auf den prächtigen Brücken, durch deren weite Bogen der schöne gelbe Fluss seine lebhaften Wellen trieb, auf den grünen Hügeln, welche schlanke Zypressen und weitläufige Gebäude, Paläste oder Klöster tragend die Stadt umgeben. Es ist eine andere Welt, in der wir uns befinden, eine heitere, sinnliche und lachende. Auch die Landschaft hat nichts von dem Ernst, der Schwermut der unseren. Da ist weithin, bis zu den letzten weißen Villen, die im hellgrünen Gebirge zerstreut sind, kein Fleckchen, das die Sonne nicht in das hellste Licht setzen würde. Und die Menschen sind weniger ernst wie wir und mögen weniger denken. Sie sehen aber alle aus, als wenn sie glücklich wären. Man behauptet auch, dass man im Süden leichter stirbt. Mehr ahnt jetzt, dass es eine Schönheit gibt ohne Stachel und eine Sinnlichkeit ohne Qual. Wanda hat eine allerliebste kleine Villa auf einem der reizenden Hügel an dem linken Ufer des Arno, gegenüber der Kastine. Dieselbe liegt in einem hübschen Garten mit reizenden Laubgängen, Grasplätzen und einer herrlichen Kamelienflur. Sie hat nur ein Stockwerk und ist im italienischen Stile im Viereck erbaut. Die eine Front entlang läuft eine offene Galerie, eine Art Lodger mit Gipsabgüssen antiker Statuen, von der steinerne Stufen in den Garten hinabführen. Aus der Galerie gelangt man in ein Badezimmer mit einem herrlichen Marmerbossin, aus dem eine Wendeltreppe in der Schlafgemacht der Fürstin führt. Wanda bewohnt das erste Stockwerk allein. Mir wurde ein Zimmerebene Erde angewiesen, es ist sehr hübsch und hat sogar einen Kamin. Ich habe den Garten durchstreift und auf einem runden Hügel einen kleinen Tempel entdeckt, dessen Tor ich verschlossen fand, aber das Tor hatte eine Ritze und wie ich das Auge an dieselbe lege, sehe ich auf weißem Piedestal die Liebesgöttin stehen. Mich ergreift ein leiser Schauer, mir ist, als lächle sie mir zu. Bist du da? Ich habe dich erwartet. Ein Monat ist mir in heiterem Glück vorübergegangen wie eine selige Stunde. Wanda amüsiert sich, sie besucht Theater und Gesellschaften, sie fährt in die Kastine und empfängt die vornehme Welt in ihren Salons und weil es ihr in keiner Richtung und Zeitvertreib fehlt, ist sie jetzt auch wieder gnädig gegen mich. Solange die Sonne leuchtet, bin ich ihr Diener vor der Welt. Wenn es aber Nacht wird, die Glocke, die aus ihrem Schlafgemach herab in das Meine geht, leise ertönt und ich die kleine Wendeltreppe emporsteige in das von Duft erfüllte, mäßig erhellte Gemach, indem sie mich, in ihren großen, dunklen Pelz gehüllt, auf der Ottomane ausgestreckt erwartet, dann bin ich ein Gott. Eine neue, fantastische Toilette, russische Halbstiefel von Pfeilchenblauem Samt, mit Hermelin besetzt, eine Robe von gleichem Stoff, durch schmale Streifen und Korkaden desselben Pelzwerks geschürzt, ein entsprechender anliegender kurzer Paleto, gleichfalls reich mit Hermelin ausgeschlagen und gefüttert, eine hohe Mütze von Hermelinpelz im Stile Katharinas der Zweiten mit kleinem Reiherbusch, der von einer brillanten Agraffe gehalten wird, das rote Haar aufgelöst über den Rücken. So steigt die Fürstin auf den Bock und kutschiert selbst. Ich nehme den Platz hinter ihr ein. Wie sie die Pferde peitscht, das Gespann fliegt wie rasend dahin. Sie will heute offenbar Aufsehen erregen, erobern und das gelingt ihr vollständig. Heute ist sie die Löwin der Kastine. Man grüßt sie aus den Wegen, auf dem Pfade für die Fußgeher bilden sich Gruppen, welche von ihr sprechen. Doch niemand wird von ihr beachtet. Hier und da der Gruß eines älteren Kavaliers mit einem leichten Kopfnicken erwidert. Da sprengt ein junger Mann mit schlankem, wilden Rappen heran. Wie er Wanda sieht, bariert er sein Pferd und lässt es ihm Schritte gehen. Schon ist er ganz nahe. Er hält und lässt sie vorbei und jetzt erblickt auch sie ihn. Ihre Augen begegnen sich und wie sie an ihm vorbei jagt, kann sie sich von der magischen Gewalt der Seine nicht losreißen und wendet den Kopf nach ihm. Mir steht das Herz still bei diesem halb staunenden, halb verzückten Blick, mit dem sie ihm verschlingt. Aber er verdient ihn. Er ist bei Gott ein schöner Mann. Nein, mehr. Er ist ein Mann, wie ich noch nie einen lebendig gesehen habe. Im Belvedere steht er in Marmor gebildet, mit derselben schlanken und doch eisernen Muskulatur, demselben Antlitz, denselben wehenden Locken und was ihn so eigentümlich schön macht, ist, dass er keinen Bart trägt. Wenn er minder feine Hüften hätte, könnte man ihn für ein verkleidetes Weib halten und der seltsame Zug um den Mund, die Löwenlippe, welche die Zähne etwas sehen lässt und dem schönen Gesicht momentan etwas Grausames verleiht, Apollo, der den Marcius schindet. Er trägt hohe schwarze Stiefel, eng anliegende Beinkleider von weißem Leder, einen kurzen Pelzrock in der Art, wie ihn die italienischen Reiteroffiziere tragen, von schwarzem Samt mit Zobelbesatz und reicher Verschnürung auf den schwarzen Locken ein rotes Fes. Jetzt verstehe ich den männlichen Eros und bewundere den Sokrates, der einem solchen Alkibiades gegenüber tugendhaft blieb. So aufgeregt habe ich Wanda noch nie gesehen. Ihre Wangen loderten, als sie vor der Treppe ihrer Villa vom Wagen sprang, die Stufen hinauf eilte und mich mit einem gebieterischen Wink ihr Folgen hieß. Mit großen Schritten in ihrem Gemache auf und ab eilend begann sie mit einer Hast, die mich erschreckte. Du wirst erfahren, wer der Mann in den Kastinen war, heute noch, sofort. Oh, welch ein Mann! Hast du ihn gesehen? Was sagst du? Sprich! Der Mann ist schön, erwiderte ich dumpf. Er ist so schön! Sie hielt inne und stützte sich auf die Lehne eines Sessels, dass es mir den Atem benommen hat. Ich begreife den Eindruck, den er dir gemacht hat, antwortete ich. Meine Fantasie riss mich wieder im wilden Wirbel fort. Ich selbst war außer mir und ich kann mir denken, du kannst dir denken, lachte sie auf, dass dieser Mann mein Geliebter ist und du sein Sklave bist, dass er dich peitscht und es dir ein Genuss ist, von ihm gepeitscht zu werden. Geh jetzt! Geh! Ehe es Abend war, hatte ich ihn ausgekundschaftet. Wanda war noch in voller Toilette, als ich zurückkehrte. Sie lag auf der Ottomane, das Gesicht in den Händen vergraben, das Hafer wirrt. Wie nennt er sich? fragte sie mit unheimlicher Ruhe. Alexis Papadopoulos. Ein Grieche also, ich nickte. Er ist sehr jung, kaum älter als du selbst. Man sagt, er sei in Paris gebildet und nennt ihn einen Atheisten. Er hat auf Kandia gegen die Türken gekämpft und soll sich dort nicht weniger durch seinen Rassenhass und seine Grausamkeit wie durch seine Tapferkeit ausgezeichnet haben. Also, alles in allem, ein Mann, rief sie mit funkelnden Augen. Gegenwärtig lebt er in Florenz, fuhr ich fort. Er soll enorm reich sein, um das habe ich nicht gefragt, fühl sie mir rasch und schneidend in das Wort. Der Mann ist gefährlich. Fürchtest du dich nicht vor ihm? Ich fürchte ihn. Hat er eine Frau? Nein. Eine Geliebte? Auch nicht. Welches Theater besucht er? Heute Abend ist er im Theater Nicolini, wo die geniale Virginia Marini und Salvini, der erste lebende Künstler Italiens, vielleicht Europas, spielen. Sieh, dass du eine Loge bekommst. Rasch, rasch, befahl sie. Du kannst im Parterre warten, sprach sie, als ich ihr Opernglas und Affisch auf die Logenbrüstung gelegt hatte und eben den Schemel zurechtschob. Da stehe ich nun und muss mich an die Wand lehnen, um nicht umzusinken vor Neid und Wut. Nein, Wut ist nicht das Wort dafür. Vor Todesangst. Ich sehe sie im blauen Moré-Kleid mit dem großen Hermelin-Mantel um die bloßen Schultern in ihrer Loge und ihn ihr gegenüber. Ich sehe, wie sie sich gegenseitig mit den Augen verschlingen, wie für sie beide heute die Bühne, Goldonis Pamela, Salvini, die Marini, das Publikum, ja die Welt untergegangen ist und ich, was bin ich in diesem Augenblick hier? Als die Fürstin aus dem Theater zurückgekehrt, langsam, zugleich müde und sinnend die breite Marmortreppe ihrer Villa emporsteigt, folgte ich ihr. Die Eifersucht machte mich sinnlos. Sie aber bemerkte mich nicht einmal. Ich war in diesem Augenblick hier für sie gar nicht auf der Welt. Sie erblickte mich erst, als sie in ihrem kleinen, hell erleuchteten Salon den Hermelin-Mantel von den Schultern gleiten ließ im Spiegel und ohne nur den Kopf zu wenden, fragte sie nicht aufgebracht, aber auch in keiner Weise erfreut, einfach gleichgültig. Du hier? Ja, Fürstin, erwiderte ich. Ich habe ihnen etwas zu sagen. Ah, du bist wieder einmal eifersüchtig. Wanda ließ sich in einem der kleinen Verteus nieder und gehnte. Ja, denn, ich bin eifersüchtig, rief ich immer erregter. Ich leide furchtbar, aber diesmal gewiss nicht an eingebildeten Qualen. Dieser Mann, um dessen Willen sie heute das Theater besucht haben, den ihre Blicke aufforderten, ermunterten, hat einen Eindruck auf sie gemacht, den ich gar nicht für möglich gehalten hätte. Sie lieben ihn. Venus im Pelz wird zur gerenden Schäferin. Wanda ließ mich wie einen Bedienten vor sich stehen, während sie mir, im Foteu zurückgelehnt, lächelnd zuhörte. Dann nickte sie. Sie schien zufrieden. Gib mir den Fußschemmel, befahl sie kurz. Ich gehorchte und blieb, nachdem ich ihn vor sie gestellt und sie ihre Füße darauf gesetzt hatte, vor ihr Knien. Wie wird dies enden, fragte ich nach einer kurzen Pause traurig. Sie brach in ein mutwilliges Gelächter aus. Es hat ja noch gar nicht angefangen. Du bist herzloser, als ich dachte, erwiderte ich verletzt, empört. Severin begann Wanda ernst. Ich habe noch nichts getan, nicht das Geringste. Und du nennst mich schon herzlos. Wie wird das werden, wenn ich deine Fantasien erfülle? Wenn ich ein lustiges, freies Leben führe, einen Kreis von Anbetern um mich habe und ganz dein Ideal, ganz Venus im Pelz bin? Du nimmst meine Fantasie zu ernst. Zu ernst? entgegnete sie. Dachtest du, ich würde nur mit dir scherzen? Zu einer Komödie gebe ich mich nicht her. Du hast es so gewollt. Nun ist es mir allerdings ernst. Wanda, erwiderte ich liebevoll, willst du unser Glück einer Laune opfern? Es ist keine Laune mehr, rief sie. Was denn? fragte ich erschrocken. Es lag in mir, sprach sie ruhig, gleichsam nachsinnend. Trotzdem wäre es vielleicht nie an das Licht getreten, aber du hast es geweckt. Und jetzt, wo es mich ganz erfüllt, wo ich einen Genuss darin finde, wo ich nicht mehr anders kann und will, jetzt willst du zurück? Du? Bist du ein Mann? Liebe Wanda, ich begann sie zu küssen. Lass mich, du bist kein Mann. Und du? brauste ich auf. Ich bin eigensinnig, sagte sie. Das weißt du. Ich bin nicht im Fantasieren stark und im Ausführen schwach wie du. Wenn ich mir etwas vornehme, führe ich es aus und umso gewisser, je mehr Widerstand ich finde. Sie stieß mich von sich und stand auf. Wanda, ich erhob mich gleichfalls und stand ihr Auge in Auge gegenüber. Du kennst mich jetzt, fuhr sie fort. Ich warne dich noch einmal. Du hast die Wahl. Ich zwinge dich nicht mehr an zu gehören. Verlass mich, wenn du kannst. Wanda, antwortete ich bewegt. Du weißt nicht, wie ich dich liebe. Sie zuckte verächtlich die Lippen. Du irrst dich. Du machst dich hässlicher, als du bist. Deine Natur ist viel zu gut, zu edel. Was weißt du von meiner Natur, unterbrach sie mich heftig. Du sollst mich noch kennenlernen. Wanda, du kennst mich nicht, fuhr sie fort, indem sie sich gleichgültig, fast behaglich, in ihren Hermelinpelz hüllte und auf der Ottomane ausstreckte, den Kopf in die linke Hand gestützt. Ich selbst kenne mich erst seit kurzer Zeit. Von jener Stunde an, wo du zum ersten Male in mir ein Ideal, Venus im Pelz, erblickt hast, habe ich viel über mich, über mein Geschlecht nachgedacht. Jetzt weiß ich, dass nicht der Mann, sondern das Weib zur Herrschaft geboren ist. Das Weib ist von Natur aus geistiger als der Mann und beherrscht deshalb seine Sinne, beherrscht sich selbst in ungleich höherem Maße als der Mann, der nur zu leicht von seiner Sinnlichkeit und mit Hilfe dieser von dem Weibe unterjocht wird. Allerdings bis jetzt nur in der Liebe. Das Weib war in jeder anderen Beziehung, die unterdrückte, solange die brutale Gewalt regierte. Genauso wie jene Völker und in jedem Volke jene Stände, welche vorzugsweise das geistige Leben pflegten, vor nicht langer Zeit noch jenen dienstbar waren, welche die rohe Macht besaßen. Durch Jahrtausende vom großen Geistesleben ausgeschlossen, hat das Weib doch so glänzende Talente, einen so überlegenen Verstand bewahrt, dass man sich fragen muss, ob der Mann fähig sein wird, mit dem Weibe Schritt zu halten, wenn dieses erst durch Jahrhunderte die gleiche Bildung wie er genossen haben und dann durch Forterbung von Geschlecht zu Geschlecht seine angeborenen geistigen Eigenschaften gesteigert haben wird. Wir sind auf den Punkten angelangt, wo der Geist so weit zur Geltung gelangt ist, dass das Weib nicht mehr die Sklavin des Mannes ist, dass es um die Gleichstellung mit ihm zu kämpfen beginnt. Es wird sie erringen, aber nur um dann bald die Sache vollkommen umzukehren. In jener Zukunft, wo der Geist alles und die rohe Gewalt nichts mehr sein wird, wird das Weib herrschen und der Mann ihr Sklave sein. An die Stelle der Ehe, die das Weib erniedrigt, wird die freie Liebe treten. Ich staune, unterbrach ich die Fürstin spöttisch. Ich habe erwartet, dass sie den widerspenstigen Sklaven mit der Peitsche traktieren und sie antworten mir mit Gründen, ja mit einer ganzen philosophischen Deduktion. Das bringt mich ganz aus der Fassung. Wie naiv, rief Wander lächelnd. Nicht meine Logik bringt sie aus der Fassung, nur meine entblößte Büste, die aus dem schimmernden weißen Hermelin noch blendender hervortritt. Sie glauben? Oh, ich weiß. Aber hören Sie weiter. Ich bin nicht das Weib, mich mit der Zukunft zu trösten. Ich will die Gegenwart mein nennen und ohne jede Schranke. Ich kenne die Waffe, welche dem Weibe gegeben ist, um den Mann zu besiegen, zu unterjochen. Diese Waffe ist die Sinnlichkeit des Mannes und ich weiß auch, dass der Mann nur so lange zu unseren Füßen liegt, als er uns liebt, uns begehrt und dass er nur zu leicht zu unserem Tyrannen wird, sobald er uns erobert oder gar besitzt. Und deshalb werde ich niemals einem Manne angehören. Niemals. Ich werde ihn um mich dulden, solange er mich liebt und ihm den Abschied geben, sobald er Miene macht, meine Freiheit nur im Geringsten einzuschränken. Wander, stammelte ich erschreckt, du missverstehst mich, du gibst dem Gespräch eine Wendung. Du, Severin, unterbrach sie mich stolz und herrisch, du bist jetzt auf dem Punkte, den Tyrannen hervorzukehren, mir Gesetze vorzuschreiben, aber du irrst dich. Ich dulde keinen Herrn über mir und so wirst du in demselben Maße, in welchem du mein Tyrann zu werden versuchst, nur immer mehr mein Sklave werden. Ich warne dich zum letzten Mal, störe das Gleichgewicht nicht. Bist du es nicht, die einen anderen liebt, schrie ich auf, willst du mich wahnsinnig machen? Ich wiederhole dir, ich lasse meine Freiheit durch niemanden beschränken, auch durch dich nicht. Du willst also diesen Griechen zu deinem Anbeter machen? Das weiß ich noch nicht, sagte Wander, aber wenn ich es will, wirst du mich gewiss nicht hindern. Vielleicht doch. Wander sprang auf, ihre Nasenflügel flatterten wie im Zorne und ihre Brust wogte, während ihr Antlitz Marmor kalt blieb und ihre Stimme hell und ruhig erklang. Nun sind wir da angelangt, wo ich dich haben wollte, damit es klar wird zwischen uns. Du willst mich hindern? Sie begann leise zu lachen. Du wirst mich nicht hindern, Severin, aber wir sind auf dem Punkte, wo eines von uns beiden sich unterwerfen muss. Entschließe dich. Willst du dich fügen? Unbedingt? Und wenn ich nein sage? Dann, sie trat kalt und höhnisch auf mich zu und wie sie jetzt vor mir stand, die Arme auf der Brust verschränkt, mit dem bösen Lächeln um die Lippen, war sie in der Tat das despotische Weib meiner Fantasie und ihre Züge erschienen hart und in ihrem Blicke lag nichts, was Güte oder Erbarmen versprach, dann, wiederholte sie, werde ich dich fortschicken. Du bist frei, ich halte dich nicht. Wanda, mich, der dich so liebt. Ja, sie, Herr Kusiemski, der sie mich anbeten, rief sie verächtlich, aber ein Lügner, ein Wortbrüchiger sind. Verlassen sie mich augenblicklich. Wanda, Mensch, mir schoss das Blut zum Herzen, ich warf mich zu ihren Füßen und begann zu weinen. Noch Tränen, sie begann zu lachen. Oh, dieses Lachen war furchtbar. Gehen Sie, ich will sie nicht mehr sehen. Ich war davongerannt wie ein Mörder, der seinen Verfolger zu entkommen sucht. Die ganze Nacht irrte ich im Freien, in dem Dickichtum her, das den Arno von den Kastinen aus begleitet und schlief am Morgen in einer kleinen Schenke der Vorstadt, den Kopf auf die Arme und diese auf den Tisch gebettet ein. Dann durchwanderte ich die Stadt, ich war im Dom, in der Galerie des Palazzo Pitti, in Giardino Boboli und wieder in einer jener dunklen Spelunken, in denen man den besten Chianti findet und die schönsten Modelle zu Banditen. Und endlich bin ich wieder in der Dunkelheit des Abends vor der Villa der Fürstin. Ich öffne das Gittertor, das nur leicht angelehnt ist und frage mich, willst du dich unterwerfen? Unbedingt? Ich will nicht, aber ich muss. Wanda stand in der Lodger, die Arme auf das Geländer und den Kopf in die Hände gestützt. Sie trug ihren großen dunklen Sobelpelz, der ihren Kopf, ihr helles, schönes Antlitz und ihr goldrotes, in einen schlichten Knoten geschlungenes Haar, wie aus dem Halbdunkel eines Bildes von Rembrandt hervortreten ließ. Das mattsilberne Licht der Mondsichel spielte zauberhaft um die Statuen, die hinter ihr an der Wand standen. Sie sah mich an und ohne sich zu regen, begann sie leise zu lachen. Sie haben mich nicht erwartet, begann ich. Gewiss, gab sie zur Antwort, ich wusste, dass du kommen, dass du dich ergeben wirst. Sie lachte wieder. Wanda! Nun, wüsstest du, wie ich dich anbete? Wenn ich es nicht wüsste, wäre ich ja nicht so sicher, heute noch meinen Fuß auf deinen Nacken zu setzen. Du könntest dich doch irren. Ich stieg die Stufen der Galerie empor und stand jetzt neben ihr. Ohne mich eines Blickes zu würdigen, sprach sie, ich bin durchaus nicht aufgelegt, mit dir zu streiten. Wähle! Unterwirf dich unbedingt! oder verlass mich! Wanda, stoß mich nicht von dir, er flehte ich vollständig gebrochen. Unterwirf dich, wiederholte sie kalt. Ich kann es nicht ertragen, dass du einen anderen liebst. Du wirst es ertragen müssen, erwiderte sie. Du selbst hast die Bande gelöst, die uns vereint haben. Mein Geliebter bist du nicht mehr und kannst du nicht mehr sein. Mein Gott! Ich warf mich vor die Fürstin nieder und verbarg mein Antlitz und meine Tränen in den Falten ihres Pelzes. Erbarme dich doch meiner Wanda! Ich bin frei, fuhr sie fort. Ich habe keine Pflichten mehr gegen dich. Du langweilst mich. Mein Geliebter kannst du nicht mehr sein, aber ich will dich um mich dulden, als meinen Sklaven. Willst du mich zur Verzweiflung bringen? stieß ich mühsam hervor. Ich umfasste ihre Knie, ich küßte ihre Füße, ich weinte, ich flehte, ich gebärdete mich wie ein Wahnsinniger. Du glaubst nicht, sagte Wanda ruhig, welchen Genuss es mir bereitet, dich so zu sehen. Gnade, schrie ich auf. Steh auf und hör mich an, sprach sie, indem sie sich auf der steinernen Bank unter der Statue niederließ. Ich kann nicht länger die Deine sein, denn ich liebe dich nicht mehr. Du bist grausam. Nicht ich bin es, fuhr sie fort. Ich war dir treu, solange ich dich liebte. Ist dies nicht genug? Aber du bist grausam genug, von mir zu verlangen, dass ich dir gehöre, ohne Liebe, und dir die Treue bewahre, während ich einen anderen liebe. Und deshalb habe ich dir den Abschied gegeben. Ich lasse mich nicht tyrannisieren. Ich will frei sein. Wanda, willst du, dass ich mich töte, rief ich. Sprich es nur aus. Ich will dich um mich dulden, als meinen Sklaven, sprach sie. Ich wiederhole es dir. Ich kenne dich. Du schwörst mir jetzt gehorsam, unter Werfung, und ich weiß doch, dass du bei der ersten besten Gelegenheit wieder rebellisch wirst. Deshalb musst du in allem Ernste und im vollsten Sinne des Wortes mein Sklave sein. Du musst mir einen Vertrag unterzeichnen, ein Mittel an die Hand geben, um dich nötigenfalls mit Gewalt zu bändigen und zum Gehorsam zu zwingen. Willst du? In mir kämpften die widersprechendsten Empfindungen. Dein Ideal war ja immer ein despotisches, grausames Weib, fuhr die Fürstin fort. Nun hast du dieses Ideal gefunden. Mir wirbelte der Kopf, das Blut begann mir zu sieden. Ich starrte Wanda an und fand noch immer keine Worte. Ich suche den Genuss, sprach sie weiter, weil ich nicht an das Glück glaube. Alles, was die Menschen so nennen, besteht nur in ihrer Einbildung, beruht auf Selbsttäuschung. Ich bin zu verständig, um mir Illusionen zu machen. Ich weiß indes, dass auch jeder Genuss in Schmerz und Leiden endet, wie die Liebe in Hass. Mein Wesen empört sich aber dagegen, mich betrügen zu lassen, sei es von anderen, sei es von mir selbst. Und da es keine Wonne gibt, der nicht der Stachel der Qual beigegeben wäre, so räche ich mich an der feindseligen Natur, indem ich, statt mein Los zu beklagen, anderen gegenüber Schicksal spiele. Kann ich selbst nicht glücklich sein, so habe ich doch den Genuss, andere Leiden zu sehen und verzehnfacht, wenn ich es bin, durch die sie leiden. Unmöglich. Unmöglich? Die Fürstin sah mich verächtlich an. Ich habe einmal bei einer Hinrichtung zugesehen und mich köstlich unterhalten. Und sie haben den Unglücklichen nicht bedauert? Ich habe nur bedauert, dass ich es nicht war, die ihn hinrichten ließ. Seine Todesangst hätte mir dann noch einmal so viel Vergnügen gemacht. Und jetzt belustigen sie sich an meiner Qual. In der Tat. Aber dies ist nur der Anfang, sprach Wanderruhig. Ich will dich erst ganz in meiner Gewalt haben und dann sollst du mich kennenlernen. Entscheide dich also. Willst du mein Sklave sein? Ja, ich will, rief ich, indem ich mich vor ihr niederwarf. Ich war übernächtig, totgehetzt außer mir. Die Nähe der geliebten, schönen Frau ergriff mich wie ein Fieber. Ich weiß nicht mehr, was ich sprach, aber ich erinnere mich, dass ich ihre Füße küßte und zuletzt ihren Fuß auf meinen Nacken setzte. Jetzt bist du an dem Platze, der dir gebührt, sprach Wander zufrieden. Dann zog sie langsam den Fuß zurück und befahl mir aufzustehen. Mein Gott, rief ich noch immer vor ihr auf den Knien, ich will ihr alles tun, was du befiehlst, dein Sklave sein, ein Ding, mit dem du nach Willkür schaltest. Nur stoße mich nicht von dir. Ich gehe zugrunde. Ich kann nicht leben ohne dich. Ich bete dich so an, dass ich alles von dir dulden will, um den Preis, mein ganzes Leben in deiner Nähe sein zu dürfen. Unterschreibe mir also den Vertrag, den ich dir vorlegen werde. Ich will ganz in deiner Hand sein, Wander, rief ich willenlos, von jenem Taumel der Leidenschaft ergriffen, in dem ich nicht mehr klar denken noch frei beschließen kann. Ohne jede Bedingung, ohne jede Beschränkung deiner Gewalt über mich, ich will mich auf Gnade und Ungnade deiner Willkür überliefern. Mach mit mir, was du willst, nur stoße mich nicht ganz von dir. Du musst mir den Vertrag unterschreiben, sprach Wander, zu meiner Sicherheit und weil ich es will. Ich bin bereit. Und jetzt, wo du dich ganz in meine Hand geben willst, vor sie fort, warne ich dich zum letzten Mal. Noch bist du frei. Sobald du mir den Vertrag unterzeichnet hast, bist du mein Sklave. Und dann, Severin, werde ich meine Macht gebrauchen. Das versichere ich dir, ohne Rücksicht und ohne Erbarmen. Ich gehöre dir. Bedenke, Severin, es ist gefährlich für dich, sich mir so ganz hinzugeben. Du bist dann nichts weiter als mein Spielzeug. Und wer schützt dich davor, dass ich deinen Wahnsinn und meine Gewalt nicht missbrauche? Dein edles Herz. Gewalt macht übermütig. So sei übermütig, rief ich, tritt mich mit Füßen. Ja, du musst Sklave sein, die Peitsche fühlen, denn ein Mann bist du nicht, sprach sie ruhig. Und das war es, was mir so an das Herz griff, dass sie nicht im Zorne oder Hasse ja nicht einmal erregt, sondern mit voller Überlegung zu mir sprach. Ich kenne dich jetzt, deine Hundenatur, die anbetet, wo sie mit Füßen getreten wird und umso mehr, je mehr sie misshandelt wird. Ich kenne dich jetzt. Du aber sollst mich erst kennenlernen. Sie erhob sich und ging mit großen Schritten auf und ab, während ich vernichtet auf meinen Knien liegen blieb. Das Haupt war mir herabgesunken, die Tränen rannen mir herab. Aber mit einem Male von der ganzen wahnsinnigen Begeisterung meiner Liebe zu ihr erfasst, blickte ich trunken zu ihr empor. Wie schön du jetzt bist, rief sie, mich betrachtend. Dein Auge, wie in einer Verzückung halb gebrochen, entzückt mich, reißt mich hin. Du hast das Auge eines Märtyrers. Dein Blick müsste wunderbar sein, wenn du totgepeitscht würdest. So peitsche mich tot, murmelte ich. Geh jetzt, sagte sie mit dem Tone der Gebieterin. Ich werde den Vertrag aufsetzen und dich rufen lassen, sobald es an der Zeit ist. Eine Stunde vergeht, dann bringt mir die hübsche kleine Zofe den Befehl, vor der Herrin zu erscheinen. Ich steige die breite Marmortreppe empor, gehe durch den Vorsaal, einen großen, mit verschwenderischer Pracht eingerichteten Salon und bleibe vor der Türe des Schlafgemaches stehen, um Atem zu schöpfen, denn mir pocht das Herz bis zum Halse hinauf. Mir ist zumute, als stände ich vor dem Schlafgemach der großen Katharina und als müsste sie jeden Augenblick im grünen Schlafpelz mit dem roten Ordensbande auf der bloßen Brust und mit ihren kleinen, weißen, gepuderten Löckchen heraustreten. Als ich auf der Schwelle erscheine, erhebt sich die Fürstin von der rot-damastenen Ottomane, auf der sie gerut hat. Die ganze Einrichtung des Zimmers, Tapeten, Vorhänge, Portieren, Himmelbett, alles ist von rotem Damast und die Decke bildet ein herrliches Gemälde, Simson und Delila. Wanda empfängt mich in einem betörenden Desabillé. Das weiße Atlasgewand fließt leicht und malerisch an ihrem schlanken Leib herab und lässt Arme und Büste bloß, welche sich weich und nachlässig in die dunklen Fälle des großen, grünsamtenen Zobelpelzes schmiegen. Ihr rotes Haarfeld, halb offen, von Schnüren weißer Perlein gehalten, über den Rücken bis zur Hüfte herab. Venus im Pelz, rief ich unwillkürlich aus und sank zu ihren Füßen. Wanda betrachtete mich, auf den einen Arm gestützt und spielte mit meinem Haare. Liebst du mich noch? fragte sie. Ihr Auge verschwamm in süßer Wollust. Du fragst, rief ich. Ich will, dass du mich liebst, fuhr sie fort. Je mehr du nach mir schmachtest, umso mehr Vergnügen werde ich als deine Herrin empfinden. Und nun, da alles bereit ist, frage ich dich noch einmal. Ist es wirklich dein Ernst, mein Sklave zu werden? Du weißt ja, dass ich keine größere Seligkeit kenne, als die dir zu dienen, dein Sklave zu sein, und dass ich alles um das Gefühl gebe, mich ganz in deiner Hand zu wissen, mein Leben sogar. Wie du schön bist, flüsterte sie, wenn du so begeistert bist, wenn du so leidenschaftlich sprichst. Ich hatte die Absicht, mit dir nach Konstantinopel zu gehen, aber ich habe es mir überlegt. Welchen Wert hat es für mich, dort einen Sklaven zu haben, wo ihn ein jeder hat? Ich will hier, in unserer gebildeten, nüchternen, filisterhaften Welt, ich allein einen Sklaven haben, und zwar einen Sklaven, den nicht das Gesetz, nicht mein Recht oder rohe Gewalt, sondern ganz allein die Macht meiner Schönheit und meines Wesens willenlos in meine Hand gibt. Das finde ich bekannt. Hier ist der Vertrag, den ich aufgesetzt habe. Sie reichte in mir und damit du das Gefühl hast, ganz in meiner Hand zu sein, habe ich noch ein zweites Dokument aufgesetzt, in welchem du erklärst, dass du entschlossen bist, dir das Leben zu nehmen. Ich kann dich dann sogar töten, wenn ich will. Gib! Während ich die Dokumente entfaltete und zu lesen begann, holte Wanda Tinte und Feder, dann zog sie mich auf die Ottomane nieder, legte den Arm um meinen Nacken und blickte über meine Schulter in die Papiere. Das erste lautete Vertrag zwischen Frau Wanda von Dunajev und Herrn Severin von Kusiemski Herr Severin von Kusiemski hört mit dem heutigen Tage auf, der begünstigte Anbeter der Fürstin Wanda von Dunajev zu sein und verzichtet auf alle seine Rechte als solcher. Er verpflichtet sich mit einem Schwure und seinem Ehrenworte Edelmann fortan im vollsten Sinne des Wortes der Sklave derselben zu sein und zwar, solange sie ihm nicht selbst die Freiheit zurückgibt. Er hat als der Sklave der Fürstin den Namen Gregor zu führen, unbedingt jedem ihrer Befehle zu gehorchen, seiner Herrin mit Unterwürfigkeit zu begegnen, jedes Zeichen ihrer Gunst als eine außerordentliche Gnade anzusehen. Fürstin Dunajev darf ihren Sklaven nicht allein bei dem geringsten Versehen oder Vergehen nach gutdünken Strafen, sondern hat auch das Recht, ihn nach Laune oder nur zu ihrem Zeitvertreib zu misshandeln, wie es ihr eben gefällt, ja sogar zu töten, wenn es ihr beliebt. Kurz, er ist ihr unbeschränktes Eigentum. Sollte Fürstin Wanda ihrem Sklaven je die Freiheit schenken, so hat der Severin von Kusiemski alles, was er als Sklave erfahren oder erduldet, zu vergessen und nie und niemals unter keinen Umständen und in keiner Weise an Rache oder Wiedervergeltung zu denken. Unter dem Vertrag stand das Datum des heutigen Tages. Das zweite Dokument enthielt nur wenige Worte. Seit Jahren des Daseins und seinen Täuschungen überdrüssig, habe ich meinem wertlosen Leben freiwillig ein Ende gemacht. Mich fasste ein tiefes Grauen, als ich zu Ende war. Noch war es Zeit, noch konnte ich zurück, aber der Wahnsinn der Leidenschaft, der Anblick des schönen Weibes, das aufgelöst an meiner Schulter lehnte, rissen mich fort. Dieses hier musst du zuerst abschreiben, Severin, sprach Wanda auf das zweite Dokument deutend. Es muss vollkommen in deinen Schriftzügen abgefasst sein. Bei dem Vertrage ist das natürlich nicht nötig. Ich kopierte rasch die wenigen Zeilen, in denen ich mich als Selbstmörder bezeichnete und gab sie Wanda. Sie las und legte sie dann auf den Tisch. Nun hast du den Mut, das zu unterzeichnen, fragte sie, den Kopf neigend, mit einem feinen Lächeln. Ich nahm die Feder. Lass mich zuerst, sprach Wanda, dir zittert die Hand. Fürchtest du dich so sehr vor deinem Glück? Sie nahm den Vertrag und die Feder. Ich blickte im Kampfe mit mir selbst einen Augenblick empor und jetzt erst fiel mir, wie auf vielen Gemälden italienischer und holländischer Schule, der durchaus unhistorische Charakter des Deckengemäldes auf, der demselben ein seltsames, für mich geradezu unheimliches Gepräge gab. Delilah, eine üppige Dame mit flammendem rotem Haare, liegt halb entkleidet in einem dunklen Pelzmantel auf einer roten Ottomane und beugt sich lächelnd zu Simson herab, den die Philister niedergeworfen und gebunden haben. Ihr Lächeln ist in seiner spöttischen Koketterie von wahrhaft infernalischer Grausamkeit. Ihr Auge, halb geschlossen, begegnet jenem Simpsons, der noch im letzten Blick hier mit wahnsinniger Liebe an dem Ihren hängt, denn schon kniet einer der Feinde auf seiner Brust, bereit, ihm das glühende Eisen hineinzustoßen. So, rief Wanda, nun ist es an dir. Ich blickte in den Vertrag. Da stand in großen kühnen Zügen ihr Name. Noch einmal schaute ich in ihr zauberkräftiges Auge, da nahm ich die Feder und unterschrieb rasch den Vertrag. Du hast gezittert, sprach Wanda ruhig. Soll ich dir die Feder führen? Sie fasste in demselben Augenblicke sanft meine Hand und da stand mein Name auch auf dem zweiten Papier. Wanda sah beide Dokumente noch einmal an und schloss sie dann in den Tisch, welcher zu Häupten der Ottomane stand. So, nun gib mir noch deinen Pass und dein Geld. Ich ziehe meine Brieftasche hervor und reiche sie ihr. Sie blickt hinein, nickt und legt sie zu dem Übrigen, während ich vor ihr Knie und mein Haupt in süßer Trunkenheit an ihrer Brust ruhen lasse. Plötzlich stößt sie mich mit dem Fuße von sich, springt auf und zieht die Glocke. In demselben Augenblicke ist die Fürstin vollkommen verändert. Ihr schönes Gesicht hat mit einem Male einen Ausdruck von Härte und diabolischer Freude angenommen, der sie mir fast wie eine Fremde erscheinen lässt. Jetzt begreife ich auf einmal meine Lage und will mich erheben. Aber Wanda, welche hoch aufgerichtet ihr kaltes, schönes Antlitz mit den finsteren Brauen den höhnischen Augen mir zugewendet als Herrin gebietend vor mir steht, winkt mit der Hand und ehe ich noch recht weiß, was mit mir geschieht, haben mich die Negerinnen zu Boden gerissen, mir Beine und Hände fest zusammengeschnürt und die Arme wie einem, der hingerichtet werden soll, auf den Rücken gebunden. Nimm mir den schweren Pelz ab, Haidee. Er hindert mich, befiehlt Wanda mit unheimlicher Ruhe. Die Negerin gehorcht. Die Jacke dort. Haidee brachte rasch die prächtige rotsamtene Kasabayka, welche auf dem Bette lag und Wanda schlüpfte mit zwei unnachahmlich reizenden Bewegungen in den üppigen Hermelin, mit dem dieselbe besetzt und gefüttert war. Wie schön du bist, Herrin, rief ich vollkommen berauscht. Peitsche mich, peitsche mich, ohne Erbarmen, tritt mich mit Füßen. Bindet ihn an die Säule hier. Die Negerinnen heben mich auf, schlingen ein dickes Seil um meinen Leib und binden mich stehend an eine der massiven Säulen, welche den Himmel des breiten italienischen Bettes tragen. Gib mir die Peitsche, Heidi, befiehlt die Fürstin. Die Negerin reicht ihr signierend, während die anderen vorsichtig meine Fesseln prüfen. Dann sind sie auf einmal verschwunden, wie wenn die Erde sie verschlungen hätte. Wanda lässt die Peitsche, mich mit einem bösen Lächeln betrachtend, durch die Luft pfeifen, dann tritt sie rasch auf mich zu, das weiße Atlasgewand fließt ihr in langer Schleppe wie Silber, wie Mondlicht nach, ihre Haare lodern gleich Flammen auf dem schwellenden Hermelin ihrer Kasabayka. Jetzt steht sie vor mir, die linke Hand in die Seite gestemmt, in der rechten die Peitsche und stößt ein kurzes Lachen aus. Hab ich dich endlich, jauchst sie, jetzt bist du ganz in meiner Gewalt, so wie ich es wollte. Hast du noch Lust, mir Vorschriften zu machen? Jetzt hat das Spiel zwischen uns aufgehört, fuhr sie mit herzloser Kälte fort. Jetzt ist es ernst, du Thor, den ich verlache und verachte, der sich mir, dem übermütigen, launischen Weibe in wahnsinniger Verblendung als Spielzeug hingegeben hat. Du bist nicht mehr mein Geliebter, sondern mein Sklave. Auf Tod und Leben meiner Willkür preisgegeben. Fühle, was es heißt, in die Hände eines Weibes gegeben zu sein. Du sollst mich kennenlernen. Vor allem wirst du mir jetzt einmal im Ernste die Peitsche kosten, ohne dass du etwas verschuldet hast, damit du begreifst, was dich erwartet, wenn du dich ungeschickt, ungehorsam oder widerspenstig zeigst. Auf die Knie. Ich gehorchte. In demselben Augenblick gab mir Wanda einen Fußtritt. Dann schürzte sie den Ärmel ihrer Pelzjacke langsam auf und hieb mich über den Rücken. Ich zuckte zusammen. Die Peitsche schnitt wie ein Messer in mein Fleisch. Nun, wie gefällt dir das? rief sie. Ich schwieg. Wart nur, du sollst mir noch wie ein Hund wimmern unter der Peitsche, drohte sie und begann mich hierauf zu peitschen. Die Hiebe fielen rasch und dicht mit entsetzlicher Gewalt auf meinen Rücken, meine Arme, meinen Nacken. Ich biss die Zähne zusammen, um nicht aufzuschreien. Jetzt traf sie mich ins Gesicht. Das warme Blut tropfte mir herab, sie aber lachte und peitschte fort. Jetzt erst verstehe ich dich und deine Fantasien, rief sie dazwischen. Es ist wirklich ein unerhörter Genuss, einen Menschen so in seiner Gewalt zu haben und noch dazu einen Mann, der mich liebt. Du liebst mich doch, nicht? Oh, ich peitsche dich noch tot, so wächst mir bei jedem Hiebe das Vergnügen. Bist du noch eifersüchtig? Was? Ich liebe den Griechen, hörst du? Und ich werde ihn erhören. Nun, krümme dich doch ein wenig, ich schreie, wimmere, bitte um Gnade. Bin ich jetzt dein Ideal? Bin ich Venus im Pelz? Bei mir sollst du kein Erbarmen finden. Sie peitschte fort, grausam, schonungslos, furchtbar wie ein Henker. Ich stöhnte im Wahnsinn des Schmerzes auf und verging zugleich zu ihren Füßen vor Wolllust. Bitte um Gnade, ruft sie. Es ist so süß, durch dich zu leiden, murmelte ich. Sie lachte wie ein Teufel und peitschte weiter. Endlich scheint sie müde. Sie wirft die Peitsche weg, streckt sich auf der Otomane aus und klingelt. Die Negerinnen treten ein, bindet ihn los. Sie richten mich an der Säule auf. Wie sie mir das Seil lösen, schlage ich wie ein Stück Holz zu Boden. Die schwarzen Weiber lachen und zeigen die weißen Zähne. Löst ihm die Stricke an den Füßen. Es geschieht, ich kann mich erheben. Kommt zu mir, Gregor. Ich nähere mich dem schönen Weibe, das mir noch nie so verführerisch erschien wie heute in seiner Grausamkeit, in seinem Hohne. Noch einen Schritt, gebietet Wanda, knie nieder und küsse mir den Fuß. Sie streckt den Fuß unter dem weißen Atlas-Saum hervor und ich wahnsinniger presse meine Lippen darauf, während sie triumphierend lacht. Du wirst mich jetzt einen ganzen Monat nicht sehen, Gregor, spricht die Fürstin streng und majestätisch, damit ich dir fremd werde und du dich leichter in deine neue Stellung mir gegenüber findest. Du wirst während dieser Zeit im Garten arbeiten und meine Befehle erwarten. Und nun Marsch, Sklave! Nachdem ich die Nacht wie im Fieber in wirren Träumen gelegen, bin ich erwacht. Es dämmert kaum. Was ist wahr von dem, was in meiner Erinnerung schwebt? Was habe ich erlebt und was nur geträumt? Gepeitscht bin ich worden, das ist gewiss. Ich fühle noch jeden einzelnen Hieb. Ich kann die roten brennenden Streifen an meinem Leib zählen. Und sie hat mich gepeitscht, ja, jetzt weiß ich alles. Meine Fantasie ist Wahrheit geworden. Wie ist mir? Hat mich die Wirklichkeit meines Traumes enttäuscht? Nein, ich bin nur etwas müde, aber ihre Grausamkeit erfüllt mich mit Entzücken. Oh, wie ich sie liebe, sie anbete. Dies alles drückt nicht im Entferntesten aus, was ich für sie empfinde, wie ich mich ganz ihr hingegeben fühle, welche Seligkeit, ihr Sklave zu sein. Ein Monat ist in monotoner Regelmäßigkeit, in schwerer Arbeit, in schwermütiger Sehnsucht vergangen, in Sehnsucht nach ihr, die mir alle diese Leiden bereitet. Ich bin dem Gärtner zugewiesen, helfe ihm die Bäume, die Hecken stutzen, die Blumen umsetzen, die Beete umgraben, die Kieswege kehren, teile seine grobe Kost und sein hartes Lager, bin mit den Hühnern auf und gehe mit den Hühnern zur Ruhe und höre von Zeit zu Zeit, dass unsere Herrin sich amüsiert, dass sie von Anbetern umringt ist und einmal höre ich sogar ihr mutwilliges Lachen bis in den Garten hinab. Ich komme mir so einfältig vor. Bin ich es bei diesem Leben geworden oder war ich es schon vorher? Der Monat geht zu Ende, übermorgen. Was wird sie nun mit mir beginnen? Oder hat sie mich vergessen? Und ich kann bis zu meinem seligen Ende Hecken stutzen und Pukete binden? Ein schriftlicher Befehl. Mein Sklave wird hiermit zu meinem persönlichen Dienst befohlen, Wanda. Mit klopfendem Herzen teile ich am nächsten Morgen die damastene Portiere und drehte in das Schlafgemach meiner Göttin, das noch von Holdem halbdunkler füllt ist. Bist du es, Gregor? fragt sie, während ich vor dem Kamin knie und Feuer mache. Ich erzitterte bei dem Tone der geliebten Stimme. Sie selbst kann ich nicht sehen, sie ruht unnahbar hinter den Vorhängen des Himmelbettes. Ja, gnädige Frau, antworte ich. Wie spät? Neun Uhr vorbei. Das Frühstück. Ich eile es zu holen und knie dann mit dem Kaffeebrett vor ihrem Bette nieder. Hier ist das Frühstück, Herrin. Wanda schlägt die Vorhänge zurück und seltsam, wie ich sie in ihren weißen Kissen mit dem aufgelösten, flutenden Haar sehe, erscheint sie mir im ersten Augenblick vollkommen fremd. Ein schönes Weib, aber die geliebten Züge sind es nicht. Dieses Antlitz ist hart und hat einen unheimlichen Ausdruck von Müdigkeit, von Übersättigung. Oder habe ich für dies alles früher kein Auge gehabt? Sie heftet die grünen Augen mehr neugierig als drohend oder etwa mitleidig auf mich und zieht den dunklen Schlafpelz, in dem sie rot träge, über die entblößte Schulter herauf. In diesem Augenblicke ist sie so reizend, so sinnverwirrend, dass ich mein Blut zu Kopf und Herzen steigen fühle und das Brett in meiner Hand zu schwanken beginnt. Sie bemerkt es und greift nach der Peitsche, die auf ihrem Nachttisch liegt. Du bist ungeschickt, Sklave, sagt sie, die Stirne runzelnd. Ich senke den Blick zur Erde und halte das Brett so fest ich kann. Und sie nimmt das Frühstück und gehnt und dehnt ihre üppigen Glieder in dem herrlichen Pelz. Sie hat geklingelt. Ich trete ein. Diesen Brief an Alexis Papadopoulis. Ich eile in die Stadt, in das kleine Palais, in dem der schöne Grieche wohnt. Er empfängt mich in einem kleinen Kabinett, das dem Boudoir einer jungen, koketten Frau auf ein Haar gleicht. An seine Adonis-Gestalt schminkt sich weich und prächtig ein Schlafrock von gelber Seide, mit Hermelin gefüttert und ausgeschlagen. Ich übergebe den Brief, er sieht mich seltsam an mit seinen glühenden, schwarzen Augen und setzt sich dann an den Sekretär. Was ist dir? fragt die Fürstin lauernd, als ich ihr von Eifersucht verzehrt die Antwort kniend überreiche. Du bist so entsetzlich bleich. Nichts, Herrin. Ich bin nur etwas rasch gegangen. Beim Degenet ist der Grieche an ihrer Seite und ich bin verurteilt, sie und ihn zu bedienen, während sie scherzen und ich für beide gar nicht auf der Welt bin. Einen Augenblick wird es mir schwarz vor Augen. Ich schenke eben Bordeaux in sein Glas und schütte ihn über das Tischtuch, über ihre Robe. Wie ungeschickt, ruft Wanda und schlägt mich ins Gesicht. Der Grieche lacht und sie lacht gleichfalls und mir schießt das Blut ins Gesicht. Nach dem Degenet fährt sie in die Kastine ohne ihn. Sie kutschiert selbst den kleinen Wagen mit den hübschen englischen Braunen. Ich sitze hinter ihr und sehe, wie sie kokettiert und lächelnd dankt, wenn sie von einem der vornehmen Herren gegrüßt wird. Als ich ihr aus dem Wagen helfe, stützt sie sich leicht auf meinen Arm, die Berührung durchzuckt mich elektrisch. Ach, dieses Vibe ist doch wunderbar und ich liebe sie mehr als je. Zum Diner um 6 Uhr abends ist eine kleine Gesellschaft von Damen und Herren da. Ich serviere und diesmal schütte ich keinen Wein über das Tischtoch. Eine Ohrfeige ist doch eigentlich mehr als zehn Vorlesungen. Man begreift so schnell, besonders wenn es eine kleine, schöne Frauenhand ist, die uns belehrt. Nach dem Diner fährt sie in die Bergola, wie sie die Treppe herabkömmt in ihrem schwarzen Samtkleide mit dem weißen Mantel von Hermelin, ein Diadem aus weißen Rosen im Haare, sieht sie wahrhaft blendend aus. Ich öffne den Schlag, helfe ihr in den Wagen. Vor dem Theater springe ich vom Bock. Sie stützt sich beim Aussteigen auf meinen Arm, welcher unter der süßen Last erbebt. Ich öffne die Türe der Loge und warte dann im Gange. Vier Stunden dauert die Vorstellung, während welcher sie die Besuche ihrer Kavaliere empfängt und ich die Zähne vor Wut zusammenbeiße. Es ist weit über Mitternacht, dass die Klingel der Herrin zum letzten Male tönt. Feuer, befiehlt sie kurz und wie es im Kamine zu prasseln beginnt, Tee. Als ich mit dem Samovar zurückkehre, hat sie sich bereits entkleidet und schlüpft eben mit Hilfe der Negerin in ihr weißes Neglischee. Haidee entfernt sich hierauf. Gib mir den Schlafpelz, sagt Wanda, ihre schönen Glieder schläfrig dehnend. Ich hebe ihn vom Foteu und halte ihn, während sie langsam träge in die Ärmel in das wollüstig-weiche Pelzwerk schlüpft. Dann wirft sie sich in die Polster der Ottomane. Zieh mir die Schuhe aus und dann die Samtpantoffel an. Ich knie nieder und ziehe an dem kleinen Schuh, welcher mir wieder steht. Rasch, rasch, ruft die Fürstin. Du tust mir weh. Warte nur, ich werde dich noch abrichten. Sie schlägt mich, schon ist es gelungen. Und jetzt Marsch. Noch ein Fußtritt, dann darf ich zur Ruhe gehen. Es gibt Augenblicke, wo ich Wanda hasse, wo ich sie ermorden könnte. Aber dieser Hass ist auch nur eine Aufwallung meiner grenzenlosen Liebe. Ich könnte meine Fesseln zerbrechen. Wer hindert mich, ihr zu entfliehen? Aber ich bleibe zu ihren Füßen, demütig wie ein Hund, weil ich nicht mehr leben kann, ohne sie. Je mehr sie mich quält, misshandelt, verlacht, umso mehr wächst meine Leidenschaft. Sie steigert sich bis zum Wahnsinn. Ich sehne mich danach, von ihren kleinen Füßen getreten, von ihrer schönen Hand gepeitscht zu werden. Oh, wie schön ist sie im Zorne und wie berückend in ihrer kalten Grausamkeit. Heute habe ich sie zu einer Soirée begleitet. Im Vorzimmer befahl sie mir, ihr den Pelz abzunehmen, dann trat sie mit einem stolzen Lächeln ihres Siegesgewiss in den glänzend erleuchteten Saal. Welch ein Genuss, einem schönen, üppigen Weibe einen Pelz umzugeben, zu sehen, zu fühlen, wie ihr Nacken ihre herrlichen Glieder sich in die köstlichen, weichen Felle schmiegen und die wogenden Locken aufzuheben und über den Kragen zu legen und dann, wenn sie ihn abwirft und die holde Wärme und ein leichter Duft ihres Leibes hängen an den goldenen Haarspitzen des Zobels, es ist um die Sinne zu verlieren. Endlich ein Tag ohne Gäste, ohne Theater, ohne Gesellschaft, ich atme auf. Wanda sitzt in der Galerie und liest, für mich scheint sie keinen Auftrag zu haben, mit der Dämmerung, dem silbernen Abendnebel zieht sie sich zurück. Ich bediene sie beim Diner, sie speist allein, aber sie hat keinen Blick, keine Silbe für mich, nicht einmal einen Fußtritt. Wie sehne ich mich nach einem Schlag von ihrer Hand. Mir kommen die Tränen, ich fühle, wie tief sie mich erniedrigt hat, so tief, dass sie es nicht einmal der Mühe wert findet, mich zu quälen, zu misshandeln, ehe sie zu Bette geht, ruft mich ihre Klingel. Du wirst heute bei mir schlafen, ich habe die vorige Nacht abscheuliche Träume gehabt und fürchte mich allein zu sein. Nimm dir einen Polster von der Ottomane und lege dich auf das Bärenfeld zu meinen Füßen. Hierauf verlöschte Wanda die Lichter, sodass nur eine kleine Ampel von der Decke herab das Timmer beleuchtete und stieg in das Bett. Rühre dich nicht, damit du mich nicht wächst. Ich tat, wie sie befohlen hatte, aber ich konnte lange nicht einschlafen. Ich sah das schöne Weib, schön wie eine Göttin, in ihrem dunklen Schlafpelzruhen, auf dem Rücken liegend, die Arme unter dem Nacken, von ihren roten Haaren überflutet. Ich hörte, wie sich ihre herrliche Brust im tiefen, regelmäßigen Atemholen hob und jedes Mal, wenn sie sich nur erregte, war ich wach und lauschte, ob sie meiner bedürfe. Aber sie bedürfte meiner nicht. Ich hatte keine andere Aufgabe zu erfüllen, als ein Nachtlicht oder ein Revolver, den man sich zum Bette legt. Entspringt dies alles in einem erfinderischen, mutwilligen Frauengehirne, in der Absicht, meine Fantasien zu übertreffen, oder ist dieses Weib wirklich eine jener neuronischen Naturen, welche einen teuflischen Genuss darin finden, Menschen, welche denken und empfinden und einen Willen haben, wie sie selbst, gleich einem Wurme unter dem Fuße zu haben? Was habe ich erlebt? Als ich an diesem Morgen vor ihr niederkniete, um ihr die kleinen Pelzpantoffel anzuziehen, legte Wanda plötzlich die Hand auf meine Schulter und tauchte ihre Augen tief in die Meinen. Was du für schöne Augen hast, sprach sie leise, und jetzt erst recht, seitdem du leidest. Bist du recht unglücklich? Ich senkte den Kopf und schwieg. Liebst du mich? fragte sie heiter. Das ist ja mein Elend, antwortete ich, dass ich dich immer mehr, immer wahnsinniger liebe, je mehr du mich misshandelst, je öfter du mich verratest. Ich werde noch sterben vor Schmerz und Liebe und Eifersucht, aber ich habe dich ja noch gar nicht verraten, erwiderte Wanda lächelnd. Um Gottes Willen, scherze nicht so unbarmherzig mit mir, rief ich. Habe ich nicht selbst den Brief zum Griechen? Allerdings, eine Eindeutung zum Déjeuner, nichts weiter. Aber ich werde mir einen Anbeter nehmen, sonst machst du mir am Ende noch Vorwürfe, dass ich nicht grausam genug gegen dich war. Jetzt bin ich aber in der Laune, mich mit dir zu unterhalten. Sie erhob sich und zog die Schwarzsamtene mit schwarzem Pelz besetzte und gefütterte weite Jacke, welche sie über einer schwarzseidenen Schleppe trug, kokett über die Hüften hinab. Ich kniete nieder und küßte den Saum ihres Gewandes. Oh, wie schön du bist, Herrin, rief ich entzückt. Gefall ich dir? Sie trat vor den Spiegel und betrachtete sich mit stolzem Wohlgefallen. Ich werde noch wahnsinnig. Sie zuckte verächtlich mit der Unterlippe und sah mich mit halbgeschlossenen Lidern spöttisch an. Dann ließ sie sich auf der Ottomane nieder, legte sich hierauf in die Polster zurück und öffnete langsam ihre Kasabayka. Ich aber deckte das dunkle Pelzwerk rasch wieder über ihre halbentblößte Brust. Du machst mich wahnsinnig, stammelte ich. Das will ich ja, erwiderte sie kalt. Ich kniete vor ihr und bedeckte ihre Brust mit heißen Küssen. Wie du feurig bist, fuhr sie fort. Ich befehle dir zu vergessen, dass du mein Sklave bist. Sei gnädig, Wanda, murmelte ich. So komm. Schon lag ich in ihren Armen und sie küßte mich wie eine Schlange mit der Zunge. Die Welt ging unter. Mir war es, als schlügen die Wogen des Meeres über mir zusammen. Als ich endlich zu mir kam, spielte Wanda's weiße Hand mit meinen Locken. Bist du glücklich? fragte sie spöttisch. Unendlich, rief ich. Sie lachte auf. Es war ein böses, gellendes Gelächter, bei dem es mich kalt überrieselte. Früher träumtest du der Sklave, das Spielzeug eines schönen Weibes zu sein und in diesem Augenblick bildest du dir ein, mein Geliebter zu sein. Du Thor! Ein Wink von mir und du bist wie der Sklave. Auf die Knie! Ich sank von der Ottomane herab zu ihren Füßen. Mein Auge hing noch zweifelnd an dem ihren. Du kannst es nicht fassen, sprach sie mich mit auf der Brust verschränkten Armen betrachtend. Ich langweile mich und du bist eben gut genug, mir ein paar Stunden die Zeit zu vertreiben. Sieh mich nicht so an! Sie trat mich mit dem Fuße. Du bist eben, was ich will. Ein Mensch, ein Gott oder ein Ding, ein Tier. Sie klingelte. Die Negerinnen traten ein. Bindet ihm die Hände auf den Rücken. Ich blieb knien und ließ es ruhig geschehen. Dann führten sie mich zu dem Garten hinab, bis zu dem kleinen Weinberg, der ihn gegen Süden begrenzt. Zwischen den Traubengeländen war Mais angebaut gewesen, da und dort ragten noch einzelne dürre Stauden. Seitwärts stand ein Pflug. Die Negerinnen banden mich an einen Pflock und unterhielten sich damit, mich mit ihren goldenen Haarnadeln zu stechen. Es dauerte jedoch nicht lange, so kam Wanda, eine russische Mütze von schwarzem Pelz auf den Kopf, die Hände in den Taschen ihrer Kasabayka. Sie ließ mich losbinden, mir die Arme auf den Rücken schnüren, mir ein Joch auf den Nacken setzen und mich in den Pflug spannen, während sie behaglich eine Zigarette rauchte. Dann stießen mich ihre schwarzen Teufelinnen in den Acker, die eine führte den Pflug, die andere lenkte mich mit dem Seil, die dritte trieb mich mit der Peitsche an und Venus im Pelz stand zur Seite und sah mit grausamem Vergnügen zu. Heute besucht sie den Ball bei dem griechischen Gesandten. Weiß sie, dass sie den schönen Griechen trifft? Sie hat sich wenigstens danach angezogen. Ein schweres, mehrgrünes Seidenkleid schließt sich plastisch an ihre göttlichen Formen und zeigt Büste und Arme unverhüllt. In dem Haar, das in kunstvoller Unordnung Flammen sprüht, blüht eine weiße Seerose, von der grünes Schilf mit einzelnen losen Flechten vermischt auf den Nacken herabfällt. Keine Spur von Erregung, von jener zitternden Fieberhaftigkeit in ihrem Wesen. Sie ist ruhig, so ruhig, dass mir das Blut dabei erstarrt und ich mein Herz unter ihren Blicke kalt werden fühle. Langsam, mit müder Träger Majestät steigt sie die Marmorstufen hinauf, lässt ihre kostbare Umhüllung herabgleiten und tritt nachlässig in den Saal, den der Rauch von hundert Kerzen mit silbernem Nebel gefüllt hat. Einige Augenblicke sehe ich ihr wie verloren nach. Dann hebe ich ihren Pelz auf, der, ohne dass ich es wusste, meinen Händen entzunken war. Er ist noch warm von ihren Schultern. Ich küsse die Stelle und Tränen füllen meine Augen. Da ist er, in seinem mit dunklem Zobel verschwenderisch ausgeschlagenen schwarzen Samtrock, ein schöner, übermütiger Despot, der mit Menschenleben und Menschenseelen spielt. Er steht im Vorsaal, sieht stolz umher und lässt seine Augen unheimlich lange auf mir ruhen. Mich fasst unter seinem eisigen Blick wieder jene entsetzliche Todesangst, wie bei der ersten Begegnung in der Kastine, die Ahnung, dass dieser Mann sie fesseln, sie berücken kann und ein Gefühl von Scham seiner wilden Männlichkeit gegenüber, von Neid, von Eifersucht, wie ich mich so recht als den verschraubten, schwächlichen Geistesmenschen fühle und was das schmachvollste ist, ich möchte ihn hassen und kann es nicht. Und wie kommt es, dass auch er mich, gerade mich unter dem Schwarm von Dienern herausgefunden hat? Er winkt mich mit einer unnachahmlich vornehmen Kopfbewegung zu sich und ich, ich folge seinem Winke gegen meinen Willen. Nimm mir den Pelz ab, befiehlt er ruhig. Ich zittere am ganzen Leib vor Empörung, aber ich gehorche demütig wie ein Sklave. Ich harre die ganze Nacht im Vorsaal wie im Fieber fantasierend. Seltsame Bilder schweben meinem inneren Auge vorbei. Ich sehe, wie sie sich begegnen, den ersten langen Blick. Ich sehe sie in seinen Armen durch den Saal schweben, trunken mit halbgeschlossenen Lidern an seiner Brust liegen. Ich sehe ihn in ihrem Schlafgemach als Sieger, als Herrn auf der Ottomanen liegen und mich zu seinen Füßen als Sklaven ihn bedienen und ich sehe das Teebrett in meiner Hand schwanken und ihn mit grausamer Freude nach der Peitsche greifen. Jetzt sprechen die Diener von ihm. Er ist ein Mann wie ein Weib. Er weiß, dass er schön ist und benimmt sich danach. Er wechselt vier bis fünf Mal im Tage seine kokette Toilette, gleich einer eitlen Kortisane. In Paris erschien er zuerst in Frauenkleidern und die Herren bestürmten ihn mit Liebesbriefen. Ein durch seine Kunst und Leidenschaft gleich berühmter italienischer Sänger drang bis in seine Wohnung und drohte vor ihm auf den Knien, sich das Leben zu nehmen, wenn er ihn nicht erhöre. Ich bedauere, erwiderte er lächelnd. Ich würde Sie mit Vergnügen begnadigen, aber so bleibt nichts übrig, als Ihr Todesurteil zu vollstrecken, denn ich bin ein Mann. Der Saal hat sich schon bedeutend geleert. Sie aber denkt offenbar noch gar nicht daran aufzubrechen. Schon dringt der Morgen durch die Jalousien. Endlich rauscht ihr schweres Gewand, das ihr gleich grünen Wellen nachfließt. Sie kommt Schritt für Schritt im Gespräch mit ihm. Ich bin für sie kaum mehr auf der Welt. Sie nimmt sich nicht einmal mehr die Mühe, mir einen Befehl zu erteilen. Den Mantel für Madame, befiehlt er. Er denkt natürlich gar nichts daran, sie zu bedienen. Während ich ihr den Pelz umgebe, steht er mit gekreuzten Armen neben ihr. Sie aber stützt, als ich ihr auf meinen Knien liegend die Pelzschuhe anziehe, die Hand leicht auf seine Schulter und frägt. Wie war das mit der Löwin? Wenn der Löwe, den sie gewählt, mit dem sie lebt, von einem anderen angegriffen wird, erzählte der Grieche, legt sich die Löwin ruhig nieder und sieht dem Kampfe zu und wenn ihr Gatte unterliegt, sie hilft ihm nicht, sie sieht ihn gleichgültig unter den Klauen des Gegners in seinem Blute enden und folgt dem Sieger, dem Stärkeren. Das ist die Natur des Weibes. Wanda sah mich in diesem Augenblick hier rasch und seltsam an. Mich schauerte es. Ich weiß nicht warum und das rote Frühlicht tauchte mich und sie und ihn in Blut. Sie ging nicht zu Bette, sondern warf nur ihre Balltoilette ab und löste ihr Haar. Dann befahl sie mir, Feuer zu machen und saß beim Kamine und starrte in die Glut. Bedarfst du noch meiner, Herrin? fragte ich. Die Stimme versagte mir bei dem letzten Worte. Wanda schüttelte den Kopf. Ich verließ das Gemach, ging durch die Galerie und setzte mich auf die Stufen nieder, welche von derselben in den Garten hinabführen. Vom Arno her wehte ein leichter Nordwind, frische, feuchte Kühle, die grünen Hügel standen weithin in rosigem Nebel, goldner Duft schwebte um die Stadt, die runde Kuppel des Domes. An dem blassblauen Himmel zitterten noch einzelne Sterne. Ich riss meinen Rock auf und presste die glühende Stirn gegen den Marmor. Alles, was bis jetzt gewesen, erschien mir als ein kindisches Spiel. Nun war es ernst, furchtbarer Ernst. Ich ahnte eine Katastrophe, ich sah sie vor mir. Ich konnte sie mit Händen greifen, aber mir fehlte der Mut, ihr zu begegnen. Meine Kraft war gebrochen. Und wenn ich ehrlich bin, nicht die Schmerzen, die Leiden, die über mich hereinbrechen konnten, nicht die Misshandlungen, die mir vielleicht bevorstanden, schreckten mich. Ich fühlte nun eine Furcht. Die Furcht, sie, die ich mit einer Art Fanatismus liebte, zu verlieren, diese aber so gewaltig, so zermalmend, dass ich plötzlich wie ein Kind zu schluchzen begann. Den Tag über blieb sie in ihrem Zimmer eingeschlossen und ließ sich von der Negerin bedienen. Als der Abendstern in dem blauen Äther aufglühte, sah ich sie durch den Garten gehen und da ich ihr behutsam vom Weitem folgte, in den Tempel der Venus treten. Ich schlich ihr nach, und blickte durch die Ritze der Türe. Sie stand vor dem hehren Bilde der Göttin, wie betend, die Hände gefaltet und das heilige Licht des Sternes der Liebe warf seine blauen Strahlen über sie. Als sich der Fürstin am nächsten Tage das Dineser wierte, wollte es das Unglück, dass sich Heidi, welche den Wein einschenkte, etwas länger ansah, als es vielleicht nötig war. Mir fällt erst jetzt ihre edle, beinahe europäische Gesichtsbildung, die herrliche, statuenhafte Büste wie aus schwarzem Marmor gemeißelt auf. Die schöne Teufelin bemerkte, dass sie mir gefiel und blökte lächelnd die Zähne. Da sprang Wanda vor Zorn flammend auf. Was, du wagst es vor mir, ein anderes Weib so anzusehen? Sie gefällt dir am Ende noch besser wie ich? Sie ist noch dämonischer? Ich erschrak. So hatte ich sie noch nie gesehen. Sie war plötzlich bleich, bis in die Lippen und zitterte am ganzen Leibe. Venus im Pelz war eifersüchtig auf ihren Sklaven. Sie schlug mich ins Gesicht, dann rief sie die schwarzen Dienerinnen, ließ mich durch sie binden und in den Keller hinabschleppen, wo sie mich in ein dunkles, feuchtes, unterirdisches Gewölbe einen förmlichen Kerker warfen. Dann fiel die Türe in das Schloss, Riegel werden vorgeschoben, ein Schlüssel sang im Schloss, ich war gefangen, begraben. Da liege ich nun, ich weiß nicht wie lange, einen Tag, eine Nacht, gebunden wie ein Kalb, das zur Schlachtbank geschleppt wird, auf einem buntfeuchten Stroß, ohne Licht, ohne Speise, ohne Trank, ohne Schlaf. Sie ist imstande und lässt mich verhungern, wenn ich nicht früher erfriere. Die Kälte schüttelt mich. Oder ist es das Fieber? Ich glaube, ich fange an, dieses Weib zu hassen. Ein roter Streifen wie Blut schwimmt über den Boden, es ist Licht, das durch die Türe fällt, jetzt wird sie geöffnet. Wanda erscheint auf der Schwelle in ihren Zobelpelz gehüllt und leuchtet mit einer Fackel herein. Lebst du noch? fragt sie kalt. Kommst du, mich zu töten? antwortete ich mit matter Stimme. Mit zwei hastigen Schritten ist Wanda bei mir und beugt sich über mich. Bist du krank? Wie deine Augen glühen. Liebst du mich? Ich will, dass du mich liebst. Sie zieht einen kurzen Dolch hervor. Ich schrecke zusammen, wie seine Klinge mir vor den Augen blitzt. Ich glaube wirklich, dass sie mich töten will. Sie aber lacht und durchschneidet die Stricke, die mich fesseln. Nachdem ich am nächsten Morgen Wanda das Frühstück serviert habe, gleitet sie rasch in ihren weichgefütterten Schlafpelz und lässt sich dann von mir die Pantoffel anziehen. Während ich vor ihr Knie und sie den einen Fuß auf mich gestellt hat, beginnt sie ruhig, mich mit ihren Augen durchdringend. Ich werde heute Abend den Griechen erhören. Wanda! Welche Frechheit, schreit sie auf. Was soll ich mit dir anfangen, damit du endlich deine Stellung begreifst? Ich sehe, eine Gebieterin imponiert dir nicht genug. Du musst einen Herrn haben. Warte nur, bald sollst du seine Peitsche füllen. Sie stand auf und ich blieb vollkommen vernichtet vor ihr auf den Knien liegen. Ohne mich weiter zu beachten, setzte sie sich an den Schreibtisch, warf einige Zeilen auf das Papier, schloss sie in ein Kuvert und übergab sie mir. Rasch, befahl sie, du gibst ihm selbst den Brief und bringst mir die Antwort. Der Grieche war eben erwacht und lag noch auf seinem üppigen Bette unter dem blauseidenen Himmel, als ich eintrat. Er überflog Wanda's Zeilen, dann setzte er sich in seinem Bette auf und befahl mir, ihm die Morgenstiefel anzuziehen. Ich zögerte. Hörst du nicht? sprach er mit einem leichten Gähnen. Ich kniete nieder, vor Scham bebend und zog ihm die gelben Safianstiefel an. Den Schlafpelz, befahl er weiter. Ich brachte den prachtvollen gelbseidenen mit Hermelin gefütterten und verschwenderisch ausgeschlagenen Schlafrock und half ihm hinein. Er schrieb hierauf einige Zeilen an Wanda und gab sie mir mit der Miene eines Despoten, der sehr gnädig ist. Es wird dunkel im Garten und in der Villa, nur das Garderobenzimmer ist glänzend erleuchtet. Hier ist die Fürstin mit ihrer Toilette beschäftigt und ich bin verurteilt, ihr bei derselben zu helfen. Ich zittere vor Eifersucht und beiße die Zähne zusammen in ohnmächtiger Wut. Jedes Mal, wenn ich mich ungeschickt zeige, gibt sie mir einen Fußtritt oder schlägt mich und dann ist mir wohl. Wenn sie mich nur lieber gleich töten würde. Während sie sich ankleidet, erteilt sie mir ihre Befehle für den Abend. Endlich ist sie fertig und betrachtet sich zufrieden im Spiegel. Sie trägt in dem hochfrisierten, gepuderten Haar, das wie frisch gefallener Schnee schimmert, ein Diadem aus Elfenbein. Ihren Venusleib umfließt eine Art Schlafrock aus rosa Atlas, reich mit weißem Fuchs besetzt. Werde ich ihm gefallen? fragt sie stolz. Was glaubst du? Sie sind wunderbar schön. Schöner als Heidi? versetzte sie mit grausamem Hohn. Ich bleibe stumm und hänge ihr demütig den Mantel von rosa Atlas um, der mit weißem Fuchs wie mit flauschigem Schnee gefüttert und besetzt ist. Noch ein Blick in den Spiegel, dann geht sie von mir gefolgt die Treppe hinab und durch den Garten. Vor dem Venus-Tempel bleibt sie stehen. Wo ist der Schlüssel? Ich habe ihn nicht. Warte nur, ich werde dich noch gehorchen lernen. Habe ich dir nicht meine Befehle umständlich genug erteilt? Vergeben Sie, gnädige Frau, ich bin heute so verwirrt. Also rasch, und damit ich deinem Gedächtnis zu Hilfe kommen kann, bringe mir auch die Peitsche. Ich eile den Schlüssel und die Peitsche zu holen, den Tempel aufzuschließen, die rote Ampel, die von der Decke herabhängt, anzuzünden. Zu Füßen der Liebesgöttin steht ein Ruhebett, über das Tigerfälle geworfen sind, während ein großer Bärenpelz vor demselben als weicher Teppich ausgebreitet ist. Wanda streckt sich auf den Tigerfällen aus und spielt mit der Peitsche. Ich sehe sie noch einmal an mit einem Blick voll Liebe und Schmerz und sie beginnt laut zu lachen. Beschämt schleiche ich hinaus, um an dem Hinterpförtchen des Gartens meinen Nebenbuller zu erwarten. Nicht lange, und er erscheint in seinem kurzen Zobelpelz den Fes auf dem schönen Kopfe. Ich öffne ihm das Pörtchen, ich führe ihn zu ihr, ich sehe noch, wie sie ihn mit Holder Wollust anlächelt, Venus, den Adonis, dann schließt er die Pforte des Tempels hinter sich und ich werfe mich zur Erde nieder und presse mein heißes Antlitz in den feuchten Rasen. Ich höre sie sprechen, scherzen, lachen, dann wird es stille, ganz stille, und ich unglücklicher bewache in stummer, namenloser Qual zwei Glückliche. Er ist fort und sie ist glücklich lächelnd zur Ruhe gegangen. Mich flieht der Schlaf, ich stehe auf mitten in der Nacht, mit einem Male fasst mich die Eifersucht, die Verzweiflung mit einer Gewalt, welche mich zum Helden macht. Ich entzündete die kleine rote Öllampe, welche unter einem heiligen Bilde im Korridor erhängt, und drehte das Licht mit einer Hand dämpfend in ihr Schlafgemach. Die Fürstin lag in ihren seidenen Polstern, ein seliges Lächeln um die Lippen. Langsam zog ich die Hand zurück und ließ das volle rote Licht auf ihr wunderbares Antlitz fallen. Doch sie erwachte nicht. Ich stellte die Lampe sachte zu Boden, sank vor Wandersbette nieder und legte meinen Kopf auf ihren weichen, glühenden Arm. Sie bewegte sich einen Augenblick, doch sie erwachte auch jetzt nicht. Wie lange ich so lag, mitten in der Nacht, in entsetzlichen Qualen versteinert, ich weiß es nicht. Endlich fasste mich ein heftiges Zittern und ich konnte weinen, Meine Tränen flossen über ihren Arm, sie zuckte mehrmals zusammen, endlich fuhr sie empor, strich mit der Hand über die Augen und blickte auf mich. Severin rief sie, mehr erschreckt als zornig. Ich fand keine Antwort. Severin fuhr sie leise fort, was ist dir? Bist du krank? Ihre Stimme klang so teilnehmend, so liebevoll, dass sie mir wie mit glühenden Zangen in die Brust griff und ich laut zu schluchzen begann. Severin begann sie von neuem, du armer, unglücklicher Freund. Ihre Hand strich sanft über meine Locken. Mir ist leid um dich, aber ich kann dir nicht helfen, ich weiß beim besten Willen keine Arznei für dich. Oh Wanda, muss es denn sein? stöhnte ich in meinem Schmerze auf. Wovon sprichst du? Liebst du mich denn gar nicht mehr? Fühlst du nicht Mitleid mit mir? Hat der fremde schöne Mann dich schon ganz an sich gerissen? Ich kann nicht lügen, entgegnete sie ruhig nach einer kleinen Pause. Er hat mir gleich bei unserer ersten Begegnung einen Eindruck gemacht, den ich nicht fassen kann. Einen Eindruck, wie ich ihn von Dichtern geschildert gefunden habe, wie ich ihn auf der Bühne sah, aber für ein gebildeter Fantasie hielt. Oh, das ist ein Mann wie ein Löwe. Stark und schön und stolz und doch weich. Nicht roh wie unsere Männer im Norden. Mir tut es leid um dich, aber ich liebe ihn und so gehöre ich ihm. Wanda, schrie ich, wieder von jener Todesangst erfasst, die mir jedes Mal den Atem, die Besinnung raubte. Du willst ihm gehören für immer. Oh, stoße mich nicht von dir. Er liebt dich nicht. Wer sagt dir das? rief sie aufflammend. Er liebt dich nicht, fuhr ich leidenschaftlich fort. Ich aber liebe dich. Ich bete dich an. Ich bin dein Sklave. Ich will mich mit Füßen treten lassen von dir, dich auf meinen Armen durch das Leben tragen. Wer sagt dir, dass er mich nicht liebt? Unterbrach sie mich heftig. Oh, sei mein, flehte ich, sei mein. Ich kann ja nicht mehr sein, nicht leben ohne dich. Hab doch erbarmen, Wanda, erbarmen. Sie sah mich an und jetzt war es wieder jener kalte, herzlose Blick, jenes böse Lächeln. Du sagst ja, dass er mich nicht liebt, sprach sie höhnisch. Nun gut, tröste dich also damit. Zugleich wendete sie sich auf die andere Seite und kehrte mir schnöde den Rücken. Mein Gott, bist du denn kein Weib aus Fleisch und Blut? Hast du kein Herz wie ich? rief ich, während sich meine Brust wie im Krampfe hob. Du weißt es ja, entgegnete sie boshaft. Ich bin ein Weib aus Stein, Venus im Pelz, dein Ideal. Knie nur und bete mich an. Wanda, flehte ich, erbarmen. Sie begann zu lachen. Ich drückte mein Gesicht in ihre Polster und ließ die Tränen, in denen sich mein Schmerz löste, herabströmen. Lange Zeit war alles still, dann richtete sich Wanda langsam auf. Du langweilst mich, begann sie. Wanda, ich bin schläfrig, lass mich schlafen. Erbarmen, flehte ich, stoße mich nicht von dir. Es wird dich kein Mann, es kann dich keiner so lieben wie ich. Lass mich schlafen, sie kehrte mir wieder den Rücken. Ich sprang auf, riss den Dolch, der neben ihrem Bette hing aus der Scheide und setzte ihn auf meine Brust. Ich töte mich hier, vor deinen Augen, murmelte ich dumpf. Tu, was du willst, erwiderte Wanda mit vollkommener Gleichgültigkeit, aber lass mich schlafen. Dann gehnte sie laut. Ich bin sehr schläfrig. Einen Augenblick stand ich versteinert. Dann begann ich zu lachen und wieder laut zu weinen. Endlich steckte ich den Dolch in meinen Gürtel und warf mich wieder vor ihr auf die Knie. Wanda, höre mich doch nur an, nur noch wenige Augenblicke, bat ich. Ich will schlafen, hörst du nicht? schrie sie zornig, sprang von ihrem Lager und stieß mich mit dem Fuße von sich. Mensch, Sklave, vergisst du, dass ich deine Herrin bin? Sie riss an der Glocke. Wanda, murmelte ich mich erhebend. Du bringst mich um den Verstand. Ich bin imstande. Töte mich, rief sie, wenn du den Mut dazu hast. Sie trat auf mich zu mit einer Majestät, die mich entwaffnete, die mich vollständig unterwarf. Zugleich hatten mich die Negerinnen von rückwärts ergriffen und überwältigt. Als ich gebunden zu Wanders Füßen lag, sah sie mich lange an. Sie schien zu überlegen. Ich sehe, du musst wieder einmal exemplarisch gezüchtigt werden, sagte sie endlich. Ich aber will jetzt schlafen. Bringt in mir morgen, wenn ich guter Laune bin und ich will sehen, ob ich mit ihm nicht fertig werde. Nachdem ich die Nacht und den folgenden Morgen an Händen und Füßen gebunden in dem unterirdischen Kerker übel genug zugebracht habe, schleppten mich die Negerinnen endlich vor meine Richterin. Wanda stand mitten im Zimmer in ihrer weißen Atlasrobe und ihrer rotsamtenen Hermelinjacke, die Arme auf der Brust gekreuzt, die braun finster zusammengezogen. Ich will doch sehen, sprach sie mit einem Tone unerbittlicher Härte, der mich erschreckte, ob ich dir die Eifersucht nicht herauspeitschen werde. Die Negerinnen legten mich zu den Füßen der Fürstin nieder und diese ergriff die Peitsche. Ich bin neugierig, wie weit deine Kraft reicht, sprach sie. Mich ergreift eine grausame Lust zu sehen, wie du vor mir zitterst, wie du dich unter meiner Peitsche krümmst. Ich will hören, wie du stöhnst und wimmerst und du sollst mich um Gnade bitten und ich werde ohne Erbarmen fortpeitschen, bis dir die Sinne schwinden. Sie begann mich zu peitschen. Die Hiebe fielen mit grausamer Gewalt an jeder Schnitt in mein Fleisch und brannte hier fort, aber die Schmerzen entzückten mich, denn sie kamen von ihr, die ich anbetete, für die ich jede Stunde bereit war, mein Leben zu lassen. Ich biss die Zähne zusammen und gab keinen Laut von mir. Endlich hielt sie inne, aber nur um ein wenig auszuruhen. »Heide«, sprach sie dann, »in meiner Garderobe hängt beim Fenster eine Knute, deren Knoten mit Blei gefüllt sind. Bring sie mir. Ich will doch sehen, ob ich seiner nicht Meister werde.« Die Negerin brachte die Knute. Wanda versuchte sie und schlug mich dann mit ihr ins Gesicht. Sofort strömte das Blut herab. Nun fielen die Hiebe rasch und furchtbar auf meinen Rücken, meine Arme, meinen Nacken nieder. Ein jeder zerriss mein Fleisch. Meine Kraft war zu Ende und ich begann zu stöhnen, zu flehen, zu wimmern. »Gnade, Herrin!« »Gnade«, schrie ich in meinem Schmerze auf, aber Wanda lachte nur und peitschte weiter. Mein Blut floss unter ihrer Knute, sie aber hatte kein Erbarmen. Sie peitschte fort, bis mir die Sinne schwanden. Als ich zu mir kam, stand die Fürstin vor mir in ihrer Pelzjacke, die Peitsche in der Hand. »Ergibst du dich jetzt?« fragte sie höhnisch. »Bist du noch eifersüchtig?« »Ich will alles ruhig dulden«, stammelte ich. »Nur peitschen sie mich nicht mehr.« Ich brachte zwei Tage auf meinem bescheidenen, harten Lager wie im Fieber zu. Wanda kümmerte sich nicht um mich. Am Abende des dritten Tages befall mir Haidee, mich bereit zu machen. »Die Fürstin hat ein Rendezvous in den Kastzinen«, fügte sie boshaft hinzu. »Und du wirst sie hinführen.« Ich half dem Kutscher einspannen. Als der Wagen bereit stand, kam Wanda in einem einfachen schwarzen Samtballetto, das Haupt mit einem dunklen Baschlig umhüllt durch die Galerie und stieg in den Wagen. »Gregor wird mich fahren«, rief sie dem Kutscher zu, der sich befremdet zurückzog. Ich stieg auf den Bock und peitschte zornig in die Pferde. In den Kastzinen, dort wo die Hauptallee zu einem dichten Laubgang wird, stieg Wanda aus. Es war Nacht, nur einzelne Sterne blickten durch die grauen Wolken, welche über den Himmel zogen. Am Arno stand ein Mann in einem dunklen Mantel und einem Räuberhut und blickte in die gelben Wellen. Wanda schritt rasch durch das Gebüsch zur Seite und schlug ihn auf die Achsel. Ich sah noch, wie er sich zu ihr wendete, ihre Hand fasste, dann verschwanden sie hinter der grünen Wand. Eine qualvolle Stunde. Endlich raschelte es seitwärts im Laube, sie kehren zurück. Der Mann begleitet sie an den Wagen, das Licht der Laterne fällt voll und grell auf ein unendlich jugendliches, sanftes und schwärmerisches Gesicht, das ich nie gesehen habe und spielt in langen, blonden Locken. Sie reicht ihm die Hand, die er ehrfurchtsvoll küsst, dann winkt sie mir und ihm nu fliegt der Wagen längs der langen Laubwand, die wie eine grüne Tapete gegen den Fluss zusteht, davon. Man läutet an der Gartenpforte, ein bekanntes Gesicht, der Mann aus den Kastinen. Wen darf ich melden, frage ich französisch. Der Angeredete schüttelt beschämt den Kopf. Verstehen Sie vielleicht etwas Deutsch, fragt er schüchtern. Jawohl, ich bitte also um Ihren Namen. Ich habe leider noch keinen, antwortet er verlegen. Sagen Sie der Fürstin nur, der deutsche Maler aus den Kastinen wäre da und bete, doch da ist sie selbst. Wanda war auf den Balkon herausgetreten und nickte dem Fremden zu. Gregor, führe den Herrn zu mir, rief sie mir zu. Ich wies dem Maler die Treppe. Ich bitte, ich finde jetzt schon. Ich danke, danke sehr. Damit sprang er die Stufe empor. Ich blieb unten stehen und sah dem armen Deutschen mit tiefem Mitleid nach. Venus im Pelz hatte seine Seele in ihren roten Haarschlingen gefangen. Er wird sie malen und dabei verrückt werden. Ein sonniger Wintertag. Auf den Blättern der Baumgruppen auf dem grünen Plan der Wiese zittert es wie Gold. Die Kamelien am Fuße der Galerie prangen im reichsten Knospenschmuck. Wanda sitzt in der Lodger und zeichnet, der deutsche Maler aber steht ihr gegenüber, die Hände wie anbetend ineinander gelegt und zieht ihr zu. Nein, er blickt in ihr Antlitz und ist ganz versunken in ihren Anblick, wie entrückt. Sie aber sieht es nicht, sie sieht auch mich nicht, wie ich mit dem Spaten in der Hand die Blumenbeete umgrabe, nur um sie zu sehen, ihre Nähe zu fühlen, die wie Musik, wie Poesie auf mich wirkt. Ein prachtvoller Rappe sprengt heran, den schönsten Mann auf seinem Rücken tragend, Pferd und Reiter scheinen von Meisterhand aus einem einzigen Stück gebildet. Es ist der Grieche. Der Zobelpelz, mit dem sein kurzer Samtrock breit besetzt ist, schaukelt um seine Hüften und auf dem Sattel auf und ab. Die Quaste seines Fees fliegt empor, die Fürstin erblickt ihn, wirft ihre Zeichnung von sich und eilt ihm bis zum Gitter entgegen. Er steigt ab, sie gehen Arm in Arm im Garten auf und ab. Der Maler ist vergessen und ich erst. Ich leide alle Qualen eines Gefolterten, aber ich schweige. Ich ergebe mich, ich zittere vor Wanda, sie hat mich vollständig unterworfen. Heute habe ich die medizäische Venus besucht. Es war noch zeitig, der kleine achteckige Saal der Tribuna, wie ein Heiligtum mit Dämmerlicht gefüllt und ich stand, die Hände gefaltet, in tiefer Andacht vor dem stummen Götterbilde. Aber ich stand nicht lange. Es war noch kein Mensch in der Galerie, nicht einmal ein Engländer, und da lag ich auf meinen Knien und blickte auf den holden, schlanken Leib, die knospende Brust in das jungfräuliche, wollüstige Angesicht mit den halbgeschlossenen Augen auf die duftigen Locken, welche zu beiden Seiten kleine Hörner zu verbergen scheinen. Die Klingel der Gebieterin. Es ist Mittag, sie aber liegt noch im Bett, die Arme im Nacken verschlungen. Ich werde baden, spricht sie, und du wirst mich bedienen. Schließe die Türe. Ich gehorchte. Nun geh hinab und versichere dich, dass auch unten gesperrt ist. Ich stieg die Wendeltreppe hinab, die aus ihrem Schlafgemache in das Badezimmer führte. Die Füße brachen mir. Ich musste mich auf das eiserne Geländer stützen. Nachdem ich die Türe, welche in die Lodger und den Garten mündete, verschlossen fand, kehrte ich zurück. Wanda saß jetzt mit offenem Haar in ihrem grünen Samtpelz auf dem Bett. Bei einer raschen Bewegung, welche sie machte, sah ich, dass sie nur mit dem Pelze bekleidet war und erschrak. Ich weiß nicht warum. So furchtbar wie ein zum Tode Verurteilter, welcher weiß, dass er dem Schafott entgegen geht, der noch beim Anblick desselben zu zittern beginnt. Komm, Sklave, nimm mich auf die Arme. Wie, Herren? Nun, du sollst mich tragen, verstehst du nicht? Ich hob sie auf, sodass sie auf meinen Armen saß, während die Irren sich um meinen Nacken schlangen und wie ich so mit ihr die Treppe langsam Stufe für Stufe hinabstieg und ihr Haar von Zeit zu Zeit an meine Wange schlug und ihr Fuß sich leicht an mein Knie stemmte, da erbebte ich unter der schönen Last und dachte, ich müsste jeden Augenblick unter ihr zusammenbrechen. Das Badezimmer bestand aus einer weiten und hohen Rotunde, welche ihr weiches, ruhiges Licht von oben durch die rote Glaskuppel bekam. Zwei Palmen breiteten ihre großen Blätter als grünes Dach über ein Ruhebett aus roten, samtenen Polstern, von dem mit türkischen Teppichen belegte Stufen in das weite Marmorpassant hinabführten, welches die Mitte einnahm. Oben auf meinem Nachttisch liegt ein grünes Band, sagte Wanda, während ich sie auf dem Ruhebett niederließ. Bringe es mir und bringe mir auch die Peitsche. Ich flog die Treppe hinauf und zurück und legte beides kniend in die Hand der Gebieterin, welche sich hierauf das schwere elektrische Haar von mir in einen großen Knoten binden und mit dem grünen Samtband befestigen ließ. Dann bereitete ich das Bad und zeigte mich recht ungeschickt dabei, da mir Hände und Füße den Dienst versagten und jedes Mal, wenn ich das schöne Weib, das auf den rotsamtenen Polstern lag und dessen holde Leib von Zeit zu Zeit da oder dort aus dem dunklen Pelzwerk hervorleuchtete, betrachten musste, denn es war nicht mein Wille, es zwang mich eine magnetische Gewalt, empfand ich wie alle Wollust, alle Lüsternheit nur in dem halbverhüllten, bekannt Entblößten liegt und ich empfand es noch lebhafter, als endlich das Passant gefüllt war und Wanda mit einer einzigen Bewegung den Pelzmantel abwarf und wie die Göttin in der Tribuna vor mir stand. In diesem Augenblick erschien sie mir in ihrer unverhüllten Schönheit so heilig, so keusch, dass ich vor ihr wie damals vor der Göttin in die Knie sank und meine Lippen andächtig auf ihren Fuß presste. Meine Seele, welche vor kurzem noch so wilde Wogen geschlagen, floss auf einmal ruhig und Wanda hatte jetzt auch nichts Grausames mehr für mich. Sie stieg langsam die Stufen hinab und ich konnte mit einer stillen Freude, der kein Atom von Qual oder Sehnsucht beigemischt war, sie betrachten, wie sie in der kristallenen Flut auf- und abtauchte und wie die Wellen, welche sie selbst erregte, gleichsam verliebt um sie spielten. Unser nihilistischer Ästhetiker hat doch recht, ein wirklicher Apfel ist schöner als ein Gemalter und ein lebendiges Weib ist schöner als eine Venus aus Stein. Und als sie dann aus dem Bade stieg und die silbernen Tropfen und das rosige Licht rieselten nur so an ihr herab, eine stumme Verzückung umfing mich. Ich schlug die Linnen um sie, ihren herrlichen Leib trocknend und jene ruhige Seligkeit blieb mir jetzt auch, als sie wieder den einen Fuß auf mich, wie auf einen Schemel setzend, in dem großen Samtmantel auf dem Polsterruhte, die elastischen Zobelfälle sich begehrlich an ihrem kalten Marmorleib schmiegten und der linke Arm, auf den sie sich stützte, wie ein schlafender Schwan in dem dunklen Pelz des Ärmels lag, während ihre Rechte nachlässig mit der Peitsche spielte. Zufällig glitt mein Blick über den massiven Spiegel an der Wand gegenüber und ich schrie auf, denn ich sah uns in seinem goldenen Rahmen wie im Bilde und dieses Bild war so wunderbar schön, so seltsam, so fantastisch, dass mich eine tiefe Trauer bei dem Gedanken fasste, dass seine Linien, seine Farben zerrinnen sollten wie Nebel. Was hast du? fragte Wanda. Ich deutete auf den Spiegel. Aha, das ist in der Tat schön, rief sie aus. Schade, dass man den Augenblick nicht festhalten kann. Und warum nicht? sprach ich. Wird nicht jeder Künstler auch der berühmteste stolz darauf sein, wenn du ihm gestattest, Herrin, dich durch seinen Pinsel zu verewigen? Der Gedanke, dass diese außerordentliche Schönheit, fuhr ich sie mit Begeisterung betrachtend fort, diese herrliche Bildung des Gesichtes, dieses seltsame Auge mit seinem grünen Feuer, dieses dämonische Haar, diese Pracht des Leibes für die Welt verloren gehen sollen, ist entsetzlich. Und fasst mich mit allen Schauern des Todes, der Vernichtung an, dich aber soll die Hand des Künstlers ihr entreißen. Du darfst nicht, wie wir anderen, ganz und für immer untergehen, ohne eine Spur deines Daseins zurückzulassen. Dein Bild muss leben, wenn du selbst schon längst zu Staub zerfallen bist. Deine Schönheit muss über den Tod triumphieren. Wanda lächelte stolz. Schade, dass das heutige Italien keinen Titian oder Raphael hat, sprach sie. Indes vielleicht ersetzt die Liebe das Genie. Wer weiß, unser kleiner Deutscher? Sie sah nach. Ja, er soll mich malen und ich werde dafür sorgen, dass ihm Amor die Farben mischt. Der Grieche soupiert mit der Fürstin und sie verurteilt mich erbarmungslos dazu, sie und ihn zu bedienen. Ich serviere, damit ist es aber nicht getan. Adonis übertrifft jedes Weib, sogar Venus selbst, an Launenhaftigkeit. Wie sie ein Weib, so ist er ein Mann, der erschaffen ist, um von Sklaven umgeben zu sein. Es ist ihm angeboren, zu befehlen und zu misshandeln. Er bedarf meiner jeden Augenblick und ich erwarte bei jedem Dienst, den ich ihm leiste, zitternd, dass er mich schlägt. Von Eifersucht verzehrt mache ich mir, nachdem das Soupé vorüber ist, noch immer in dem Speisesaal zu schaffen. Wanda erhebt sich endlich und der Grieche führt sie in den Salon. Ich höre sie durch die Portiere sprechen und lachen. Mir droht das Herz zu springen. Unter dem Vorwande, die weiteren Befehle meiner Herrin einzuholen, trete ich in den Salon. Der Grieche sitzt neben der Fürstin und hat den Arm nachlässig um ihre Taille gelegt. Ich fühle, wie mir das Blut zu Kopf steigt. Ich verwickle mich in den Teppich und stolpere. Sie lachen über mich. Dieser Mensch ist allzu dienstfertig, sagt dann der Grieche. Sie haben ihn, wie es scheint, noch zu wenig abgerichtet. In der Tat, erwidert Wanda. Bleib draußen, Dummkopf, bis man dich ruft, schreit er mich an. Ich wollte, ich dachte, stotterte ich, Marsch, hinaus. Der junge Maler hat in der Villa der Fürstin sein Atelier aufgeschlagen. Sie hat ihn vollkommen im Netz. Er hat eben eine Madonna angefangen, eine Madonna mit rotem Haare und grünen Augen. Aus diesem Rasseweib ein Bild der Jungfräulichkeit machen, das kann nur der Idealismus eines Deutschen. Der arme Bursche ist wirklich beinahe noch ein größerer Esel als ich. Das Unglück ist nur, dass unsere Titania unsere Eselsohren zu früh entdeckt hat. Nun lacht sie über uns und wie sie lacht. Ich höre ihr übermütiges, melodisches Lachen in seinem Studio, unter dessen offenen Fenster ich stehe und eifersüchtig lausche. Sind sie toll? Mich? Es ist nicht zu glauben. Mich als Mutter Gottes, rief sie und lacht wieder. Warten Sie nur. Ich will Ihnen ein anderes Bild von mir zeigen, ein Bild, das ich selbst gemalt habe. Sie sollen es mir kopieren. Ihr Kopf, im Sonnenlichte flammend, erschien am Fenster. Gregor! Ich eile die Stufen hinauf durch die Galerie in das Atelier. Führe ihn in das Badezimmer, befahl Wanda, während sie selbst davon eilte. Wir traten in die Rotunde und ich sperrte die Türe von innen. Wenige Augenblicke und Wanda kam, nur mit dem Zobelpelz bekleidet, die Peitsche in der Hand, die Treppe herab und streckte sich wie damals auf den Samtpolstern aus. Ich lag zu ihren Füßen und sie setzte den Fuß auf mich und ihre Rechte spielte mit der Peitsche. Sieh mich an, sprach sie, mit einem tiefen, fanatischen Blick. So, so ist es recht. Der Maler war entsetzlich bleich geworden. Er verschlang die Szene mit seinen schönen, schwärmerischen, blauen Augen. Seine Lippen öffneten sich, aber blieben stumm. Nun, wie gefällt Ihnen das Bild? Ja, so will ich sie malen, sprach der Deutsche, aber es war eigentlich keine Sprache. Es war ein berätes Stöhnen, das Weinen einer kranken, sterbenskranken Seele. Die Zeichnung mit der Kohle ist fertig, die Köpfe, die Fleischpartien sind grundiert, ihr diabolisches Antlitz tritt bereits in einigen Keckenstrichen hervor, in dem grünen Auge blitzt Leben. Wanda steht, die Arme auf der Brust verschränkt vor der Leinwand. Das Bild soll wie viele der venezianischen Schule zugleich ein Porträt und eine Historie werden, erklärt der Maler, der wieder totenbleich ist. Und wie wollen Sie es dann nennen, fragt sie? Aber was ist Ihnen? Sind Sie krank? Ich fürchte, antwortete er mit einem verzehrenden Blick auf das schöne Weib im Pelz, aber sprechen wir von dem Bilde. Ja, sprechen wir von dem Bilde. Ich denke mir die Liebesgöttin, welche zu einem sterblichen Mann aus dem Olymp herabgestiegen ist und auf dieser modernen Erde frierend ihren hehren Leib in einem großen, schweren Pelz und ihre Füße in dem Schoße des Geliebten zu wärmen sucht. Ich denke mir den Günstling einer schönen Despotin, welche den Sklaven peitscht, wenn sie müde ist, ihn zu küssen und von ihm umso wahnsinniger geliebt wird, je mehr sie ihn mit Füßen tritt und so werde ich das Bild Venus im Pelz nennen. Der Maler malt langsam, umso rascher wächst seine Leidenschaft. Ich fürchte, er nimmt sich am Ende noch das Leben. Sie spielt mit ihm und gibt ihm Rätsel auf und er kann sie nicht lösen und fühlt sein Blut rieseln, sie aber unterhält sich dabei. Während der Sitzung nascht sie Bonbons, dreht aus den Papierhülsen kleine Kugeln und bewirft ihn damit. Es freut mich, dass sie so gut aufgelegt sind, gnädige Frau, spricht der Maler, aber ihr Gesicht hat ganz jenen Ausdruck verloren, den ich zu meinem Bilde brauche. Jenen Ausdruck, den sie zu ihrem Bilde brauchen, erwiderte sie lächelnd, gedulden sie sich nur einen Augenblick. Sie richtet sich auf und versetzt mir einen Hieb mit der Peitsche. Der Maler blickt sie starr an, in seinem Antlitz malt sich ein kindliches Staunen, mischt sich Abscheu und Bewunderung. Während sie mich peitscht, gewinnt Wanders Antlitz immer mehr jenen grausamen höhnischen Charakter, der mich so unheimlich entzückt. Ist das jetzt jener Ausdruck, den sie zu ihrem Bilde brauchen, ruft sie. Der Maler senkt verwirrt den Blick vor dem kalten Strahl ihres Auges. Es ist der Ausdruck, stammelt er, aber ich kann jetzt nicht malen. Wie, spricht Wanderspöttisch, kann ich Ihnen vielleicht helfen? Ja, schreit der Deutsche wie im Wahnsinn auf, peitschen Sie mich auch. Oh, mit Vergnügen, erwidert sie die Achseln zuckend, aber wenn ich peitschen soll, so will ich im Ernste peitschen. Peitschen Sie mich tot, ruft der Maler. Lassen Sie sich also von mir binden, fragt sie lächelnd. Ja, stöhnt er. Wanda verließ für einen Augenblick das Gemach und kehrte mit den Stricken zurück. Also, haben Sie noch den Mut, sich Venus im Pelz, der schönen Despotin, auf Gnade und Ungnade in die Hände zu geben? Begann sie jetzt spöttisch. Binden Sie mich, antwortete der Maler dumpf. Wanda band ihm die Hände auf den Rücken, zog ihm einen Strick durch die Arme und einen zweiten um den Leib und fesselte ihn so an das Fensterkreuz. Dann schlug sie den Pelz zurück, ergriff die Peitsche und trat vor ihn hin. Für mich hatte die Szene einen schauerlichen Reiz, den ich nicht beschreiben kann. Ich fühlte mein Herz schlagen, als sie lachend zum ersten Hiebe ausholte und die Peitsche durch die Luft pfiff und er und er leicht zusammenzuckte und dann, als sie mit halb geöffnetem Munde, sodass ihre Zähne zwischen den roten Lippen blitzten, auf ihn lospeitschte und er sie mit seinen rührenden blauen Augen um Gnade zu bitten schien, es ist nicht zu beschreiben. Sie sitzt ihm jetzt allein, er arbeitet an ihrem Kopfe. Mich hat sie im Nebenzimmer hinter einem schweren Türvorhang postiert, wo ich nicht gesehen werden kann und alles sehe. Was sie nur hat, fürchtet sie sich vor ihm? Wahnsinnig genug hat sie ihn gemacht. Oder soll es eine neue Folter für mich werden? Mir zittern die Knie. Sie sprechen zusammen, er dämpft seine Stimme so sehr, dass ich nichts verstehen kann und sie antwortet ebenso. Was soll das heißen? Besteht ein Einverständnis zwischen ihnen? Ich leide furchtbar, mir droht das Herz zu springen. Jetzt kniet er vor ihr, er umschlingt sie und presst seinen Kopf an ihre Brust und sie, die Grausame, sie lacht. Und jetzt höre ich, wie sie laut ausruft, ah, sie brauchen wieder die Peitsche. Weib, Göttin, hast du denn kein Herz? Kannst du nicht lieben, ruft der Deutsche. Weißt du nicht einmal, was das heißt lieben, sich in Sehnsucht, in Leidenschaft verzehren? Kannst du dir nicht einmal denken, was ich leide? Hast du denn kein Abarmen für mich? Nein, erwidert sie stolz und spöttisch, aber die Peitsche. Sie zieht sie rasch aus der Tasche ihres Pelzes und schlägt ihn mit dem Stiel ins Gesicht. Er richtet sich auf und weicht um ein paar Schritte zurück. Können sie jetzt wieder malen, frägt sie gleichgültig. Er antwortet ihr nicht, sondern tritt wieder vor die Stafflei und ergreift Pinsel und Palette. Sie ist wunderbar gelungen, es ist ein Porträt, das an Ähnlichkeit seinesgleichen sucht und scheint zugleich ein Ideal, so glühend, so übernatürlich, so teuflisch, möchte ich sagen, sind die Farben. Der Maler hat eben alle seine Qualen, seine Anbetung und seinen Fluch in das Bild hineingemalt. Jetzt malt er mich, wir sind täglich einige Stunden allein. Heute wendet er sich plötzlich zu mir mit seiner vibrierenden Stimme und sagt, Sie lieben dieses Weib? Ja, ich liebe sie auch. Seine Augen schwammen in Tränen. Er schwieg einige Zeit und malte weiter. Bei uns in Deutschland ist ein Berg, in dem sie wohnt, murmelte er dann vor sich hin. Sie ist eine Teufelin. Das Bild ist fertig, sie wollte ihm dafür zahlen, großmütig, wie Königinnen zahlen. Oh, sie haben mich bereits bezahlt, sprach er ablehnend mit einem schmerzlichen Lächeln. Ehe er ging, öffnete er geheimnisvoll seine Mappe und ließ mich hineinblicken. Ich erschrak. Ihr Kopf sah mich gleichsam lebendig wie aus einem Spiegel an. Den nehme ich mit, sprach er. Der ist mein. Den kann sie mir nicht entreißen. Ich habe ihn mir sauer genug verdient. Mir ist eigentlich doch leid um den armen Maler, sagte sie heute zu mir. Es ist albern, so tugendhaft zu sein, wie ich es bin. Meinst du nicht auch? Ich wagte nicht, ihr eine Antwort zu geben. Oh, ich vergaß, dass ich mit einem Sklaven spreche. Ich muss hinaus. Ich will mich zerstreuen, will vergessen. Schnell, meinen Wagen. Als sie von ihrer Spazierfahrt zurückkehrte, kam der Grieche mit ihr. Er blieb beim Diner und er nahm abends den Tee mit ihr. Ich bediente sie, aber ich wagte es nicht mehr, sie zu stören. Ich kam nur herein, wenn mich die Glocke rief. Die Eifersucht machte mich fast wahnsinnig, aber die Fürstin hatte es dahin gebracht, dass ich mich vor ihr fürchtete und so bezwang ich mich und litt stumm und ohne nur eine Miene zu verziehen. Als der Grieche fortging, ließ er sich von mir in seinen Pelz helfen und befahl dann Feuer für seine Zigarre. Ich eilte, ein Licht anzuzünden, es wehrte aber lange genug, ehe ich es zustande brachte und als ich mich mit der brennenden Kerze näherte, verlöschte sie. Wie ungeschickt, sprach die Fürstin ärgerlich, faltete rasch ein Papier zusammen, hielt es in das Kaminfeuer und zündete selbst die Zigarre ihres Anbeters an. Ihr Sklave bedarf noch sehr der Dressur, sprach dieser, indem er mich mit einem Lächeln betrachtete, das mich erschreckte. Ich fühlte in diesem Augenblick, dass er alles wusste, dass Wanda ihm mein Geheimnis verraten hatte. Ja, wirklich, erwiderte sie. Überlassen Sie es mir, fuhr er fort, indem er nachlässig die Haare seines Pelzes niederstrich, ihn für sie abzurichten. Ich werde ihnen sehr dankbar sein, wenn sie sich damit befassen wollen, sagte die Fürstin mit einem liebenswürdigen Kopfnicken, und damit er ihnen so wenig Mühe als möglich macht, behandeln sie ihn nur schonungslos, ganz nach ihrem Gutdünken. Ich hoffe, sie werden mit mir zufrieden sein, sagte er. Und du? wendete er sich dann zu mir, indem er mich wie einen Schuljungen beim Ohr nahm. Wirst du mir gehorchen? Ich habe noch jedes Pferd gebändigt, jeden Hund dressiert und werde auch mit dir fertig werden. Ich hätte ihm am liebsten den Dolch, den ich immer bei mir trug, in die Brust gestoßen, aber in seinem Blick lag etwas, was mich bezwang, und seine seltsame Schönheit durch den prächtigen Pelz mit einem wollüstigen Reiz umkleidet, gab mich willenlos in seine Gewalt. Wanda beobachtete mich mit einer Art grausamen Neugier. Schicken Sie mir ihn also, schloss er, indem er mich nochmals scharf ins Auge fasste, und je früher, desto besser. Also gleich morgen, erwiderte Wanda mit einem reizenden Lächeln. Kaum war der Grieche fort, stürzte ich zu Wanders Füßen nieder und umfasste ihre Knie. Erbarmen flehte ich, geben Sie mich nicht fort, nicht in seine Hände, ich ergebe mich in alles. Das musst du auch so, entgegnete die Fürstin kalt. Ich will, dass du einige Zeit sein Diener bist, das genügt. Ich liebe ihn und es macht mir deshalb Vergnügen, dich unter seine Befehle zu stellen. Und wenn ich dir nicht gehorche? Du wirst gehorchen, gab Wanda mit jener majestätischen Sicherheit zur Antwort. Ich gebe dich ihm nur deshalb zur Tressur, weil du seit einiger Zeit widerspenstig bist und weil du mir durch deine Eifersucht lästig wirst. Du verschlimmerst nur deine Lage, wenn du dich nicht fügst. Es ist nicht gut, wenn du mich hinderst, wenn du mir im Wege bist. Und wenn ich dir entfliehe? Ich werde dich nicht zurückhalten, spottete die Fürstin. Du bist mir sicher, du kommst selbst wieder zurück. Das aber sage ich dir, fügte sie mit furchtbarem Ernste hinzu. Wenn du mir entfliehst und ich dich dann wieder in meiner Gewalt habe, dann rettet dich keine Macht der Erde mehr vor seiner Peitsche, dann liefere ich dich ohne lange zu fragen gebunden in seine Hände. Du kannst es auf der Stelle tun, sagte ich trotzig, denn freiwillig gehe ich nicht zu ihm. Von ihm dulde ich nichts. Wirklich? spottete Wander. Ich aber sagte, dass du ihm morgen schon die Stiefel ausziehen wirst und dass es ein Genuss für dich sein wird, den schönen Mann im Pelz zu bedienen. Vielleicht irrst du dich doch. Mensch, schrie die Fürstin auf, du weißt, dass ich keinen Widerspruch ertrage. Vergiss nicht, dass du in meiner Gewalt bist. Sind wir so weit? Glaubst du, dass du nur so lange mein Sklave sein wirst, als es dir gefällt? fuhr sie fort. Ich habe dich nicht gezwungen, du hast dich freiwillig in meine Hände gegeben. Jetzt bin ich es, die den Fuß in deinem Nacken haben will und es erhöht nur mein Vergnügen, dass du deine Fesseln zerreißen möchtest. Du bleibst mein Sklave auch gegen deinen Willen. Wie willst du mich zwingen? Ich gehorche dir nicht und umso weniger werde ich ihm gehorchen, sprach ich vor Wut bebend. Severin, ich warne dich, fordere mich nicht heraus. Was kannst du noch tun, fuhr ich fort, du kannst mich töten, das ist alles. Du hast ihn erhört, du kannst mir nichts Ärgeres mehr antun. Doch, sprach Wanda mit einem Male vollkommen kalt, ich kann dich ihm schenken. Das wärst du imstande, murmelte ich entsetzt. Warum nicht, wenn du unbequem wirst, wenn du dich auflehnst, sagte sie ruhig. Hüte dich also, du bist mein Eigentum. Ich kann dich verschenken, wem und wie ich will. Dein Ideal ist ein grausames Weib. Nun, bist du jetzt zufrieden? Gibt es noch etwas Grausameres, als wenn ich dich dem Manne überlasse, den ich liebe? Der mich besitzt? Die Aussicht der Sklave deines beglückten Nebenwohlers zu sein, muss sich ja einst zücken. Bin ich toll oder bist du es? stammelte ich vollkommen verwirrt. Du bist wahnsinnig, wenn du mich herausforderst, antwortete die Fürstin, indem sie sich die Arme auf der Brust verschränkt an den Kamin lehnte. Ich mache am Ende doch mit dir, was ich will. Geh jetzt, ich brauche dich nicht mehr und morgen bist du sein Sklave. Von Wut, Eifersucht und Todesangst gefoltert, entschlossen mich, von dem herzlosen Weibe loszureißen, das mich so grausam behandelt hat und nun im Begriffe ist, mich zum Lohne für meine sklavische Anbetung für alles, was ich von ihr geduldet, noch unerhört zu verraten und ohne Mitleid in die Hände eines verhassten Nebenbohlers zu geben, packe ich meine wenigen Habseligkeiten in ein Tuch und schreibe dann an sie. Fürstin, ich habe sie geliebt wie ein Wahnsinniger. Ich habe mich ihnen hingegeben wie noch nie ein Mann einem Weibe. Sie aber haben meine heiligsten Gefühle missbraucht und mit mir ein freches, frivoles Spiel getrieben. Solange sie jedoch nur grausam und unbarmherzig waren, konnte ich sie noch anbeten. Jetzt aber sind sie im Begriffe, gemein zu werden. Ich bin nicht mehr der Sklave, der sich von ihnen mit Füßen treten und peitschen lässt. Sie selbst haben mich freigemacht und ich verlasse eine Frau, die ich nur noch hassen und verachten kann. Severin Kusiemski Diese Zeilen übergebe ich der Mohrin und eile dann so rasch ich nur kann davon. Atemlos erreiche ich den Bahnhof. Da fühle ich einen heftigen Stich im Herzen. Ich halte. Ich beginne zu weinen. Oh, es ist schmachvoll. Ich will fliehen und kann nicht. Ich kehre um. Wohin? Zu ihr? Die ich verabscheue und anbete zur gleichen Zeit? Wieder besinne ich mich. Ich kann nicht zurück. Ich darf nicht zurück. Wie soll ich aber Florenz verlassen? Mir fällt ein, dass ich gar kein Geld habe. Keinen Groschen. Nun also zu Fuß. Ehrlich betteln ist besser als das Brot einer Kortisane essen. Aber ich kann ja nicht fort. Sie hat meinen Schwur, mein Ehrenwort. Ich muss zurück. Vielleicht entbindet sie mich dessen. Nach einigen raschen Schritten bleibe ich widerstehen. Sie hat mein Ehrenwort, meinen Schwur, dass ich ihr Sklave bin, solange sie es will, solange sie mir nicht selbst die Freiheit schenkt. Aber ich kann mich ja töten. Ich gehe durch die Kastine an den Arno hinab, ganz hinab, wo sein gelbes Wasser eintönig plätschernd ein paar verlorene Weiden bespült. Dort sitze ich und schließe meine Rechnung mit dem Dasein ab. Ich lasse mein ganzes Leben an mir vorüberziehen und finde es recht erbärmlich. Einzelne Freuden, unendlich viel Gleichgültiges und Wertloses, dazwischen reich gesäte Schmerzen, Leiden, Beängstigungen, Enttäuschungen, gescheiterte Hoffnungen, Gram, Sorge und Trauer. Ich denke an meine Mutter, die ich so sehr geliebt und an die entsetzliche Krankheit dahin sichen sah, an meinen Bruder, der voll Ansprüche auf Genuss und Glück in der Blüte seiner Jugend starb, ohne nur seine Lippen an den Becher des Lebens gesetzt zu haben. Ich dachte an meine gute Amme, die Spielgenossen in meiner Kindheit, die Freunde, welche mit mir gestrebt und gelernt, sie alle, welche die kalte, tote, gleichgültige Erde deckt, alles Staub zum Staube zurückgekehrt. Ich lache laut auf und gleite in das Wasser. Im selben Augenblicke aber halte ich mich an einer weidenrote fest, die über den gelben Wellen hängt und ich sehe das Weib, das mich elend gemacht hat, vor mir. Sie schwebt über dem Wasserspiegel, von der aufgehenden Sonne durchleuchtet, als wäre sie durchsichtig, rote Flammen um Haupt und Nacken und wendet mir ihr Antlitz zu und lächelt. Da bin ich wieder, triefend, durchnässt, glühend vor Scham und Fieber. Die Negerin hat meinen Brief übergeben, so bin ich gerichtet, verloren, in der Hand eines herzlosen, beleidigten Weibes. Nun, sie soll mich töten. Ich, ich kann es nicht und doch will ich nicht länger leben. Als ich um das Haus herumgehe, steht sie in der Galerie, über die Brüstung gelehnt, das Gesicht im vollen Licht der Sonne mit den grünen Augen blinselnd. Lebst du noch, fragt sie, ohne sich zu bewegen. Ich stehe stumm, das Haupt auf die Brust gesenkt. Gib mir meinen Dolch zurück, fährt sie fort. Dir nützt er so nichts. Du hast ja nicht einmal den Mut, dir das Leben zu nehmen. Ich habe ihn nicht mehr, erwiderte ich, zitternd vom Frost geschüttelt. Sie überfliegt mich mit einem stolzen, höhnischen Blick. Du hast ihn wohl im Arno verloren, sie zuckte die Achseln. Meinetwegen. Nun, und warum bist du nicht fort? Ich murmelte etwas, was weder sie noch ich selbst verstehen konnte. Oh, du hast kein Geld, rief sie. Da! Und sie warf mir mit einer unsäglich geringschätzigen Bewegung ihre Börse zu. Ich hob sie nicht auf. Wir schwiegen beide geraume Zeit. Du willst also nicht fort? Ich kann nicht. Wanda fährt ohne mich aus. Es kommen Gäste zum Diner, sie macht Toilett, die Negerin bedient sie. Niemand frägt nach mir. Ich irre und steht im Garten umher, wie ein Tier, das seinen Herrn verloren hat. Im Gebüsch liegen sehe ich ein paar Sperrlingen zu, die um ein Samenkorn kämpfen. Da rauscht ein Frauengewand. Wanda nähert sich, in einem dunklen Seidenkleide, züchtig bis zum Halse geschlossen, mit ihr der Grieche. Sie sind im lebhaften Gespräch, jedoch kann ich kein Wort davon verstehen. Jetzt stampft er mit dem Fuße, dass der Kies ringsum auseinanderstäubt und haut mit der Reitpeitsche in die Luft. Wanda schrickt zusammen. Fürchtet sie, dass er sie schlägt? Sind sie so weit? Er hat sie verlassen, sie ruft ihn, er hört sie nicht. Er will sie nicht hören. Wanda nickt traurig mit dem Kopfe und setzt sich auf die nächste Steinbank. Sie sitzt lange in Gedanken versunken. Ich sehe ihr mit einer Art boshafter Freude zu. Endlich raffe ich mich gewaltsam auf und trete höhnisch vor sie hin. Sie fährt empor und zittert am ganzen Leibe. Ich komme nur, ihnen Glück zu wünschen, sage ich, mich verneigend. Ich sehe, Fürstin, sie haben endlich ihren Herrn gefunden. Ja, Gott sei Dank, ruft sie. Keinen neuen Sklaven, ich habe deren genug gehabt. Du liebst ihn also, Wanda, schrie ich auf. Ich liebe ihn so, wie ich noch niemals geliebt habe. Ich bete ihn an. Wanda, ich ballte die Fäuste, aber schon kamen mir die Tränen und der Taumel, der Leidenschaft ergriff mich. Ein süßer Wahnsinn. Gut, so wähle ihn, nimm ihn zum Garten, er soll dein Herr sein. Ich will aber dein Sklave bleiben, solange ich lebe. Du willst mein Sklave sein, auch dann, sprach sie mit einem unheimlichen Lächeln. Das wäre bekannt, ich fürchte aber, er wird es nicht zugeben. Er? Ja, er will dich nicht einmal länger in meinem Hause dulden, rief sie. Er verlangte von mir jetzt eben, dass ich dich sofort wegschicke oder aber ihm überlasse. Du hast ihm gesagt, wer ich bin? Alles habe ich ihm gesagt, erwiderte sie. Ich habe ihm unsere ganze Geschichte erzählt und er, statt zu lachen, wurde zornig und stampfte mit dem Fuße. Und was wirst du tun? Dich fortschicken. Ja, ja, sprach ich mit höhnischer Bitterkeit. Du fürchtest dich vor ihm, Wanda. Ich warf mich zu ihren Füßen und um Schlange erregt ihre Knie. Ich will ja nichts von dir, nichts als immer in deiner Nähe sein. Gut, sprach sie mit einem leichten Gähnen. Dann werde ich dich ihm schenken. Du wirst sein Sklave sein. Er wünscht es ohnehin, dich in seiner Gewalt zu haben. Ich will nur dir gehören, flehte ich. Ich will dein Sklave sein, dein Hund. Weißt du, dass du mich langweilst, sprach Wanda apathisch. Ich sprang auf, alles kochte in mir. Jetzt bist du nicht mehr grausam, jetzt bist du gemein, sprach ich jedes Wort scharf und herb betonend. Das steht bereits in ihrem Briefe, entgegnete Wanda mit einem stolzen Achselzucken. Ein Mann von Geist soll sich nie wiederholen. Wie handelst du an mir, brach ich los. Wie nennst du das? Ich könnte dich züchtigen, entgegnete sie höhnisch, aber ich ziehe vor, dir diesmal statt mit Peitschenheben mit Gründen zu antworten. Du hast kein Recht, mich anzuklagen. War ich nicht jederzeit ehrlich gegen dich? Habe ich dich nicht mehr als einmal gewarnt? Habe ich dich nicht geliebt und habe ich dir etwa verheimlicht, dass es gefährlich ist, sich mir hinzugeben, sich vor mir zu erniedrigen? Du aber wolltest mein Spielzeug sein, mein Sklave. Du fandest den höchsten Genuss darin, den Fuß, die Peitsche eines übermütigen, grausamen Weibes zu füllen. Was willst du also jetzt? Du hast kein Recht, mich anzuklagen. Ja, ich bin schuldig, sprach ich. Aber habe ich nicht gelitten dafür? Lass es jetzt genug sein, endet das grausame Spiel. Das will ich auch, entgegnete sie mit einem seltsamen, falschen Blick. Wander, rief ich heftig, treibe mich nicht auf das Äußerste, du siehst, dass ich wieder Mann bin. Strohfeuer, erwiderte sie, das einen Augenblick Lärm macht und ebenso schnell verlöscht, wie es aufgeflammt ist. Du glaubst, mich einzuschüchtern und bist mir nur lächerlich. Du hast mir freiwillig deinen Nacken dargeboten, damit ich meinen Fuß auf ihn setzen kann. Du warst mir ein willkommenes Spielzeug, nichts weiter. Ein Spielzeug, das ich jetzt wegwerfe, weil ich seiner müde bin. Versuche es nur, mich wegzuwerfen, sprach ich höhnisch. Es gibt Spielzeug, das gefährlich ist. Fordere mich nicht heraus, rief Wander. Ihre Augen begannen zu funkeln, ihre Wangen röteten sich. Wenn ich dich nicht besitzen soll, fuhr ich mit von Wut erstickter Stimme fort, so soll dich auch kein anderer besitzen. Aus welchem Theaterstück ist diese Stelle? höhnte sie, dann fasste sie mich bei der Brust. Sie war in diesem Augenblick hier ganz bleich vor Zorn. Fordere mich nicht heraus, fuhr sie fort. Ich bin nicht gut, ich bin herrschsüchtig, ich bin grausam, ich weiß selbst nicht, wie weit ich noch kommen kann und ob es dann noch eine Grenze gibt. Ich wiederhole dir, du kannst mir nichts Ärgeres mehr antun, als dass du ihn zu deinem Geliebten gemacht hast, antwortete ich, immer mehr aufflammend. Und ich wiederhole dir, ich kann dich zu seinem Sklaven machen, entgegnete sie rasch. Bist du nicht in meiner Hand? Habe ich nicht den Vertrag? Aber freilich, für dich wird es nur ein Genuss sein, wenn ich dich von den Negerinnen binden lasse und dann zu ihm sage, machen Sie jetzt mit ihm, was Sie wollen. Weib, bist du toll? schrie ich auf. Ich bin sehr vernünftig, sagte sie ruhig. Ich warne dich zum letzten Male. Leiste mir jetzt keinen Widerstand. Jetzt, wo ich so weit gegangen bin, kann ich leicht noch weitergehen. Ich fühle eine Art Hass gegen dich. Ich würde dich mit wahrer Lust von ihm totpeitschen sehen, aber noch bezähme ich mich, noch meiner kaum mehr mächtig fasste ich sie am Handgelenk und riss sie zu Boden, sodass sie vor mir auf den Knien lag. Severin, rief sie, auf ihrem Gesichte malten sich Wut und Schrecken. Ich töte dich, wenn du sein Weib wirst, drohte ich. Die Töne kamen heißer und dumpf aus meiner Brust. Du bist mein, ich lasse dich nicht, ich habe dich zu lieb. Dabei umklammerte ich sie und drückte sie an mich und meine Rechte griff unwillkürlich nach dem Dolche, der noch in meinem Gürtel stak. Wanda heftete einen großen, ruhigen, unbegreiflichen Blick auf mich. So gefällst du mir, es in diesem Augenblicke, dass ich dich noch liebe. Wanda, mir kamen vor Entzücken die Tränen. Ich beugte mich über sie und bedeckte ihr reizendes Gesicht mit Küssen und sie, plötzlich in lautes, mutwilliges Lachen ausbrechend rief, hast du jetzt genug von deinem Ideal? Bist du mit mir zufrieden? Wie, stammelte ich, es ist nicht dein Ernst? Es ist mein Ernst, fuhr sie heiter fort, dass ich dich lieb habe, dich allein und du, du guter Narr, hast nicht gemerkt, dass alles nur Scherz und Spiel war und wie schwer es mir wurde, dir oft einen Peitschenhieb zu geben, wo ich dich eben gerne beim Kopfe genommen und abgeküsst hätte. Aber jetzt ist es genug, nicht wahr? Ich habe meine grausame Rolle besser durchgeführt, als du erwartet hast. Nun wirst du wohl zufrieden sein, deine kleine, gute, kluge und auch ein wenig hübsche Frau zu haben, nicht? Wir wollen recht vernünftig leben und Du wirst mein Weib? rief ich in überströmender Seligkeit. Ja, dein Weib, du lieber, teurer Mann, flüsterte Wanda. Ich zog sie an meine Brust empor. So, nun bist du nicht mehr Gregor, mein Sklave, sprach sie, jetzt bist du wieder mein lieber Severin, mein Mann. Und er? Du liebst ihn nicht? fragte ich erregt. Wie konntest du nur glauben, dass ich diesen Menschen liebe, aber du warst ganz verblendet, mir war oft bang um dich. Ich hätte mir fast das Leben genommen, um deine Twillen. Wirklich? rief sie. Ach, ich zittere noch bei dem Gedanken, dass du schon im Arno warst. Du aber hast mich errettet, entgegnete ich zärtlich. Du schwebtest über den Gewässern und lächeltest und dein Lächeln rief mich zurück ins Leben. Es ist ein seltsames Gefühl, das ich habe, wie ich sie jetzt in meinen Armen halte und sie ruht stumm an meiner Brust und lässt sich von mir küssen und lächelt. Mir ist es, als wäre ich plötzlich aus Fieberfantasien erwacht oder ein Schiffbrüchiger, der tagelang mit den Wogen gekämpft hat, die in jeden Augenblick zu verschlingen drohten und endlich an das Land geworfen wurde. Ich hasse dieses Florenz, wo du so unglücklich warst, sprach sie, nachdem wir zusammen das Ziné genommen hatten. Ich will sofort abreisen, heute noch. Du wirst die Güte haben, einige Briefe für mich zu schreiben und während du damit beschäftigt bist, fahre ich in die Stadt und mache einige Abschiedsbesuche. Ist es dir so recht? Gewiss, mein liebes, gutes, schönes Weib. Sie klopfte eine Viertelstunde später an meine Türe und bat mich um einen Kuss. Dann stieg sie in den Wagen. Ihre Liebenswürdigkeit ist wahrhaftig entzückend. Ich hätte nie gedacht, dass ihr die Sanftmut so gut lässt. Nun ist sie mehr als vier Stunden fort. Ich bin mit meinen Briefen längst fertig und sitze in der Galerie und blicke auf die Straße hinaus, ob ich nicht ihren Wagen in der Ferne entdecke. Mir wird ein wenig bange um sie und doch habe ich, weiß Gott, keinen Anlass mehr zu zweifeln oder Befürchtungen. Aber es liegt da auf meiner Brust und ich werde es nicht los. Vielleicht sind es die Leiden der vergangenen Tage, die noch ihre Schatten in meine Seele werfen. Da ist sie, strahlend von Glück, von Zufriedenheit. Nun ist alles nach Wunsch gegangen, fragte ich sie, zärtlich ihre Hand küssend. Ja, mein Herz, erwidert sie, und wir reisen heute Nacht. Hilf mir, meine Koffer packen. Gegen Abend bittet sie mich selbst auf die Post zu fahren und ihre Briefe zu besorgen. Ich nehme ihren Wagen und bin in einer Stunde zurück. Die Herrin hat nach ihnen gefragt, spricht die Negerin lächelnd, als ich die breite Marmortreppe hinaufsteige. War jemand da? Niemand, erwidert sie und kauert sich wie eine schwarze Katze auf den Stufen nieder. Ich gehe langsam durch den Saal und stehe jetzt vor der Türe ihres Schlafgemachers. Warum klopft mir das Herz? Ich bin doch so glücklich. Leise öffnend schlage ich die Portiere zurück. Wanda liegt auf der Ottomane, sie scheint mich nicht zu bemerken. Wie schön ist sie in der weißen Atlasrobe, die sich verräterisch an ihre herrlichen Formen anschließt und ihre wunderbare Büste und ihre Arme unverhüllt lässt. Ihr Haar ist mit einem weißen Atlasbande durchschlungen und aufgebunden. Im Kamin lodert ein mächtiges Feuer, die Ampel wirft ihr rotes Licht, das ganze Zimmer schwimmt im Blut. Wanda, sage ich endlich. Oh, Severin, ruft sie freudig. Ich habe dich mit Ungeduld erwartet. Sie springt auf und schließt mich in ihre Arme. Dann setzt sie sich wieder in die üppigen Bolster und will mich zu sich ziehen. Ich gleite in der sanft zu ihren Füßen nieder und lege mein Haupt in ihren Schoß. Weißt du, dass ich heute sehr verliebt in dich bin, flüstert sie und streicht mir ein paar lose Härchen aus der Stirne und küsst mich auf die Augen. Wie schön deine Augen sind. Sie haben mir immer am besten an dir gefallen. Heute aber machen sie mich förmlich trunken. Ich vergehe. Sie dehnte ihre herrlichen Glieder und blinzelte mich durch die roten Wimpern zärtlich an. Und du? Du bist kalt. Du hältst mich wie ein Stück Holz. Warte nur, ich will dich noch verliebt machen, rief sie und hing wieder schmeichelnd und kosend an meinen Lippen. Ich gefalle dir nicht mehr. Ich muss wieder grausam gegen dich sein. Ich bin heute offenbar so gut gegen dich. Weißt du was, Närchen? Ich werde dich ein wenig peitschen. Aber Kind, ich will es. Wanda! Komm, lass dich binden, fuhr sie fort und sprang mutwillig durch das Zimmer. Ich will dich recht verliebt sehen, verstehst du? Da sind die Stricke. Sie begann damit, mir die Füße zu fesseln, dann band sie mir die Hände fest auf den Rücken und endlich schnürte sie mir die Arme wie einem Delinquenten zusammen. So, sprach sie in heiterem Eifer, kannst du dich noch rühren? Nein. Gut. Sie machte hierauf aus einem starken Seil eine Schlinge, warf sie mir über den Kopf und ließ sie bis zu den Hüften hinabgleiten, dann zog sie sie fest zusammen und band mich an die Säule. Mich fasste in diesem Augenblick hier ein seltsamer Schauer. Ich habe das Gefühl, wie wenn ich hingerichtet würde, sagte ich leise. Du sollst auch heute einmal ordentlich gepeitscht werden, rief Wanda. Aber nimm die Pelzjacke dazu, sagte ich, ich bitte dich. Dieses Vergnügen kann ich dir schon machen, antwortete sie, holte ihre Rotsamtinne, mit Hermelin besetzte Kasabiker und zog sie lächelnd an. Dann stand sie die Arme auf der Brust verschränkt vor mir und betrachtete mich mit halbgeschlossenen Augen. Kennst du die Geschichte vom Ochsen des Dionys? fragte sie. Ich erinnere mich nur dunkel, was ist damit? Ein Höflinger sand für den Tyrannen von Syrakus ein neues Marterwerkzeug, einen eisernen Ochsen, in welchem der zum Tode verurteilte, gesperrt und in ein mächtiges Feuer gesetzt wurde. Sobald nun der eiserne Ochse zu glühen begann und der Verurteilte in seinen Qualen aufschrie, klang sein Jammern wie das Gebrüll eines Ochsen. Dionys lächelte dem Affinder gnädig zu und ließ, um auf der Stelle einen Versuch mit seinem Werk zu machen, ihn selbst zuerst in den eisernen Ochsen sperren. Die Geschichte ist sehr lehrreich. So warst du es, der die Selbstsucht, den Übermut, die Grausamkeit in mir entfesselt hat und du sollst dir erstes Opfer werden. Ich finde jetzt in der Tat Vergnügen daran, einen Menschen, der denkt und fühlt und will wie ich, einen Mann, der an Geist und Körper stärker ist wie ich, in meiner Gewalt zu haben, zu misshandeln und ganz besonders einen Mann, der mich liebt. Liebst du mich noch? Bis zum Wahnsinn, rief ich. Umso besser, erwiderte sie, umso mehr Genuss wirst du bei dem haben, was ich jetzt mit dir anfangen werde. Was hast du nur? fragte ich. Ich verstehe dich nicht, dass deinen Augen blitzt wollüstige Grausamkeit und du bist so seltsam schön, so ganz Venus im Pelz. Wanda legte ohne mehr zu antworten die Arme um meinen Nacken und küsste mich. Mich ergriff in diesem Augenblick hier wieder der volle Fanatismus meiner Leidenschaft. Nun, wo ist die Peitsche? fragte ich. Wanda lachte und trat zwei Schritte zurück. Du willst also durchaus gepeitscht werden, rief sie, indem sie den Kopf übermütig in den Nacken warf? Ja. Auf einmal war Wanda's Gesicht vollkommen verändert, wie vom Zorne entstellt. Sie schien mir einen Moment sogar hässlich. Also, peitschen Sie ihn, rief sie laut. In demselben Augenblick gesteckte der schöne Grieche seinen schwarzen Lockenkopf durch die Gardinen ihres Himmelbettes. Ich war anfangs sprachlos, starr. Die Situation war entsetzlich komisch. Ich hätte selbst laut aufgelacht, wenn sie nicht zugleich so verzweifelt, traurig, so schmachvoll für mich gewesen wäre. Das übertraf meine Fantasie. Es lief mir kalt über den Rücken, als mein Nebenbohler heraustrat, in seinen Reitstiefeln, seinem engen weißen Beinkleid, seinem knappen Samtrock und mein Blick auf seine athletischen Glieder fiel. Sie sind in der Tat grausam, sprach er zu Wanda gekehrt. Nur genusssüchtig, entgegnete sie mit wildem Humor. Der Genuss macht allein das Dasein wertvoll. Wer genießt, der scheidet schwer vom Leben. Wer leidet oder darbt, grüßt den Tod wie einen Freund. Wer aber genießen will, muss das Leben heiter nehmen, im Sinne der Antike. Er muss sich nicht scheuen, auf Kosten anderer zu schwelgen. Er darf nie Erbarmen haben. Er muss andere vor seinen Wagen, vor seinen Flug spannen, wie Tiere. Menschen, die fühlen, die genießen möchten, wie er, zu seinen Sklaven machen. Sie ausnützen in seinem Dienste, zu seinen Freuden, ohne Reue. Nicht fragen, ob ihnen auch wohl dabei geschieht, ob sie zugrunde gehen. Ja, sich neuronisch an den Qualen, die er ihnen bereitet und an ihrer Todesangst ergötzen. Er muss immer vor Augen haben, wenn sie mich so in der Hand hätten, wie ich sie, täten sie mir dasselbe und ich müsste mit meinem Schweiße, meinem Blut, in meiner Seele ihre Genüsse bezahlen. So war die Welt der Alten. Genuss und Grausamkeit, Freiheit und Sklaverei gingen von jeher Hand in Hand. Menschen, welche gleich olympischen Göttern leben wollen, müssen Sklaven haben, welche sie in ihre Fischsteiche werfen und Gladiatoren, die sie während ihres üppigen Gastmahls kämpfen lassen und sich nichts daraus machen, wenn dabei etwas Blut auf sie spritzt. Ihre Worte brachten mich vollends zu mir. Binde mich los, rief ich zornig. Sind sie nicht mein Sklave, mein Eigentum, erwiderte Wanda, soll ich ihnen den Vertrag zeigen? Binde mich los, drohte ich laut, sonst, ich riss an den Stricken. Kann er sich losreißen, fragte sie, denn er hat gedroht, mich zu töten. Seien sie ruhig, sprach der Grieche, nachdem er meine Fesseln geprüft hatte. Ich rufe um Hilfe, begann ich wieder. Es hört sie niemand, entgegnete Wanda, und niemand wird mich hindern, ihre heiligsten Gefühle wieder zu missbrauchen und mit ihnen ein frivoles Spiel zu treiben, fuhr sie fort, mit satanischem Hohne die Phrasen meines Briefes an sie wiederholend. Finden sie mich in diesem Augenblick hier bloß grausam und unbarmherzig oder bin ich im Begriff gemein zu werden? Was? Lieben sie mich noch oder hassen und verachten sie mich bereits? Hier ist die Peitsche. Sie reichte sie dem Griechen, der sich mir rasch näherte. Wagen sie es nicht, rief ich vor Entrüstung bebend, von ihnen dulde ich nichts. Das glauben sie nur, weil ich keinen Pelz anhabe, erwiderte der Grieche mit einem frivolen Lächeln und nahm seinen kurzen Zobelpelz vom Bette. Sie sind köstlich, rief Wanda, gab ihm einen Kuss und half ihm in den Pelz hinein. Ich darf ihn also wirklich peitschen, fragte er, schonungslos wie meinen Sklaven. Gewiss, sagte die Fürstin, und überhaupt, warum soll er nicht ihr Sklave sein? Wollen sie ihn haben? Sie fragen noch? Also, ich schenke ihn ihnen, entgegnete sie, und jetzt machen sie mit ihm, was sie wollen. Bestie, stieß ich empört hervor. Der Grieche heftete seinen kalten Tigerblick auf mich und versuchte die Peitsche, seine Muskeln schwollen, während er ausholte und sie durch die Luft pfeifen ließ, und ich war gebunden wie Marcias und musste sehen, wie sich Apollo anschickte, mich zu schinden. Mein Blick irrte im Zimmer umher und blieb auf der Decke haften, wo Simson zu Delilas Füßen von den Philistern geblendet wird. Das Bild erschien mir in diesem Augenblick wie ein Symbol, ein ewiges Gleichnis der Leidenschaft, der Wollust, der Liebe des Mannes zum Weibe. Ein jeder von uns ist am Ende ein Simson, dachte ich, und wird zuletzt wohl oder übel von dem Weibe, das er liebt, verraten. Sie mag ein Duchmieter tragen oder einen Zobelpelz. Nun sehen Sie zu, wie ich interessieren werde, rief der Grieche, indem er die Zähne zeigte und sein Gesicht jenen blutgierigen Ausdruck bekam, der mich gleich das erste Mal an ihm erschreckt hatte. Er trat ganz nahe zu mir hin und gab mir eine Ohrfeige. Herrlich, noch eine, rief Wanda. Er schlug mich noch einmal ins Gesicht und dann begann er mich zu peitschen. So unbarmherzig, so furchtbar, dass ich unter jedem Hiebe zusammenzuckte und vor Schmerz am ganzen Leibe zu zittern begann. Ja, die Tränen liefen mir über die Wangen, während Wanda in ihrer Pelzjacke auf der Ottomane lag, auf den Arm gestützt, mit grausamer Neugier zusah und sich vor Lachen wälzte. Das Gefühl, vor einem angebeteten Weib von dem glücklichen Nebenbohler misshandelt zu werden, ist nicht zu beschreiben. Ich verging vor Scham und Verzweiflung. Und das Schmachvollste war, dass ich in meiner jämmerlichen Lage unter Apollos peitsche und bei meiner Venus grausamem Lachen anfangs eine Art fantastischen sinnlichen Reiz empfand, aber Apollo peitschte mir die Poesie heraus, hieb für hieb, bis ich endlich in ohnmächtiger Wut die Zähne zusammenbiss und mich meine wollüstige Fantasie, Weib und Liebe verfluchte. Ich sah auf einmal mit entsetzlicher Klarheit, wohin die blinde Leidenschaft, die Wollust seit Holofernes und Agamemnon den Mann geführt hat, in den Sack, in das Netz des verräterischen Weibes, in Elend, Sklaverei und Tod. Mir war es wie das Erwachen aus einem Traum. Ich verging vor Scham und musste zur gleichen Zeit fühlen, wie meine Seelenstärke unter den furchtbaren Hieben, die wie das glühende Eisen des Henkers in meinem Fleische brannten, mehr und mehr dahinschwand. Indem ich wie Simson an meinem Banden riss, hatte sich der Strick gelockert, der mich an die Säule fesselte und ich sank endlich vom Schmerze überwältigt vor meinem Peiniger in die Knie. Gnade, wimmerte ich. Gnade. Der Grieche hielt inne. Schonen Sie ihn nicht, rief Wanda. Wenn es Ihnen keinen Spaß mehr macht, so peitschen Sie ihn noch mir zulieb. Wie können Sie nur glauben, Fürstin erwiderte er mit einem triumphierenden Lächeln, dass es mir kein Vergnügen macht, meinen Nebenbuhler als Sklaven in meiner Hand zu haben, ihn wie einen Hund zu misshandeln, ihn vor mir auf den Knien zu sehen und um Gnade wimmern zu hören. Also peitschen Sie ihn noch, bat Wanda, indem sie aufstand und die herrlichen Arme um den Nacken ihres glücklichen Anbeters legte. Während sie ihm schmeichelte und ihn mir den Rücken kehrend küsste, strich sie zufällig mit dem Hermelin, der sich wollüstig um ihre üppigen Hüften blähte, über mein gleißendes Antlitz. Ich zuckte zusammen. Und du, wendete sich der Grieche höhnisch zu mir, bittest du mich nicht, dass ich dir noch die Wollust bereite, dich zu misshandeln? Gnade. Gnade. Bist du schon so zahm? lachte er. Da, küss mir die Hand. Ich gehorchte. Und hier den Fuß. Ich küsste seinen Fuß, während Wander mich verächtlich betrachtend neben ihm stand. Nun, Fürstin, wie gefällt Ihnen mein Sklave? Er ist bereits dressiert, wie ich sehe, gab sie zur Antwort, und er wird sie anbeten, aber sie müssen ihn noch mehr misshandeln. Das will ich auch, sprach der Grieche, indem er seine Pelzjacke über die Hüften herabzog. Dann ergriff er mich beim Haar, trat mich wie einen Hund und begann mich von Neuem zu peitschen. Besser, besser, rief Wander ihn ermunternd. Was gebe ich darum, ihn unter ihren Hieben sterben zu sehen? Und wieder ertönte ihr helles, grausames Gelächter. Schon floss mein Blut unter seiner Peitsche, ich krümmte mich wie ein Wurm, den man zertritt, aber er peitschte fort, ohne Erbarmen, und sie lachte fort, ohne Erbarmen, während sie die gepackten Koffer schloss, ihre Toilette wechselte und in ihren Reisepelz schlüpfte. Sie lachte, als ich bereits mehr tot als lebendig zu den Füßen meines Peinigers lag, als dieser mit der Majestät eines Sultans ausrief, »So, jetzt schenke ich dir die Freiheitssklave« und mich mit einem verächtlichen Fußtritt von sich stieß, und sie lachte noch, als sie an seinem Arm die Treppe hinab in den Wagen stieg. Dann war es einen Augenblick Stille. Ich lauschte atemlos. Jetzt fiel der Schlag zu, die Pferde zogen an, noch einige Zeit das Rollen des Wagens, dann war alles vorbei. Einen Augenblick dachte ich daran, Rache zu nehmen, ihn zu töten, aber ich war ja durch den elenden Vertrag gebunden, mir blieb also nichts übrig, als mein Wort zu halten und meine Zähne zusammenzubeißen. Die erste Empfindung nach der grausamen Katastrophe meines Lebens war die Sehnsucht nach Mühen, Gefahren und Entbehrungen. Ich wollte Soldat werden und nach Asien gehen oder Algier, aber mein Vater, der alt und krank war, verlangte nach mir. So kehrte ich still in die Heimat zurück und half ihm zwei Jahre seine Sorgen tragen und die Wirtschaft führen und lernte, was ich bisher nicht gekannt und mich jetzt gleich einem trunkfrischen Wassers labte, arbeiten und Pflichten erfüllen. Dann starb mein Vater und ich wurde Gutsherr, ohne dass sich dadurch etwas geändert hätte. Ich habe mir selbst die spanischen Stiefel angelegt und lebe hübsch vernünftig weiter, wie wenn der Alte hinter mir stünde und mit seinen großen, klugen Augen über meine Schulter blicken würde. Eines Tages kam eine Kiste an, von einem Briefe begleitet. Ich erkannte die Schrift der Fürstin. Seltsam bewegt, öffnete ich ihn und las. Mein Herr, jetzt, wo mehr als drei Jahre seit jener Nacht in Florenz verflossen sind, darf ich Ihnen noch einmal gestehen, dass ich Sie sehr geliebt habe. Sie selbst aber haben mein Gefühl erstickt, durch Ihre fantastische Hingebung, durch Ihre wahnsinnige Leidenschaft. Von dem Augenblick hier an, wo ich fühlte, dass Sie nicht mein Mann werden konnten, war ich entschlossen, Sie zu meinem Sklaven zu machen. Ich fand es bekannt, Ihnen Ihr Ideal zu verwirklichen und Sie vielleicht, während ich mich köstlich amüsierte, zu heilen. Ich habe den starken Mann gefunden, dessen ich bedurfte und mit dem ich so glücklich war, wie man es nur auf dieser komischen Lehmkugel sein kann. Aber mein Glück war, wie jedes Menschliche, nur von kurzer Dauer. Er ist vor einem Jahre etwa im Duell gefallen und ich lebe seitdem in Paris wie eine Aspasia. Und Sie, Ihrem Leben wird es gewiss nicht an Sonnenschein fehlen, wenn Ihre Fantasie die Herrschaft über Sie verloren hat und jene Eigenschaften bei Ihnen hervorgetreten sind, welche mich anfangs so sehr angezogen, die Klarheit des Gedankens, die Güte des Herzens und vor allem der sittliche Ernst. Ich hoffe, Sie sind unter meiner Peitsche gesund geworden, die Kur war grausam, aber radikal. Zur Erinnerung an jene Zeit und eine Frau, welche Sie leidenschaftlich geliebt hat, sende ich Ihnen das Bild des armen Deutschen, Venus im Pelz. Ich musste lächeln und wie ich in Gedanken versank, stand plötzlich das schöne Weib in der Hermelin besetzten Samtjacke, die Peitsche in der Hand vor mir und ich lächelte weiter über das Weib, das ich so wahnsinnig geliebt, die Pelzjacke, die mich einst so sehr entzückt über die Peitsche und lächelte endlich über meine Schmerzen und sagte mir, die Kur war grausam, aber radikal und die Hauptsache ist, ich bin gesund geworden. Nun, und die Moral von der Geschichte sagte ich zu Severin, indem ich das Manuskript auf den Tisch legte? Dass ich ein Esel war, rief er, ohne sich zu mir zu wenden, erschien sich zu genieren. Hätte ich sie nur gepeitscht? Ein kurioses Mittel, erwiderte ich, das mag bei deinen Bäuerinnen. Oh, die sind daran gewöhnt, antwortete er lebhaft, aber denke dir die Wirkung bei unseren feinen, nervösen, hysterischen Damen. Aber die Moral, dass das Weib, wie es die Natur geschaffen und wie es der Mann gegenwärtig heranzieht, sein Feind ist und nur seine Sklavin oder seine Despotin sein kann, nie aber seine Gefährtin. Dies wird sie erst dann sein können, wenn sie ihm gleich steht an Rechten, wenn sie ihm ebenbürtig ist durch Bildung und Arbeit. Jetzt haben wir nur die Wahl, Hammer oder Amboss zu sein und ich war der Esel, aus mir den Sklaven eines Weibes zu machen. Verstehst du? Daher die Moral der Geschichte. Wer sich peitschen lässt, verdient, gepeitscht zu werden. Mir sind die Hiebe, wie du siehst, sehr gut bekommen. Der rosige, übersinnliche Nebel ist zerronnen und mir wird niemand mehr die heiligen Affen von Benares oder den Hahn des Plato für ein Ebenbild Gottes ausgeben. Also, Untertitelung des ZDF, 2020